deswegen zitiere ich nur deine quellen mal lieber ich kann ich mache ich mache mich nicht lustig ich habe angst davor weißt du das wort angst kennst du das ja ich kenne mich sehr sehr gut damit aus sehr schön und ich sagte ich zitiere nur von deine quellen was auf uns zukommt oder auf uns ankommt wenn wir das und das und das nicht belehren was sagst du dann zu ja sagt gar kein problem kannst du mal die 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 jeweilige quelle zitieren wo du um dein leben fürchten muss würde mich mal interessieren okay wir reden jetzt nicht von einfach willst du denn sehen wo dein profit wo der profit angefangen hat die leute umzubringen oder willst du sehen wie euch bereitet uns fertig ich möchte dass du aus dem koran die jeweilige den jeweiligen vers rezitiert beziehungsweise vorher voll ist wo du um dein leben bangen muss das interessiert mich gerade okay okay die notizies du willst das notieren und du liest das dann für dich selber eine oder ich kann es auch vorlesen kann gerne konnte dann machen alles klar dann nur ein an notierst mal 40 also suche an ist a 4 89 so da an ist a 4 warte ja du kannst ja schon mal ich suche mir ich suche mir das selber was war das zu an ist a 84 89 89 ja du kannst ja gerne mal vorlesen so so ist der schleichner prozess euer heiliger krieg wenn ihr die macht habt die oberhand hat und die macht bekommt und wie uns fertig macht ist das nur die suchen gleich so da steht da drin den islam ablehnen muss getötet werden wenn sie sich von den islam abkehren ergreift sie und tötet sie immer wo sie die findet das ist deine suche erst mal das wurde an dieser 4 89 89 89 89 ja ich habe ich habe 84 verstand vor 89 ja so ich fange hierbei ich muss ja bei 98 anfangen weil es anfangen da wo du willst ja ja bei 88 also sie wünschen dass sie ungläubig werdet wie sie ungläubig sind so dass ihr alle gleich werdet nehmt euch daher keine beschützer von ihnen solange sie nicht auf allahs weg wandern und wenn sie sich abwenden dann ergreift sie und tötet sie wo immer ihr sie auf findet und nehmt euch keinen von ihm zum beschützer oder zum helfer mit ausnahme derer die zu leuten gelangen mit denen ihr ein bündnis habt und die zu euch kommen weil ihre herzen davor zurückgeschreckt zurückschrecken gegen euch oder gegen ihr eigenes volk zu kämpfen und wenn allah es gewollt hätte hätte er ihnen macht über euch gegeben hat der macht über euch geben können dann hätten sie sich sicherlich gegen euch gekämpft darum wenn sie sich von euch fernhalten und nicht gegen euch kämpfen sondern euch frieden bieten dann hat man aber auch aber euch keinen grund gegen sie gegeben das heißt was 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 lesen wieder raus dass diese leute die euch nicht bekämpfen die euch nicht jagen die all diese ganzen sachen nicht tun nicht tun das heißt dann dann bist du dann bist du verpflichtet mich zu tüten wenn du hier kommt ja dann habe ich das recht klar so siehst du also ich habe angst schon mal dass ich schon mal angst allah bis hier kennst du dich nicht kenne ich habe ich keine andere muslime bekämpfst du mich physisch nein du wirst mich mitten mit was ihr die tage auch da gemacht hat in berlin die synagogen verbrannt und somit wenig leute es gibt dann steht am hamad und abu bakar und 33 frauen sklaven sind von mekka ausgewandert die nach medina die kam nach paar wochen später über 2000 soldaten zurück wir haben alles erobert das heißt ihr seid hier mit mit sieben prozent acht prozent in ohr und deutschland guck mal was ihr dann berlin gemacht habe das ist punkt 1 das heißt wenn du die obermacht hast bist du verpflichtet dann allah den du anbietest er befehlt mich zu bekämpfen damit ich deine glaube annehmen ich glaube ich glaube nicht annehmen muss doch nicht frei sein um den der komole den muss doch nicht doch muss ich nicht dann sage ich dir jetzt aber ablokation wurde diese komole den gibt es nicht mehr ich gebe jetzt eine andere das haben wir gesprochen aber moment ganz erst mal ganz ganz locker bleiben wir hatten noch gerade diesen erstens habe ich ja gesagt ich bin kein keiner auf dem gebiet debattierer weil ich bin selber noch am lernen unabhängig moment moment bitte unabhängig davon ich habe mir gerade dass ich habe ja das gerade vorgelesen da steht doch nur also ich weiß nicht ob ihr es missversteht oder ich aber da steht doch nur wenn sie euch bekämpfen wenn sie es nicht tun dann ist es okay dass sie frieden miteinander habt oder nicht wir haben euch nicht bekämpft ihr habt uns bekämpft das auslegungssache wer jetzt bekämpft darum geht es ja nicht es geht jetzt ausschließlich darum was gesagt wird wenn man uns nicht bekämpft und das steht dass wir uns das in frieden gar kein problem ist ich bin kein moment moment bei hadith bin ich raus weil ich sage dir warum erstens gibt es doch es geht nicht da woher nimmst du dein gebet deinen fasten was du sagst du vom koran kannst du kannst du mich da wie viel wie viel mal musst du bist ich bin ich bin ich glaube an die sonne des propheten alles hat was dann darum geht es doch nicht darf ich dann bist du nicht dass du mich verstehst was ich sage ich lehne nicht ich lehne nicht die hadith ab ich glaube mein punkt moment mein punkt ist eine andere sind außer der hadith nun diese sirene wo wir und die das sind die acht halten und ja okay sagst du kannst du gleich machen darf ich aber bitte mal mein ding fortführen ich habe gerade gesagt ich lehne nicht den koran und die sonne habe ich folge koran und sonne spricht die hadith ja und die hadith und die gebete und wie etc entnehme ich alles daraus was ich sagen will ist ich bin kein hadith wissenschaftler ich habe nicht das recht weil ich ein bin ein laie zu entscheiden welcher hadith in welcher kategorie die leute mit wissenschaftler die leute mit moment waren keine wissenschaftler das ist nur arabisch das war normalerweise die arabisch gesprochen habe ich weiß nicht warum das ist ja der fehler weil du so ausgehst ja die war ich doch meine mutter sprache wenn ich ein hadith lese verstehe ich was er sagt also die ganzen studien das also das studium dass man machen muss und dieser hat die uns nicht auf die hand die die schon nein die hadith schon als bezeichnet sind kannst du so nehmen brauchst du nicht also sogar frauen meiner mutterkennung aber gut ist aber erst das verstand und was ich meine jetzt lese ich eine andere suche vor das war der erste teil so dann macht es was gesagt wegen der synagoge da du kannst dich einfach was reinwerfen dann wieder abbrechen was ist mit der synagoge was ist denn da passiert das war jetzt ein ein beispiel wenn ihr die oberhand wie ihr auch angreift da habe ich gesagt ihr seid mit so wenig leute so wenig prozent in deutschland mit gerade mal zwei drei tausend leute was habt ihr deine synagoge da gemacht in berlin mit diesen cocktail da was sie darauf geschmissen hat ja guck mal ich sage es dir hier offiziell ja du kannst mich du kannst mir tausend fragen stellen ist die ist zum beispiel der hardcore fragen wie zum beispiel ist darf man im islam die hand abhacken ja ich werde dir alles beantworten aber ich sage offiziell ich lehne und ich distanziere mich von so eine schandtaten weil so macht ein muslim nicht und es ist mir egal was du jetzt interessiert mich nicht moment moment ich habe gesagt ich lehne das ab was was der was jakobus gesagt hat über die synagoge in berlin dass sie die mit keine ahnung was beschlossen hast du dich ja das lindst du ab aber das waren die muslimen das gemacht haben ein deutscher ist es ist also das ist ein 1 1 1 antisemitismus ist da jemand der die juden oder die christen hast dass der erste klein dann hast du die suche 9 123 die kannst du aufmachen und da fängt langsam eure schleichender prozess einmal lieber mach mal deine koran auf hast du ein bei oder hast du eine hand natürlich wie halt dann welches oder so 923 ich muss mal 223 denn ich lehne nicht mal als hadith oder sowas ja diese die kann ich dir tausende hadith geben wo ist alles das gleiche sticht und was anderes ich sieg den fund ein koran wie gesagt ich habe ich habe gerade gesagt ob er das missverstand hat oder nicht ich lehne ich habe ich auch wenn du bist kein gelehrter du bist aber ich zeige ich lese ich spreche warum wir sprechen wir reden von eure quellen wir reden nicht einfach und unwissen ist sogar kein problem was war der nummer 123 123 richtig da man warte 123 wo bin ich denn hier das ding sind weil die die leute schreiben denkt ihr ich fürchte mich wanda ich bin ein wort ist nicht schön dass ihr mich widerlegt oder sonst was nein 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 es geht dich um wiederlegen ich will dich nicht klein machen ich will nur dass du deinen koran siehst was da drin steht kein problem 100 823 so wo ihr die er glaubt kämpft gegen jene die euch nahe sind unter den unglaublichen lasst ihr euch hart vorfinden und wisst dass allah mit den gottesfürchtigen ist ja was wichtig was verstehst du darunter ihr glaubt kämpft diejenigen die unglaubliche sind in der nähe was heißt in der nähe du bist bei mir in der nähe du musst gegen mich kämpfen ich habe Angst ich habe einen moment denkst du ich bin hier irgendjemand der verfasst oder ganz kurz 123 und wie gesagt ich bin wenn die wenn die gerne wenn ihr wenn ihr wirklich debattieren wollt dann kann ich euch gerne jemanden bringen der sachlich und gerne gerne wie wohl geht zu dieser bockasse wie wohl dieser bockassem haben erst dass ich kenne nicht dieser kleine stimme der der immer mit haben die ist oder haben die ein dieser bockassem wie der heißt ich kenne ihn nicht okay okay ich rede aber nicht eher von hier auf tik tok sondern wenn ihr irgendwelche fragen habt ich kann euch gerne einen bruder empfehlen und da könnt ihr machen und tun was ihr wollt so lange was die respektvoll bleibt wir sind respektvoll die beleidigen wie ich gar kein problem ich rede jetzt nur von mir persönlich kritik für mich ihr könnt gerne kritisieren aber es gibt einen unterschiedlichen kritisieren die mir zum beispiel sagt mohammed der punkt punkt oder dass sie sagt ich bin damit nicht einverstanden weil die wie kann das sein dass sowas und sowas gemacht wird das ist ein das ist konstruktive kritik also ohne beleidigung gar kein problem aber wenn man ist lächerliche zieht das musst du jetzt da musst du jetzt ein bisschen authentischer bleibt guck mal diese so die ich dir gebe das hat dein allah muhammad befohlen zu machen und er hat die menschen geschlachtet da sind die befehlen von allah ja das befehlen muhammad hat das nur geführt ja schon so hat eingesetzt oder nicht ist das nicht so ich bin ich konnte mich gerade kurz auf den tafsir zu finden moment die aussagen werft des verses wird sowohl durch 39 die anmerkungen dazu und die beiden folgenden verse verdeutlichen beziehungsweise unterstützen hier handelt es sich um die heuchler die stets eine gefahr für die gemeinschaft der muslime bilden warte nur so von 973 der mein tafsir ist ein bisschen anders so ich muss viel von seiten welch tafsir liest du denn da sind das ist ein 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 gesamtes buchen mit mehreren mal wird eben kathir rahimallah mal jemand anderes ist ein bisschen gemixt moment leute einmal tippen 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 hier und ihr seid wenn ich fragen ob ihr seid also christen jetzt geworden ja richtig ich bin demokrat und halte mich ans grundgesetz ich halte mich auch im grundgesetz solange das nicht mein glauben widerspricht ja das geht aber nicht doch noch nein das geht nicht entweder hältst du dich ans grundgesetz oder nicht das geht nicht ich bin ja das grundgesetz ist nicht gegen dich als mensch ja und nein was möchtest du aber jetzt was soll jetzt eigentlich diese aussage halte ich an woher weißt du dass mich nicht nur ich ich habe von mir geredet ja dann halte ich auch daran wenn du so pass mal auf derjenige der hier in deutschland lebt der hat sich aufs grundgesetz zu richten und wenn sie deiner bibel widerspricht was machst du dann ich halte mich trotzdem dran dann hast du deinen gott verleugnet ja dann musst du woanders leben tut mir leid ich bin hier geboren aus gibt es doch die möglichkeit kannst du in meinem land dann gerne gerne würde ich gerne waren da doch aus wenn es dir nicht gefällt ich so war ich hier kommen also war ich hier sitze ich würde das so gerne tun 75 jahren deswegen darüber nicht zu unterhalten okay ja das ist nicht deine angelegung sagt zu mir ich soll mich nicht ans grundgesetz halten also noch gut du sagst du sagst dass das grundgesetz über dein gott steht das können wir haben wir jetzt außerdem hat jesus gesagt dass wir das mit dem staat und der religion trennen sollen und das kennt ihr bei euch in der religion nicht der unterschied ich habe die gerade gesagt nee du hast mir nichts gesagt du hast du soll mich nicht ans grundgesetz halten sag mal geht es dir noch gut ja ich halte mich nicht daran aber wie du bist du denn da das ist nicht deine angelegenheit das ist meine angelegenheit weil ich hier in einem grundgesetz lebe weil ich hier in der demokratie lebe und ich möchte nicht dass es hier kriminell wird ach so also bin ich jetzt der kriminelle hier wenn du gegen das grundgesetz bist bist du natürlich kriminell wenn du die menschen der hat recht also wenn du diesem buch volks bist du automatisch als krimineller da weil dieser buch verlangt von dir ich möchte noch gleich noch zehn andere suchen die schreibst du dir alle auf und liest immer bitte und dann frag dich mal selber ob wirklich dieser allah ist der seine kinder seine menschen seine mitbürger töten will und wenn du dieses buch so dermaßen so eins zu eins volks was ich dir jetzt gebe dann legst du da wie du sagst dein buch ist über dem grundgesetz und das ist falsch nochmals ich bin mit mit vollem herzen ein krimineller wenn es heißt dass ich allah über dem grundgesetz stelle ja aber du kannst ja dann bist du mörder wie der profit dann bist du eine kriminelle ideologie verstehe es endlich es ist eine kriminelle ideologie eine ideologie die dir sagt dass kleinkinder heiraten ist eine kriminelle ideologie eine ideologie die dir sagt die leute für sklaven ist eine kriminelle ideologie mann du kannst hier keine sklavenmärkte errichten wie sie isis gemacht haben oder wie es erst erlaubt dann ist es nicht kriminell welcher ist es ist dann glaubt dass er erlaubt es auch nicht gerade kritisch erlaubt es ja ich habe meine frage ich habe meine frage moment die wirft alle um mich herum mit sachen blablabla ist ja okay was kommt mal ich stelle dir nur eine frage und du antwortest nur mit ja oder nein und dann gebe ich dir die rauf folgende antwort bist du gegen schwule nein jeder soll machen was er will okay wenn ein mann bei einem manne liegt so haben sie eine gräuel getan blut soll über sie strömen und sie sollen beide des todes sterben altes testament und sagt mir nur grundgesetz oder aber nicht im grundgesetz was ist die bibel was sagt ihr dazu lehnt zu den diesen vers ab ich bin ich bin ich krieg und sagt nicht ich will meine religion meine gesetze christen ich bin nur ex muslim bruder ich nur ex muslim war agnostiker agnostiker und unikat guck mal guck mal nein du verstehst das total falsch guck mal als der präsident der bundeskanzler wie ihr schulz vereinigt wurde er sollte eine bibel schwören weil jeder präsident der muss immer schwören er hat das abgelehnt er sagt religion ist privat und wirtschaft und staat ist für sich allein die haben nicht getrennt aber ihr trennt das nicht ihr wollt dieses koran auf uns aufsetzen das geht nicht das musst du trennen entweder lebst du die mit deinem mit bürger die eine grundgesetz wie der bruder sagt hier friedlich ja so oder weil das ist ja so gut was du annehmen musst oder du nimmst das nicht an du folgst ein koran da bist du automatisch ein mörder wie danken profit verstehst du das um das geht es um das war die pfeffer rüber bringen nichts anderes wir haben genug probleme noch zehn suchen kannst du alle aufschreiben und guck mal wirklich ob das normal ist dass ein allah so was macht und befehlt ich bin ich bin völlig im einklang damit die finde ich sehr gut sehr gut leugnet keinen einzigen buchstab und mit erhobenen hauptes sage ich dass dies mein buch ist und dies über dem grundgesetz für mich steht das heißt aber nicht dass ich irgendwelche probleme ihr jetzt verstanden habt ihr verstanden jetzt diese umma habt ihr verstanden was umma bedeutet das bedeutet dass er keine gesetz erkennt dass er keine gesetz erkennt außer die scharia also die scharia haben die 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 ganzen flüchtlinge die kommen es kommen 50 jährige männer mit zwölfjährige kinder verheiratet und sagen das ist meine frau ich will hier mit in deutschland leben mittlerweile wird akzeptiert das ist das was du willst das ist das würde für dich eine gute plan von deinem gott und sie jetzt kann bereich zu verbreiten wenn du sagst dass allah vor der gesetz steht dann bist du ein terrorist punkt weil ich habe das du hast zu schnell geredet was ist noch mal gefragt die gesetze die du haben gewählt hier sind hier bewusst oder nicht definitiv allah das was allah sagt ist dir bewusst weißt du dass ein du ein kind heiraten kannst im islamische scharia also was das angeht was das angeht müssen wir erst mal bestimmen ja du sagst meine gesetz von allah ist für mich das beste allah ist sagt ihr du kannst ein pädophil sein kein problem das sagt er nicht leute für sklaven verkaufen das sagt er nicht aber guck doch mal bleibt doch mal was ist ich laufe doch nicht du leugnest und spielst hier du sagst nicht weiter dass das in deinem scheiß koran steht was ist was ist Was ist denn das für ein Verhältnis? Hast du kein Schamgefühl? Du sollst dein Schamgefühl, du unterstützt einen Pädophil, du sollst das Schamgefühl haben, du unterstützt einen Menschenwürde, ein Christus. Bleib mal sachlich und lass mal diese ganze Zeit. Hör doch mal bitte zu, bleib mal sachlich, weil ich habe gesagt, ich habe kein Interesse an so einer Diskussion. Nein, es geht gar nicht darum. Nein, du sagst, ich lehne, ich lehne alles, ich lehne alles, aber ich will die Scharia. Aber die Scharia sagt, dass du mein Kind auch missbrauchen von Sklaven, auch für kleine Kinder von Sklaven darfst du im Islam. Du darfst deinen kleinen Sklaven missbrauchen im Islam. Und zwei Jahre, zwei Jahre, egal, steht mir in Ibn Khayyim. Guck mal, was du sagst und was Tatsache ist, sind zweierlei Dinge, egal was du sagst. Geh nach Mauritanien und guck, geh nach Mauritanien und guck, ob das Sklaven ist. Guck mal, noch mal. Geh nach islamischen Ländern und sag mir, es gibt keine Kinder heiraten in islamischen Ländern oder keine Sklaven. Geh. Hier nicht. Hier, das Grundgesetz herrscht. Hier, weil ich es nicht konnte. Du bist ja richtig hysterisch. Ja, ja. Guck doch mal. Guck doch mal. Guck doch mal, was die 3.000 in Essen veranstaltet haben, die den Kalifat ausgerufen haben. Hast du keine Pressemitteilung mitbekommen oder sowas? Nochmals für euch allesamt. Ja, ich bin für die Scharia. Definitiv. Und Moment. Jeder Muslim, der dagegen ist, sollte mal seinen Glauben hinterfragen. Das Problem ist nur, ihr kennt die Scharia oder ihr meint die zu kennen, dass man wahllos auf die Straßen geht und Ungläubige tötet. Das ist euer Problem. Hä? Nein, ich hab dir gerade geredet, ich will hier keine Sklavenmarkten auf der Straße sehen. Ich will keine nackte Frauen sehen. Das will ich nicht. Du willst hier Scharia live? In Mecca neben dem Kaaba wurden die Sklaven von 1964 verkauft, man. Bis vor 60 Jahren wurden Sklaven neben dem Kaaba verkauft. Nackt. Was erzählst du mir von Müll? Ja, okay. Es muss sein, damit du Sklaven befreit, wenn du eine Sünde begehst und Sklaven befreien musst, muss ein Sklavenmarkt da sein für dich, damit du sie kaufst und befreist. Bleiben wir bitte bei dem, wo du gesagt hast. Das zeigt nichts von... Guck mal, siehst du deine Art und Weise, wie du sprichst? Ja, woher willst du Sklaven holen? Woher willst du Sklaven holen, um den Scharia zu machen? Woher willst du Sklaven holen? Woher willst du Sklaven holen? Woher willst du Sklaven holen? Guck mal, wer dies leugnet, der ist einfach nur unehrlich zu sich selbst. Du hast keinem Benehmen. Ich habe dich bis jetzt nicht gesagt. Ich habe dich gesagt, woher willst du Sklaven holen für die Menschen, die Sklaven befreien müssen, wenn die Sünden weggehen? Woher willst du sie holen für dein Scharia? Woher willst du holen? Sag mir einfach. Das war bei dem Thema, was du gesagt hast über die Heirat. Ja, und dann braucht es ein Kind. Wenn du nicht unbedingt heiraten wirst, nein. Wenn du eine kleine Sklaven hast, darfst du sie auch missbrauchen. Du musst sie nicht heiraten. Kleine Sklaven darfst du auch missbrauchen. Ein zweijähriger, Dreijähriger. Musst du nicht heiraten. Sag nicht immer heiraten. Ich kenne mich sehr gut mit dem Scharia und dem Fakr. Ich kenne mich nicht immer. Hör auf immer dazwischen zu reden. Heirat. Heirat von kleinen Kindern. Es ist nicht für Leute. Lest mal Ibn al-Qayyim bei der Elfa wa'ed. Al-Istimna'biyyat al-Radi'afi zaymani Ramadan. Du kannst mit einem kleines Kind seine Hand masturbieren während Ramadan tagsüber. Das steht in Ibn al-Qayyim bei der Elfa wa'ed. Leute, liest das. Lass mal bitte die schiitischen Quellen bei dir. Nichts nicht. Ibn al-Qayyim bist du dumm? Ibn al-Qayyim ist der Schiit. Ibn al-Qayyim ist nicht der Schiit, sondern seine Quelle, die du zitierst. Ibn al-Qayyim ist der Schiit von Ibn Taymiyyah. Weißt du was du sagst? Ibn al-Qayyim ist der Schiit von Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim ist kein Schiit. Ibn al-Qayyim ist der Schiit from Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim ist der Schiit, der erste Sonit. Ein Schiit im Lamm. Wo kommst du mit dem? Das ist ein Syn. Du ist ein Sön. Man schäm dich. Nimmch zu was ich sage. Ibn al-Qayyim ist kein Schiit. hör mal zu aber das was er gesagt hat aber er hat das gesagt aber er hat gesagt du darfst mit ein kleines kind weise der hand benutzen ein kleines klar wie hat er gesagt oder deine frau ja ich sehe jetzt okay ich hätte die steht und ich muss mir jetzt denn die fatur von islam wir bringen wir die quenne kein problem vom kathars mit diesem leiter islam und da stehen die fatur und das ja ich schicke ihn jetzt welche versuchte oder kann ich auch aus oder suchst dann nur ein screenshot machen und dann kann ich die gerne wieder wieder ramadan ist die mir der radia wie sei mein ramadan also tagsüber haben wenn du fast ein kleines kind ihre hand benutzen ein kleines klar wie wenn du sie hast das ist egal was da steht bringt bringt mir ich zeige ich mache jetzt die karte auf und ich zeige jetzt weiter ich will sich was soll ich eben so nicht bitte ich bin so nicht schau mal du du verwechselst da was wenn wir hier pass auf wenn du dich nach dem grundgesetz und nach der demokratie hältst ja dann haben wir das recht hier auf meinungsfreiheit du hast dass du hast das recht religionsfreiheit ausüben wir haben das recht wir haben das recht satire zu machen wir haben das recht zu reden wir haben das recht andere nicht zu beleidigen also und und ihr habt das recht jemand auch zu beleidigen ist das sondern dann denkt man sagt nicht wir haben ja wie nennt man dann so wie nennt man so sowas erklärt mir mal wenn jemand die pädophilie und die sklaverei ihm im schutz nehmen soll er belegt werden genauso wie hitler hitler beleidigen wir auch weil er ein krimineller ist sorry wenn du für die sklaverei bist und für kindesmissbrauch bist dann bitteschön aber nein wir reden nicht mit pädophilen hier sorry das ist nicht machbar wurde ist nicht normal ich kann nicht mit einem pädophil ja ja ist ja okay und hast gesagt wir würden uns hier lächerlich verarschen dass die nett sind und schön damit ihr nichts sagt und die wollen ihre sklaven ihre mist hier machen so beklasste muslime also ich mir wirst du nicht meine meinungsfreiheit nehmen tut mir leid und auch vielen anderen deutschen nicht und doch sagen was du magst aber wenn du ja natürlich kann ich sagen was du magst da muss ich dich nicht mehr und ich brauche deine ich brauche deine antwort nicht dafür um zu wissen was ich für rechte habe ja genau so genau das ist das problem da kommt mal jemand hoch der ersten antwort mal jemand wo ich sagen darf und was nicht das ist der unterschied da kommt mal jemand und dann meinungsfreiheit und das kindesmiss noch sprechen wo der guckt der link macht die unikate guckt bitte das link ich habe dir den link geschickt wurde guckt unikat bitte das link auf und lese für uns bitte was das steht ich kann gar nicht rauf bei dir also ich gehe rauf da steht nur folgen oder nachrichten gibt es keine nachrichten jakobus kann ich dir schicken auf whatsapp und so du zeigst du zeigst du ich habe nicht gesagt dass ich ich habe nicht gesagt dass ich dir jetzt antwort gebe wie gesagt ich muss die quelle überprüfen und dann kann ich gerne noch mal darauf zurückkommen ich muss es doch ist keine ahnung wie du an quellen rangehst ich werde das auf meine ist eine quelle willst du mich werben ist eine der größten quälen mann was ist der ist die quelle genau wie eben team ihr wenn eben team ihr dir irgendwas sagt sagt wo ist die quelle der von ihm team ihr gelernt und das ist der erste überhaupt schicht von islam du hast nichts anderes hör zu und dann verstehst du es vielleicht nicht immer nur reinschreien ist nur verstehst du da entweder hast du keine ahnung oder wirst das nur schwierig machen weil du weißt dass das stimmt also leute in dem buch der elbauer wie man einen kleinen kind missbrauchen hat hier in die fatwa jakobus macht die erklären doch die fatwa weiter die haben da alle die hadith und so dafür dafür kurz mal stopp es ist mir kann ich jetzt kurz kannst du kannst du kannst du habe ich auch nie so da nur durch sein ist kann kann aber ich lese und er hatte kein dass er hat da gerade habe ich gesprochen der kennt sie sehr gut der macht ja ich kann aber nicht lesen warte aber ich kann ja auch übersetzen warte ich bin aber die originale seite bitte zeig ihnen die seite bitte damit er nie sagt die die felschen hier versteht nicht mal was damit sage ich kann was ich kann die ja da ich mache ein screenshot ich kann nicht arabisch lesen ist das diese seite ja sie kittappi bada�ihalfowait liimli kious ich leze es wafi machen zeig alles bitte damit schrifisch ich leze es wafi lfosol roo arrui arrui arra jolini khafa an tans shacke mathanatahu minaschabak au tans shacke unintayahu lihabsihmaii verzamani ramadan also das verstand in unikkat also roo arrui arra jol und rui arra jol fera jol khafen an tans shacke mathanatuhu minaschabak der hat angst da seinen hoden öksplodieren vor lust ich leze bau So, ich habe das hier übersetzt, hier. Du hast mich nicht verstanden. Ich glaube dir, dass es da steht. Darum geht es doch gar nicht. Das leugne ich ja nicht, dass das, was da steht, eine authentische Quelle ist. Sag mir jetzt nicht, dass steht aber... Natürlich, das sind die Leute, die dir die Religion gebracht haben. Warum sollen die nicht ein Recht haben, die alles andere Recht haben? Verstehe ich nicht? Nee, ich so recht. Die Quelle, der hat das nicht erfunden. Guck mal, ein Buch aufmachen und lesen. Ich freue mich. Ich habe die Buch mit dem LVW, der LVW, der LVW, der LVW, der LVW. Sag ich dir doch gar nicht. Das ist alles von deinem Buch. Ich werde das gerne nachfragen und dann kann ich dir auch gerne die Antwort geben. Ich habe hier. Hier kannst du das nie sehen. Ja. Meine Meinung nach Extrem. Es ist auf eine Weise, die das Fasten eines anderen nicht ungültig macht, wie zum Beispiel durch Masturbation mit der Hand oder mit dem Körper eines Frau oder seiner Sklaven, die nicht fastet. Wenn er eine Frau hat, Sklaven oder junge Frau, masturbiert er mit der Hand und das Gericht, das Gleiche gilt für die ungläubige Frau. Und es ist glaubig, mit ihr über den Intimbereich hinaus Geschlechtsverkehr zu haben. Wie sagt der Al-Quraym, wie er das sagt, das ist das Hadith und so weiter, kleine Mädchen, da steht ja auch das mit einem kleines Mädchen. Wie gesagt, ich sehe es, ich lese es, darum ging es mir nicht. Ich glaube, dass was der Horst da gesagt hat, dass er das liest, darum geht es ja gar nicht. Ich werde das gerne mal weiterleiten lassen und dann werde ich darauf antworten. Ich werde nicht aus irgendeinem Eid, nur weil das da steht, mir ecklisch ist. Du hast die Aussage, ist es auf ihn zurückzuführen, sag dies oder jenes, dann werde ich gerne darauf antworten. Ganz einfach. Ich habe hier den Link, ich will dir noch was nochmal sagen, den Link hast du die Fatwa und du hast die Antwort und unten die schreiben, es gibt andere Fatwa, die kannst du auch drücken, auch für kleine Kinder. Du hast mir das geschickt jetzt und ich werde es gerne weiterleiten. Du kannst mich, guck mal, bei Allah, du wirst mich nicht provozieren können oder irgendwie, bei mir nicht, vielleicht bei anderen, aber ich finde das lächerlich. Du hast mir die Quelle geschickt, gar kein Thema, danke und ich werde mich gerne darüber informieren. So, wo ist jetzt das Problem? Du hast ja vorhin eine Frage gestellt, können wir da bitte wieder zurück? Du hast gesagt, dass man kleine Mädchen heiraten darf. Nein, würdest du dann, nein, falls das jetzt hier, was du gesehen hast, wahr ist und gehört zu Scharia, würdest du trotzdem die Scharia wollen, wären die diese Mädchen egal? Was denn, was du gerade davor gelesen hast? Was du gerade davor gelesen hast oder was meinst du? Ja, ja, wenn das okay ist, dann würde ich dann so zu gehen. Würdest du sagen, trotzdem spielt die Karriere? Ich sage dir im Vorfeld, ich lehne das, was da steht, definitiv ab. Mit Brief und Siegel. Jetzt kommen wir mal wieder zum Punkt, weil man macht einen Punkt, zwei Punkte, nicht 15 Punkte. Du hast gesagt... Machst du quasi eine eigene Scharia jetzt hier auf, oder was? Äh, Johnny... Nein, nein, das heißt Taqiyah, Bruder, das ist die neue Taqiyah, die neue Taqiyah ist, ich lehne alles ab, aber ich bin Muslim. Ich lehne alles ab, obwohl Allah mir das alles befällt, aber ich bin Muslim und ich mache Taqiyah, bis wir die Oberhand haben. Und das ist das Gute, deswegen schreibe ich, weil ich verstehe diese Heuchler, diese hinterhältigen Menschen. Ja, du kannst gerne nennen, wie du magst. Ich weiß, dass mein Prophet ein Pädophil ist, ich weiß, dass meine Religion Pädophilie bevorzugt, aber ich bin trotzdem Muslim. Ich habe eine Frage jetzt, und das ist jetzt nur eine biologische Frage. Wann kann eine Frau, ein Kind, was auch immer, wie ihr es nennen mögt, ein Kind, jemand gebären? Wann kann man schwanger werden? Mit 18, mit eigener Bestimmung? Warte, das war nicht meine Frage. Darf ich das als eine Frau antworten? Man muss ja die Gesetze halten, hör auf, so ein Quatsch. Johnny, Johnny, sei mal kurz ruhig jetzt. Johnny, ganz ruhig jetzt. Darf ich jetzt bitte eine Frau antworten? War eine Frage jetzt, kann ich bitte die Frage beantwortet haben? Ja, ich antworte die gerne, diese Frage. Eine Frau kann ein Kind gebären, ein Kind bekommen, auf dem Zeitpunkt, wo ihre Gebärmutter ausgereift ist. Das kommt nicht nur mit Monatslotungen, weil da fängt es erst an. Oh doch, das kommt nach dem Nachmittag. Nein. Nicht davon. Nein. Ja, lassen wir das kurz beiseite. Wer hat das Recht? Nein, das lassen wir jetzt nicht beiseite, mein Lieber. Ich habe doch gesagt, ich akzeptiere das. Das lassen wir jetzt nicht beiseite, warte kurz. Du hast eine Frage gestellt. Eine 15-jährige Tochter dafür freigeben? Wieso ich mich so gut auskenne? Unikat, sag mal bitte, würdest du deine 15-jährige Tochter dafür freigeben? Ich werde hier immer gestummt und man lässt mich nicht ausreden. Was ist denn los mit euch? Ich habe mich kurz eine Frage gestellt. Lass mich kurz dann ausreden. Ja, bitte. Dankeschön. Wieso ich sage, dass es erst nach dem, wenn die ausgewachsen sind, die Gebärmutter gereift ist, dass es erst dann eine Frau-Kind gebären kann, weil die Gebärmutter, die Einleiter und so weiter ist alles. Das muss auch selbst mit Jahren gereift werden. In welchem Alter passiert nur? Unterschiedlich. Das Mindestalter. Da gibt es kein Mindestalter. Unterschiedlich. Also es kann sein, dass sie es mit 11 kriegt. Meine Cousine hat es mit 12 gekriegt. Also, also, ja, okay, das heißt dann, mit wieviel Jahren mit 12? Aber ich habe dir doch gesagt, mit 12 kann sie kein Kind gebären. Da fängt es erst an. Ja, da sagst du, mit Beleg ist, kannst du es belegen? Ja. Dann bring mir einen Bericht. Was denkst du, was, guck mal, kurze Frage. Was denkst du, wieso es bei kleinen Kindern mit 12, 13, wenn die Unterscheidung machen, dass die Ärzte es fast gar nicht sehen, Gebärmutter. Es ist so schwer, sie zu sehen. Guck mal, ich habe deine Meinung noch nie in meinem Leben gehört. Es kann sein, dass du recht hast. Will ich gar nicht verleugnen. Ich habe deine Meinung noch nie. Ich habe mich nicht auseinandergesetzt. Ja, ja, alles gut. Es kann sein, dass du recht hast. Es kann auch nicht so sein. Ist ja auch egal. Was, wann, wer bestimmt den Maßstab, wann jemand, jemand heiraten darf? Die Gesellschaft, das Gesetz, wer? Guck mal, kann ich dir kurz sagen, was in der Bibel steht? Was in der Bibel steht? Ja, ich sage ganz genau, was in der Bibel steht. Ja, bevor du das sagst. Wenn man höchentlich reif ist. Ja, bevor du das sagst, aber? Über diese monatsbegründigen Jahren. Genau. Nach dem, nach dem erst. Nicht ab dem Zeitpunkt, sondern erst später danach. Okay, was heißt dann, was für eine Zeit mussten vergehen, dass es danach ist? Wie bekommt du das mit neun? Beispielsweise. Wann ist danach? Schempo danach ist ein Jahr später. Was machen wir dann? Leugnen wir die Bibel? Oder was? Gibt es wirklich Mädchen, die ihre Tage mit neun bekommen? Martina? Davon habe ich wirklich nicht gehört. Ist auch nicht. Zwölf, mindestens zwölf, dreizehn. Ist doch auch gar kein Problem. Aber das heißt nicht nur, weil sie ihre Tage bekommen, dass wir sie missbrauchen sollen und schwingen sollen, obwohl sie weiß nicht, was schwanger ist und was schwanger ist. Außerdem, die Koran spricht nicht von, Koran spricht nicht von Menstruation. Die Koran sagt, hier vor Demonstration darfst du heiraten, sie scheiden lassen, sie benutzen, nochmal heiraten, sie scheiden lassen, nochmal benutzen, ohne Blutungen. Es steht nicht von Blutungen im Koran oder in unseren Fällen. Ich habe das Thema gerade nur aufgemacht, weil ihr redet, beziehungsweise Johnny, der steht ja für das Grundgesetz. Nimm doch das als dein Buch statt die Bibel. Unabhängig davon. Erstens hat das deutsche Grundgesetz nicht zu bestimmen. Es geht da nicht rum. Das deutsche Grundgesetz hat nicht zu bestimmen, wann der heiratet. Keineswegs. Selbstverständlich. Was ist, wenn du morgen mit einem einjährigen Kind kommst, sie und sie heiraten? Wie sollen wir ja sagen? Ich verstehe das nicht. Bei der Scharia, du darfst auch kleine Mädchen heiraten. Säuglinge sogar. Ja, das Ding. Kudabab Numa Dron hat die Tochter von Sobir an dem Tag geheiratet, wo sie geboren wurde. Mit dem Propheten, mit seinem Segen zusammen, ist sie gefeiert. Um das geht es. Wenn du sagst, die Scharia, du weißt nicht, was du da sagst. Du kannst dann ein kleines Mädchen heiraten, wenn der Sünder hier existiert. Junge, mach doch mal ein bisschen. Kann ich dir kurz sagen, was Ärzte sagen, wann eine Frau regelmäßig zum Frauenarzt gehen soll? Weißt du das ungefähr? Was, hast du mit mir geredet? Ja. Was hast du gesagt? Was hast du, weißt du, was sagen die Ärzte, ab wann eine Frau, ein Mädchen regelmäßig zum Frauenarzt gehen soll? Ach so, keine Ahnung. Ab 15 Jahren. Okay. Und was soll das machen? Weil auch, guck mal, weil auch ihre Knochen nicht aufgewachsen, auch ihre Beckenknochen ist nicht aufgewachsen, man. Das ist noch alles zu klein. Das ist nicht normal, ey. Das kann man nicht einem Kind machen. Stell dir mal vor, ein Ding von einem Mann, der 50 Jahre alt ist, und ein Ding von einem kleines Mädchen, die sechs Jahre hat oder fünf. Das passt nicht, Mann. Das gehört nicht dort. Und außerdem, man sollte keine Lust auf Kinder haben. Das ist krank. Das ist Pädophilie. Nur Kranke haben Lust auf Kinder. Gesunde Menschen werden nicht geil, wenn sie kleine Kinder sehen. Wirst du geil, wenn du kleine Kinder siehst im Schwimmbad oder am Strand oder beim Duschen? Nein, weil du normalerweise ein gesunder Mensch bist. Aber nur kranke Leute stehen auf Kinder und wollen das. Gesunde Menschen werden eher schwul, oder? Nein, ich meine, gesunde Menschen stehen nicht auf Kinder. Die werden nicht geil, wenn die kleine Kinder sehen. Was soll ich ehrlich sagen? Lieber schwul, anstatt kleine Mädchen, nur kleine Sohn. Ja, wenigstens sind die beide erwachsen. Beide auch. Was sagst du? Beide sind erwachsen, scheißegal. Die tun keinem was. Die sind beide erwachsen. Ja, so höchlich. Aber ein Kind wird benutzt, um seine Zustimmung. Was willst du da so von schwul? Die schwul, die schwul, die haben ihre eigene Mann. Die sind 18 Jahre älter als 8. Die können selber entscheiden oder so. Aber ein kleines Mädchen, die nicht Ja und Nein sagen kann. Ihr Junge, wie willst du das in einem Mann, der 50 Jahre anvertraut? Wie geht das denn? Martina, Martina, warte mal, ich sag mal was. Martina, was? Da musst du ein bisschen ehrlicher sein. Du musst dir mal vorstellen. Entschuldigung, es war Jerry, dass du dein Wort gefallen bist. Du musst dir mal vorstellen, da sind deine Geschwister, da sind deine Cousins. So musst du, da kommt ein Alter, sagt dir sowas mit den Macht. Was würdest du sagen, trinkt das in deine Seele mit? Das ist nicht, das muss nicht unbedingt. Das muss nicht unbedingt. Gesunde Menschen machen es mit älterer Frauen, mit ihren Zustimmung. Nicht mit kleinen Kindern. Keine. Guck mal, wenn wir heute einen Typ sehen, den sie ein kleinkind sieht und direkt wird, denke ich, der ist krank. Normal. Aber die will es jetzt gerade schön reden. Martina. Mega, mega. Die Gelehrte. Warte mal bitte kurz. Warte kurz. Die Gelehrten sprechen was von Kindern, geborenen Kindern. Nö. So. So klingt. Jetzt willst du hier schön reden, dass irgendwelche Kinder, die noch keine Mestration haben, oder erwachsene Menschen... Aber, warte, warte, wozu soll diese Heirat dienen? Okay, sagen wir mal. Aber wozu, wozu ist diese Heirat? Wozu soll diese Heirat dienen? Die kann kein Kinder gebären, die kann keine Verantwortung übernehmen vom Einhaus, die kann nicht kochen, die kann nicht waschen. Wozu willst du sie heiraten, wenn du nicht krank bist und pädophil bist? Wozu? Ich habe mal kurz eine Frage, beziehungsweise ich will mal kurz was sagen. Also ihr könnt noch so ausatmen, wie ihr wollt, ich schwöre euch. Das geht mir links rein, rechts raus, aber ich sage mir etwas dazu. Also, sorry, wenn es dir links geht, was keine Kinder geht, verpässt dich, du kleine Bastard. Du kleiner Pädophil, verpässt dich, du Kranker. Du sollst eingezeigt werden. Du, ekelhafte Typen. Keine Empathie, kein Mitgefühl. Warte mal, Martina hat erwähnt, dass es gibt Mädchen, die noch nie, nicht in Institution haben, bis, was weiß ich, bis welchem Alter. Aber das geht ja nicht um diesen Vers. Martina, die Gelehrte sprechen, was von kleinen Kindern, sogar Babys dürfen geheiratet werden. Nein, darüber habe ich gar nicht gesprochen. Da habe ich nur gefragt... Doch, du versuchst hier zu reden und im Gespräch zu führen, dass irgendwelche Kinder oder irgendwelche Menschen, also Frauen, Menstruationen, nicht haben, bis 18 Jahre. Wir reden über die... Wir reden über die Vers, jetzt von 60 Vers 4, oder nicht? Darüber habe ich gerade gar nicht gesprochen. Das war damals, ich habe nur gefragt, was dort genau steht, welche Wortwahl im Koran steht. Das war vor ein paar Tagen, habe ich Babu gefragt. Heute, der, ich weiß, ich habe seinen Namen gerade vergessen, der Mössam. Da hat mich gefragt, wann kriegt eine Frau Monatsbuddung? Ich habe nur erklärt, dass auch wenn sie Monatsbuddung kriegt, sie nicht gebärbereit ist. Sie kann kein Kind gebären. Das ist, ihr Gebärmutter ist nicht reif genug dafür. Ja, 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 auch ihre Knochen, Martina. Auch die Knochen. Ja, alles. Auch die Knochen, das muss, wenn eine Frau, wenn eine Frau ein Kind gebären will, wird ihre, unten, es öffnet sich, ihr versteht mich. Und wenn sie so kleine Becken hat, kommt das Kind nicht durch. Genau. Er kommt nicht durch. Und sie wird sterben. Viele sind gestorben. Außerdem, wozu, wozu, Martina, bitte, ich will nur eine Antwort. Und wozu dient der Heirat, wenn sie keine Kinder bekommen kann, wenn sie nicht Verantwortung übernehmen kann für die Familie, wenn sie nicht kochen kann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ganz ehrlich. Wozu? Also, sie soll dienen nur für diesen Missbrauch. Also, der Heirat dient nur für, damit er ein kleines Kind missbrochen kann. Und das ist nur der einzige Zweck, dieses Heirat. Sie kann nicht kochen. Sie kann, das ist kein Kind. Wir sprechen von vierjährigen, dreijährigen. Wozu soll der Heirat dienen? Nur für seine sexuelle Gelüste. Punkt. Müssen wir mal ehrlich sein, Leute. Ja. Richtig, Bruder. Ekelhaft einfach. Ey. Und dass sie das verstehen, es geht sogar noch um eine Scheidung. Die waren ja schon verheiratet. Das guckt mal, Leute. Da sage ich immer, viele von euch sagen, nein, es war eine andere Zeit. Es war okay. Nein, Leute, es war nicht okay. Es war Pädophilie. Diese Menschen, die das gemacht haben, waren kranke Menschen. Ein erwachsener Mann bekommt, wie gesagt, keine Erektion oder keine Gelüste, wenn er ein kleines Kind sieht. Sonst würden wir alle auf Kinder stehen, die im Schwimmbad oder am Strand oder überall. Würdest du sehen, dass die Männer alle die Kinder hinterhergannen. Nein. Nur die Kranken bekommen diese Erengung. Nein. Es gibt keine Erengung. Bruder, da sind einfach Pilos, die geilen sich auf kleine Kinder, auf kleine Mädchen. Ja, damals habe ich nicht gewusst. Gefährlich sind Menschen. Menschen sind das für unsere Gesellschaft. Man muss immer denken, man hat Kinder. Und die laufen auf der Straße. Und wenn die diese Scharia, wie er da haben will, die werden sich da aufgeilt. Da haben Menschen, Tiere, Autos, keine Chance mehr mit Auspuff. Die würden alles nehmen, diese Menschen. Die würden alles von vorne, hinten nehmen. Das habe ich nicht hoch, weil ich glaube nicht, dass wir einen Pädophil überzeugen können, dass es nicht okay ist, ein kleines Kind zu heiraten. Wenn du schon dreimal gesagt hast, Scharia und der Koran interessiert nicht die Suchen, die ich hier vorgelesen habe, wo alles, und der horchelt immer rum, Junge, dein Koran befehlt dir, dass du mich tötest, dass du hier lebst und alles erobert. Er sagt, das interessiert mich nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Also, das war für mich zu viel. Er ist gesagt. Hi, Christoph. Ich schau mal an allem erst mal. Ich würde es Ihnen sagen, das war für mich sehr viel. Also, wir reden über Quellen, wir lesen über die Quellen, wir recherchieren auch zusammen. Und trotzdem mit so einer Antwort, also ich bin Schock. Ich bin nur sprachlos. Ja, weil das nicht seine Hintern, wie ich immer sage, das ist nicht seine Körper. Deswegen geht er so damit um. Und ihm ist es egal, ob er seine Religion siegt. Ja, und er will ja die Scharia, hundertprozentig. Und ich wollte ihn mal fragen, weißt du überhaupt, was Scharia bedeutet? Das ist die Frage. Mir ist es egal, der will es. Der will es einfach, mir ist es egal. Weil vielleicht steht er auf sowas, vielleicht hat er Lust auf sowas, vielleicht will er Kinder haben als er Frauen und Sklaven. Vielleicht will er das. Wie gesagt, diese Leute sind krank. Die verteidigen eine kriminelle Ideologie. Das ist noch nicht mehr zu fassen. Man kann beim Kindermissbrauch nicht relativieren, nicht schön reden. Nein. Nein. Kinder dürfen nicht angefasst werden. Die Schäden, die davon kommen, kannst du gerne einen Arzt fragen, einen Psychologen fragen. Du tötest dieses Mädchen an dem Tag, wo du sie anfasst. Tötest du sie, ihr Leben ist fertig, ist vorbei. Oder da war? Ja, ist vorbei. Werden hier so mythische Fahibücher erwähnt? Ja, ich weiß nicht, nicht alle. Eine Frage in den Kommentaren von dem Jungen Mann. H.D.N.Z. Werden hier so mythische Fahibücher erwähnt? Ja, nicht nur in Büchern, wo der auch in dem Koran steht, dass alle Gelehrte sagen damit, es gibt ein Ijmer, also es gibt keinen Zweifel, dass man es machen kann. Es gibt keinem Alter für den Heirat. Es gibt auch keinem Alter für Sklaven, Kindermissbrauch. Das kannst du auch, das in deinem Eigentum, das machen damit, was du willst, du musst hier nicht heiraten. Es ist nicht immer um heiraten, allgemein um Kindesmissbrauch. Weil in dem Islam musst du nicht unbedingt ein Kind heiraten, um dann zu missbrauchen, sondern du kannst ja auch Sklaven haben, die Kinder wären und die Kinder gehören dir. Du kannst sie nehmen zu dir im Schlafzimmer, du kannst die Mutter am nächsten Tag verkaufen und das Kind behalten und das ist dein Recht. Und das ist das Problem. Wir reden natürlich nur mit Sahihs und Koran und so. Es wird hier nichts. Also auch Aisha sagt mit ihrem eigenen Mund, wer hat mich mit sechs geheiratet, du bist mit neun geschändet. Genau. Und das will mir, wie du gesagt hast, wie die Schwester Martina gesagt hat, der Körper ist nicht vorbereitet. Die kann nicht denken, die kann Sachen nicht analysieren, die kann nicht, ich weiß nicht, das ist keine erwachsene Frau. Sie hat nicht mal ihre Zustimmung. Ja, es ist ja nicht so. Es ist ja nicht ohne Grund in Deutschland. Erst ab 18 eine Heirat möglich und mit 16 muss man auch die Eltern fragen. Man kann auch davor heiraten. Ja, man kann heiraten, aber man muss erst mal die Eltern fragen mit 16. Du kannst dich kurz beruhigen. Ich beruhige mich bei dem Thema, das geht mir sehr nah. Ich verstehe, mir auch, glaubst mir, mir auch. Aber mit mir kannst du wirklich einen Mann tun. Martina, ich bin voll sauer, ich kann nicht mit diesem Thema. Ich werde auch da sauer. Es ist normal, es tut weh, ehrlich. Vor allem, da sind Leute, guck mal, ich muss das vorstellen. Die kommen, ich sage, aus solchen Ländern, so arme Länder, aus Kriegsgebieten und so weiter. Letztendlich kommen die nach Deutschland, weiß Europa, die öffnet ihre Türen für die solche Menschen. Die bekommen Häuser, die bekommen Wohnung, Essen, Nahrung, warme Bude und so weiter. Letztendlich, die mussten halt Schulungen und so was machen. Und dann kommt irgendwann zu dieser Staatsangehörigkeit. Und dann haben die halt diese, zu diesem Grundgesetz, mussten die dann halt schwor ein. Die mussten halt schwören, dass da nicht über alles, nicht über das Grundgesetz geht. Und da schwören die auch darauf, ne? Die eben nur den Rand tun. Was ich meine. So, und das vergessen, weil die schwören erstmal, dass da Grundgesetz nicht widersprochen wird, nicht kaputt zu machen ist oder irgendwie, was weiß ich, da gibt es ja so ein Eid, ne? Letztendlich, wenn die alles fertig ist und wenn wir es in der Tasche haben, diese Staatsangehörigkeit und so weiter und dann siehst du, was der Typ sagt, mein Buch ist über, sei Koran, ist über diese Staatsgrundgesetz, ne? Da sind so vorsichtig oder am Heuschel, die vergessen schnell die Gutheit, was die Deutschen nennen gibt und so weiter. Das finde ich sehr, sehr traurig. Deswegen sage ich, da sind immer Taqiyah, ich muss es immer im Kopf haben, die haben immer ein Hintergedanke, diese Menschen. Und das ist ja, das ist ja das, das ist die Ideologie von ISIS, dass du den Ungläubigen leugnest und du deine Religion erkennst, dass deine Religion vor alles steht, das ist genau das, was fehlt für einen Terrorist. Der hat alle die Voraussetzungen als ein Terrorist zu werden. Wirklich, der Typ muss da angezeigt werden, Leute, wirklich. Ja, der hat das schon alles bestätigt. Babu, kann ich was dazu sagen, Babu? Ja, gerne, Bruder, du bist doch hier auch admin. Also, ja, schon, aber ich supporte ja den Stream sehr gerne und ich bringe auch jede Menge Leute rein mit liken und teilen. Also ich habe schon sehr viele Leute, was ich mir halt nicht wünsche, dass der Stream hier an Niveau verliert. Also vorhin hat der Jakobus ja schon gut angefangen mit Quellen, ein Gespräch zu führen, aber immer wieder wurde das dann ja dann auch unterbrochen. Und ich habe da auch keine Lust so ein bisschen, dass der Stream jetzt hier, ne, also ich will ja den Leuten oder den Zuschauern ja auch das schöne Gegenteil präsentieren. Das, was der Jakobus halt macht, der vertritt halt den Christentum hier in dem Stream. Und das macht er auch sehr gut. Aber zu dir, Johnny, du bist ein feiner Kerl, aber manchmal sprichst du halt ohne Wissen, ohne Quellen und da verlieren wir einfach das Niveau von dem Stream, weil es gibt hier genug Zuschauer, die sich vielleicht nahe überlegen. Ich bin einer zum Beispiel davon, wo mir dann selber Gedanken gemacht hat irgendwann mal, ist das eigentlich der Glaube, wo ich glaube, ne. Aber wenn wir so mit der Keule kommen, gut, ich bin auch manchmal dafür, wenn da einer reinkommt und, keine Ahnung, mit blöden Manieren, dass man den absäbelt. Aber der Typ hat ja einfach dann angefangen, in den Tafsieren zu gucken und es vorzulesen und das hätten wir ihm dann auch weiterführen lassen. Und ich habe echt keine Lust, dass das Ding hier so ein bisschen in die politische, rechtsradikale Richtung gelenkt wird, obwohl wir nicht so sind. Das hat weiter einen Beitrag dazu. Putin, ich liebe dich doch, ja. Na ja, mal pratern. Martina? Ja. Entschuldigung. Ja, Pratina, sag Betty. Ich habe eine Frage, ja. Wenn ich doch als Mann dich annehme, ja. So, als Frau. Ich liebe nur dich. Gott macht mich mit dir eins. Sag mir, bist du eine Gebärmaschine? Weil es gibt ja dann noch andere Frauen, die ich noch nehmen kann. Du bist ja keine Gebärmaschine. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Genau, genau, genau. Warum? Ich würde lieber irgendwas von mir abtrennen, als dass ich sagen würde, ja, jetzt liebe ich diese Frau weniger oder ich nehme eine andere Frau als dich, wenn ich dich doch liebe, oder? Ganz genau. Guck mal, darf man sich trennen, beziehungsweise scheiden lassen, wenn eine Frau kein Kind bekommen kann? Eigentlich, eigentlich ja und nein. Gül, bist du das? Ja, Brot. Äh, Alter. Man hört sich schlecht. Entschuldigung. Sie dürfen eine andere Frau haben, ja. Und weil eine von denen, so sag ich mal, wie heißt das, ein Grund zum Beispiel, ja, ein Grund, sag ich mal, du kannst keine Kinder jetzt gebären und so, dann muss ich jetzt zweite Frau haben. So geht das. Also das ist so ein Grund, als zweite, dritte und vierte Frau zu haben. Nein, nicht nur das, auch wenn ich jetzt gebären möchte. Ich habe quasi nicht über Islam gelebt. Entschuldigung. Nee, aber das ist auch so ein Grund. Also ich kenne das, ich weiß das, ja, und ich hatte auch eine Bekannte, die die so gemacht haben. Was haben die gemacht? Also, sie könnte ja keine Kinder kriegen. Mhm. Und der Mann hat die zweite Frau genommen und das Grund war, dass sie keine Kinder bekommen hat. Also, so was wie so eine Ersatzgebärmaschine dann. Ja, und die dürfen ja vier Frauen haben. Genau. Reden wir jetzt über Islam oder über Christen? Nee, das ist Islam. Nee, das ist Islam. Nee, die hat die Frage über Christen jetzt gestellt. Ach so. Kann sein, kann sein, Jakobus. Gül, Janem, was ist los? Ich dachte, ich bin Islam und ich habe nicht gehört. Nee, deswegen. Ich denke, ja, wie sind doch alle Christen, was ist da los? Ja, sind wir jetzt muslimisch jetzt? Vier Frauen, heiraten eine andere. Martina, Martina, unser Gott hat uns gesagt, wenn wir eine Frau zu unserer Frau nehmen, dann haben wir die Frau auch anzunehmen bis zum Tod, bis der Tod uns scheidet, anzunehmen. Und ich würde sie sogar heiraten, nochmal heiraten, nur um ihr zu zeigen, selbst wenn sie in einem Rollstuhl wäre, dass sie meine Frau ist. Hunderttausendprozentig wird, ich würde mich lieber, ich würde niemals sie ersetzen oder tauschen gegen einen anderen Menschen. Und das würde Allah oder unser Gott niemals wollen. Niemals. Wirklich, das sage ich nicht wegen der Gefälligkeit. Genau, adoptiere Kinder. Und das war's. Was gibt's noch Schönes? Ist es besser, ist es besser wirklich, bevor du noch ein Kind hier auf die Welt setzt, adoptiere lieber einer, der schon da ist. Genau, wunderbar, der ist gut. Guck mal, was mein süßer Bruder, ich liebe ihn. Guck mal, ich bin die ganze Zeit über Islam. Aber hier in Deutschland ist es ganz schwer, ein adoptiertes Kind zu adoptieren, weil du musst jetzt so viele Sachen vertreten. Das ist aber auch richtig, das stimmt. Aber weißt du, warst du schon ganz schön streng geworden? Ja, weil die Maßstäbe höher sind. Du musst ja verantwortlich sein. Du musst ja die Möglichkeit haben, diesen Kind auch zu versorgen. Du musst ja nicht so alt sein, dass du stirbst und ihn dann hinter dir lässt. Ich glaube, dass diese Gesetze haben schon einen Grund und ich finde, die sind gut. Wir sollen nicht einfach Kinder an den Menschen geben. Nein, genau, wir geben dir auch keine Hunde, bevor wir die Menschen kontrollieren. Sogar Tierheim kontrolliert bei dir zu Hause, bevor sie dir einen Hund geben, ob du genug Geld bekommst. Du gibst auch Geld als, wie heißt das nochmal, du musst ja auch zahlen und so. Und dann sollst du ja auch bei Menschen... Entschuldigung, ich muss mich mal eben kurz erklären. Also, ganz ehrlich, ich verteidige hier die Demokratie und das Grundgesetz. Ja, und ich möchte nicht hier in eine rechtsradikale Ecke geschoben werden. Das möchte ich nicht. Keine Sorge, keiner denkt was Falsches über dich, Nazi. Hey, Johnny, hast du irgendwas für dich gesagt? Nein, der Kanzler ist gekommen und hat gesagt, dass er die Leute abgewirkt hat. Nein, ich kann das nicht zulassen. Johnny, eine radikale Scharia verteidigen, auf Teufel komm raus, das geht nicht. Und wenn ich dann in eine rechtsradikale Ecke schiebe, das mag ich nicht. Das ist auch nicht meine Intention. Nein, der hat das nicht so gemeint, wie das verstanden hat, Johnny. Er meinte, das sollte nicht in eine politische Strähne gehen. Pass auf, das ist immer politisch. Es muss um die Politik gehen, weil die Scharia politisch wird. Wir reden jetzt nicht von Scharia, Johnny. Was? Wir haben gerade nicht von Scharia gesprochen. Nein, nicht eben, aber... Da sei ja, hallo. Wir reden, wir haben gerade gesprochen über Kinderadoptieren. Nein, der Putin. Nein, vorhin waren wir so mit eingesprochen mit so einem Dämon. Nein, ich möchte gerne mit Putin reden. Bitte, Johnny. Was war... Ich habe jetzt... Warst du eben da? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nein, ich war kurz draußen. Nein, pass auf. Also ich bin Demokrat. Mein Gott, ich glaube, hier sprechen manche mit sich selber oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, lassen wir kurz aussprechen. Um was geht's? Ja, du hast ja eben gesagt, dass ich so in eine rechtsradikale Ecke... Nein, nicht du. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Sondern der Stream, der Stream an sich, der sehr niveauvoll ist, wo ich merke, alle sind... Oder der Babu ist mega Profi, Jakobus, der bringt dir Quellen mit Verse, mit allem drum und dran. Das ist alles wasserdicht. Und dann sollten wir den Stream auch niveauvoll lassen, weil die Zuschauer, die könnten das schnell mal so in die Ecke schicken. Was weiß ich was. Und die warten ja nur darauf, dass die uns jetzt hier, was weiß ich, in den... Nein, pass auf Putin. Ich verstehe dich vollkommen. In der Sache verstehe ich vollkommen. Pass mal auf, es gibt hier viele Leute, die den Stream hier aufnehmen und sich bei ihren Seiten posten. Und deswegen müssen wir halt auch das... Deswegen, wenn wir was sprechen, müssen wir auch mit Quellen und Beweise kommen. Und weil sonst stellen sie den Babu schnell schlecht dar und sagen, guck mal, bei dem Stream, wo dir was weiß ich was erzählt, das sage ich nur aus der anderen Sicht, nicht aus deiner Sicht. Ihr habt ja auch gleich gesagt... Guck mal, was dem hier... So aus Sicherheitsgründen Putin war. Leute, Leute, hör mal, was die Typen hier geschrieben hat, dem es gerade war. Guck mal, was die Typen hier geschrieben hat, gerade diese Unikat, was sie mir geschrieben hat, gerade im Privat. Du bist ein Respektloser. Wenn du was sagen hast, dann in meinem Gesicht, weil das zeigt davon Männlichkeit. Zeig doch dein Gesicht beim Live. Wieso hast du Angst? Arme Seele. Wie soll ich mit solchen Menschen im Respekt voll sprechen, Leute? Sorry. Das geht ja nicht um den Mensch, Babu. Das geht ja um die Zuschauer hier und um die Anwesenden. Das geht ja nicht um ihn jetzt. Wenn der jetzt reinkommt mit der Türe durch die Wand, dann kriegt er schon seine Portion. Ja, seid ja schon fit genug, um ihn schlafen zu legen. Oder, Babu, solche Menschen, solche Dämonen hast du gang und gäbe, die kommen und gehen wie Gespenster, weißt du? Rein in deinem linken Ohr, mit 1001 kmh Schallgeschwindigkeit, raus aus der Rechte, gar nicht hören, gar nicht hören. Zum Beispiel der Tito, der kommt rein und nimmt den live auf, soweit er passt, der schneidet ihn zurecht und holt ihn auf seiner Seite. Putin, hörst du, ich kann nicht verstehen, das ist ja auch deren Taktik, da Sachen abzuschneiden oder was weiß ich was zu machen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir, wenn ich was sage, dann meine ich das immer im Sinne des Grundgesetzes und im Sinne der Demokratie. Ich mache hier niemanden in irgendeine Ecke. Ich will einfach hier nicht, ich will einfach nicht die Scharia hier, dass die hier etabliert wird. Und wenn wir den Leuten eine Bühne geben, dann dürfen die hier nicht so menschenverachtenden Sachen sagen. Das dürfen die einfach nicht. Und wenn die das aufnehmen, sollen sie es aufnehmen. Die können das sowieso nicht gegenbeleidigen. Du meinst, mit Scharia meinst du so nach dem Gesetzen? Aber der Typ ist radikal. Wie soll man mit ihm freundlich sein? Eine radikale Ideologie braucht eine radikale Antwort. Okay, ab wann ist denn ein Mensch volljährig im Islam? Wisst ihr das überhaupt? Ich bin ab sechs. Also ab dem Moment, wo die Menstruation oder wenn ich pubertär bin, dann bin ich erwachsen, richtig? Das ist eine interessante Frage. Babu, was sagst du dazu? Ja, richtig, richtig. Die Merkmale sind körperliche Merkmale, also Haare, Haare. Genau, das sind die Menstruation und genau das zum Beispiel. Also wenn meine zwölfjährige Hand schon Schamhaare unten bekommen hat, dann kann sich ruhig meine Hand von meiner klauenden Hand trennen, richtig? Also eine Kinderhand trennt sich dann vom Arm. Also das kann sich ja gar keiner vorstellen, dass derjenige das auch für seine Kinder wünscht. Wenn sein Sohn oder seine Tochter, sagen wir mal zwölf Jahre, einfach mal so mit Fantasie. Könnte sich das jemand vorstellen von euch, dass sich diese Hand von dem Körper trennt? Nein, niemals. Wir würden alle, wir würden Kacke essen für unsere Kinder. Ganz klare Kiste. Und wir würden alles tun, damit diese Hand dran bleibt. Also wer kann das damit vereinbaren, wenn das von Gott kommt? Tut mir leid, da hat der Johnny recht. Das hat nichts mehr mit unserem Gesetz oder dem Gesetz der Bibel zu tun. Überhaupt nicht. Also ich kann das nicht annehmen. Tut mir leid. Besonders mit einem alten Mann, der 53 Jahre alt ist, da würde ich nicht mal, selbst wenn sie zwölf oder dreizehn wäre, was soll ein Kind mit einem 53-Jährigen? Ja Mann, so meine Geschwister, ich verabschiede mich erstmal. Ich habe nur noch fünf Stunden zu pennen. Ich muss schon wieder los, deswegen. Ihr müsst laufen. Gute Nacht, ich gehe auch gleich. Ja, tschüss. Außerdem Leute, man muss ja auch eine Sache denken, einen Mädchen oder eine Junge in diesem Alter, sechs, fünf, vier, da gibt es kein Unterschied, es gibt ja keine SRX-Merkmale. Eine Junge hat keine Brust, eine Frau auch nicht. Also wenn er eine kleine Mädchen von sechs Jahren attraktiv findet, findet er genauso eine Junge von sechs Jahren attraktiv. Meiner Meinung nach ist er keine Unterschiede. Also ich könnte mich sowieso an einem Kind niemals, also in gar keinem Fall erregen. Und ich verstehe auch nicht, wie man das überhaupt, also in dieser Situation, selbst wenn ich jetzt mit einer sechs- oder neunjährigen zusammen wäre, ich könnte mir nicht mal vorstellen, dass da, da gibt es nicht diese Merkmale, die ich schön finde. Richtig. Ja, bei so einem Kind, also ich könnte mich nicht daran erregen, überhaupt nicht. Also es gibt nicht mal diese Merkmale von Männlichkeit, wo ich sage, boah, boah, ist die geil. Also das kann ich mir bei dem Kind einfach nicht vorstellen. Da verstehe ich den Bruder ganz klar. Darüber kann ich überhaupt nicht nachdenken. Nee. Nee. Nee, das nicht. Mir geht es nicht gut. Zu einem Gül, meine Rose, meine türkische Rose, ist das so, könntest du dich jetzt an einem pubertärenden Jungen, der zwölf Jahre alt ist, nur weil er jetzt halt geschlechtlich in der Lage wäre, angenommen, Kinder zu zeugen, könntest du dich an diesem Jungen irgendwie in irgendeiner Form erregen, andersherum geht es bei mir auch nicht. Nein. Das ist das, was ich versuchte, ihm zu erklären, der hat es nicht verstanden. Genau. Nur eine Kranke, Pädow, erregt sich beim Kinder. Punkt. Es war damals krank, er ist heute krank, die wussten nur damals nicht, was es ist und die konnten die Männer nicht widersprechen, weil die Männer waren in Macht und es gab keine Demokratie. Punkt. Also ich kann dir sagen, Babu, wenn jemand bei mir, wo ich noch in Zeiten im Gefängnis saß, ja, also hab's richtig, ich hab richtig im ekligsten Berliner Gefängnis gesessen, aber ich kann dir sagen, wenn einer davon reinkam, der hatte keine leichte Zeit, ja, und dasselbe würde dann auch den Vorbild vorbestimmt sein, wenn er jetzt hier wäre, in dieser Zeit, wenn einer Neunjährige knackt und dann bei uns im Gefängnis reinkäme und sagen würde, ja, Dau, guck mal, was der, ich hab das und das gemacht, das steht bei uns in den Büchern, so, das ist eigentlich Halal, ich würd denen die alles Mögliche antun. Definitiv. Ich würd meine gute Herzen vergessen. Sie hat mich aus der Fassung, die Börserin ist auch verständlich, die nehmen es auf den leichten Schultern, sie sagt am Ende, es geht mich nicht an, das alles, interessiert mich null. Warum, weil lässt du mich hier, dass ich mir meine Energie mit dir verstehe? Ich würde mir wünschen, das würden Sie ihn machen, ich würde mir wünschen, das würden Sie diesen Typ hier, der gerade hier oben war, ich wünschte mir, der wird vergewaltigt und wird unterhalten, dass die Kühe, was das jetzt. Was meinst du, Martina? Ja, es ist besser, wenn man sich einen Müllstein um den Hals bindet und sich ins tiefste Gewässer wirft, also so sinngemäß, als dass man Anstoß an einem Minderjährigen findet, ja. Es ist besser, Selbstmord zu beginnen, als die Umstände in Sünde zu bringen. Genau, stell dir mal vor, was für eine Sünde ist das? Also, wir wissen ja, Selbstmord ist größte Sünde, ja. Und wenn du ein Kind anfasst, das ist noch schlimmer, als du dich also tötest. Ja, weil es sind ja auch die Schäfchen des Hirten, ne? Stell dir mal vor, was da dort abgeht. Wie schlimm muss das auch Jesus oder unser Gott, wie schlimm muss er das empfinden, wenn man, ja, ein minderjähriges Kind, so minderjährig in diesem Alter halt noch, auch wenn es Menstruation oder ein Junge, das schon in der Pubertät ist, wenn er das vergutheißen wird, obwohl es noch nicht komplett entwickelt ist, ausentwickelt ist, ja, sagt, ja, ist Gebärmaschine oder Produzent. David, weißt du, damals, damals, die Frauen hatten ihre Periode ein bisschen später bekommen und jetzt, die Tage, ne, ab dieser Generation ist noch höher, da ist alles Kermone, verstehst du? Aber damals waren sie Kermone und die hatten es damals ein bisschen später gekriegt. Und Aisha. Ich weiß. Ja, richtig, die hatten auch weniger Essen, die hatten nicht alle, ja. Und Aisha, wie ich das weiß, Aisha hat ihre Periode, wo sie 15 oder 17 war, zwischen 15 und 17, mit dem 9 sogar. Also, ich würde das jetzt nicht mal alleine auf Aisha beziehen, auch so, selbst wenn sie 15 war und ihre Menstruation hätte, ich würde mit 34 jetzt sie nicht ansprechender fühlen. Ja? Warte kurz, warte kurz, warte kurz, 16 Jahre vor der Schule. Was? Wie bitte? Ein Gregory Best hat geschrieben, die Frankfurter Schule pusht die Pädophilie. Er soll wissen, welche Schule und das soll dort direkt gestoppt werden. Ja, die Frankfurter Schule sagt er aber nicht die biblische Schule. Das ist nochmal ein Unterschied. Im Koran sagt, also aus der Koranexegese heraus sagt er, die Schule schon heraus, dass es in, dass es in diesem Fall Halal wäre, ja. Axionistenschule. Ach Gott. Ich möchte das gar nicht schlecht drehen mit dem Koran und so. Ich hatte auch noch nie in diesem Umfang wie hier so einen negativen, ja, so einen negativen Einfluss wie jetzt. Ja, ich habe das nie so bewusst gelesen, aber das eine oder andere leuchtet mir schon ein, wenn ich jetzt so zum Beispiel Babu Ex-Muslim zuhöre und die Koranverse nochmal bewusst durchgehe. Ich habe den Koran vor der Bibel gelesen und da habe ich das noch nicht so gelesen. Da leuchtete mir alles so easy peasy ein, auch wenn ich es nicht angenommen habe und erst die Bibel. Aber wenn man das dann nochmal bewusst durchliest, das ist doch, also ich meine eine Frau, die ich liebe, das alleine schon, abgesehen von der Embryologie-Theorie im Koran, sondern wirklich nur von dieser Frau. Wenn Gott mich mit einer Person eins macht und sagt, wenn du eine andere Frau hast, ist das Unzucht und mir von einmal verspricht, ich darf vier Frauen haben oder ja, in dem Fall wie Mohammed, mehrere, ja, das ist Unzucht und das ist nicht korrekt der Frau gegenüber. Es mindert diese Frau, die ich über alles liebe und diese Frau ist doch gleichwertig mit mir. Genau. Das kann ich doch, ich kann sie doch nicht ersetzen, selbst wenn sie nicht gebärfähig ist, ja, dann ist es halt ein Urteil von Gott, dann ist es halt so. Aber ich kann sie doch nicht ersetzen mit einer anderen Martina 2.0, das geht doch gar nicht. Du bist voll romantisch. Aber weißt du, was das Schönste ist? David hat den Herr gefunden durch den Koran, ne? Er wollte erst mal Koran lesen, er wollte damals Muslim werden, aber durch Koran hat er den Herr gefunden. Wie war das jetzt? Das war so bei mir. Ich habe ja die Shahada nie gesprochen, zum Glück. Und ich habe mehrere Jahre erst den Koran gelesen und dann kam ich zu der Bibel und, ähm, aber die Muslime zum Beispiel, ich unterscheide Islam und Muslim unterscheide ich komplett. Komplett. Die sind zwei verschiedene Schuhe. Und, ähm, so wie du sagst, ja, dann bin ich zur Bibel, ich war sofort verliebt. Ich habe, das war ja eine Zelle gewesen im Gefängnis und ich sage dir, ich habe mich gefreut auf den Einschluss, damit ich in meinem Bett liegen kann und die Bibel lesen kann und so. War richtig schön für mich. War richtig schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Also der Herr sagt, meine Kinder hören meine Stimme und die folgen mich. Amen. Egal wo du bist, egal wie du bist, egal welche Religion du bist, einfach, wenn du dem Herrn gehörst und du bist ein Kind Gottes, dann hörst du seine Stimme und folgst du ihm. Genau. Ich hatte auch bei dem lieben Herrn Jesus Christus, hatte ich nie das Gefühl, weil er hat nicht immer gesagt nach jedem Satz so, ja, fürchte mich. Ja, wie soll ich dich denn lieb fürchten oder was? Soll ich dich lieben und fürchten? Nee, das stellt unser Herr nicht in Voraussetzung. Unser Herr setzt in Voraussetzung zum Beispiel, dass du den Nächsten liebst. Nicht mal nur alleine ihn, sondern dass du auch Menschen, deine Mitmenschen lieben sollst. Aber als Gott sollst du ihn natürlich alleine lieben. Das ist klar, das ist für mich selbstverständlich. Aber ich habe sofort gemerkt, dass der liebe Herr mich übertrieben liebt, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, ja, sag mir mal bitte, Martina, wo sagt, oder Gül, wo sagt denn Allah, dass er dich liebt, wie sehr er dich liebt. Sag mir, wo sagt der liebe Allah, dass er dich liebt als Frau. Und wo sagt unser Gott in der Bibel, die Bibel ist die reinste Liebeserklärung. Das wissen die gar nicht, die meisten. In der Koran steht, dass Allah liebt keine Sünder. Ja? In der Bibel steht, Gott liebt die Sünder, aber nicht die Sünde. Genau. Zwei verschiedene Sachen. Ja, definitiv. Und deswegen, wir wissen doch, der Gott uns sehr, sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns geliebt hat, dass wir alle geritten haben. Amen, natürlich. Natürlich. Gül, sag mir bitte, wer von uns ist kein Sünder? Alle. Eben, also hasst Allah in dem Fall alle. Natürlich. Und unser Gott sagt, er hasst alle Sünden, aber er liebt jeden Sünder von uns. Das ist nochmal der, genau, das ist der Unterschied, den du gerade angesprochen hast, dass es nochmal, dass die anderen das verstehen. Vielleicht sind die welche, die haben keine Ahnung. Und deswegen sage ich immer, liest mal die Bibel und lasst euch recherchieren, selbst recherchieren und würden auch finden vieles noch, vieles, vieles Wahrheiten. Koran ist verbogen, A bis Z. Es gibt fünf, kann ich ganz gut eine Geschichte erzählen, was ich genau heute erfahren habe. Ein Freund von mir ist vor einem halben Jahr, circa, von Christensen, er war Autodox, zum Islam konvertiert. Und vor drei Wochen ist er wieder zu Jesus gekommen. Und er hat sie gesehen, er weiß nicht wieso, er weiß nicht wie. Er hat einfach diesen Drang gespürt, um Jesus um Hilfe zu beten. Er wusste, nur er kann ihm helfen. Am nächsten Tag hat sie jemand gerufen und hat gesagt, mir geht es wieder besser. Amen. Und dann ist er wieder, der hat sich erbekehrt. Ja, also wir sehen da schon, ja, dass der Herr die Wahrheit ist. Guck mal, wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, woran wir gehen. Wir wissen den Weg. Der Herr Jesus sagt auch, ich bin die Wahrheit und den Weg. Ja, und das lieben. Und deswegen, ich bitte an jeden, dass sie ein bisschen von der Bibel liest und ein bisschen recherchiert. Weil in der Bibel steht so schöne Sachen. So immer erzählt der Herr über Liebe, ja, über das Paradies. Unser Paradies wird alle, also Geschwistern sein. Also wir würden keine Bunga-Bunga haben, wie in dem Islam Paradies ist. Da ist das richtige, Gott soll mir vergeben, puff. Also, das geht gar nicht. Und deswegen recherchiert mal bitte über den Herr Jesus und wird auch die Wahrheit sehen. Wenn ihr nicht was versteht, einfach knien und bietet. Sag her, ich verstehe das gar nicht. Bitte hilf mir dabei, dass ich das verstehe. Er offenbart sich dann auf jeden Fall und so wie du auch gesagt hast. Auf jeden Fall, sag mal her, wer bist du? Welcher Gott bist du? Bist du Allah oder bist du hier? Gott lässt dich nicht hängen. Gott lässt dich niemals hängen. Niemals. Er ist gerecht. Unser Gott ist gerecht. Weswegen sagt er, fragt, hinterfragt, recherchiert. Wenn zum Beispiel, guck mal im Koran, du darfst nicht hinterfragen, okay? Du musst das annehmen, wie das ist. Aber in der Bibel sagt, recherchiert, hinterfragt. Wenn ich lüge, zum Beispiel David, ich lüge dich, ne, Bro? Was für Takir oder was? Warum fragst du, ne? Ich hab doch dir gesagt, Allah, ist fertig. Du musst mir glauben, wenn ich lüge. In Kesslan. In Kesslan, ja. Aber wenn ich dir zum Beispiel, wenn ich dir Wahrheit erzähle, sage ich dir, David, Bro? Hör doch, hinterfragt doch, geh, fragt doch, weil ich dir die Wahrheit gesagt habe. Genau, warum sollte ich etwas nicht hinterfragen, was die Wahrheit ist? Genau, das ist ein im Koran bisschen anders. Oh, ihr Gläubige, hinterfragt nicht das, was euch verborgen liegt. Viele vor euch haben das schon getan und sind vom Glauben abgefallen. Und ja, warum? Warum sind die wohl abgefallen? Das ist der große Unterschied. Also, das sind Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten füllen dich zu der Wahrheit. Also, Babo, Bro, Dankeschön, dass ich hier durfte. Ich fühle mich nicht fit wie früher. Ich brauche Zeit für mich. Wenn ich wieder fit bin, dann mache ich meine Debatte immer Vollgas. Also, Gottes Segen an allen, ich wünsche euch, dann bis später. Jerry, Gottes Segen, Bro, du bist auch erkältet wie mich, glaube ich. Du hast ganz gut gesprochen, also, warum wir es jetzt reinhauen, na, hör mal. Bro, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe vor zwei Wochen meinen Vater verloren. Oh, nein. Ja, und mir geht es überhaupt nicht gut. Ab und zu komme ich ja rein, wenn jemand mich hochnimmt. Von Respekt komme ich ja hoch, aber für kurze Zeit, dann bin ich wieder raus. Ich muss erst mal wieder Kraft sammeln und wieder zu dem Herrn arbeiten, weißt du doch. War dein Vater, war der Gläubiger, wenn ich fragen darf, Entschuldigung, wenn ich das so frage? Nee, kannst du ja fragen. Ja, natürlich, also meine ganze Familie, ja. Wir sind kommentiert und wir sind ja alle Christen. Boah, hallelujah, ja. Prozent, 70 Prozent von meiner Familie sind schon kommentiert, die 30 Prozent noch nicht, aber wir sind immer noch im Gebiet. Dankeschön, Riesam. Wunderbar, ja. Genau, und ich weiß, dass mein Vater bei den Herren ist, weil bevor er stirbt, ne, vor drei Minuten, also, bevor er stirbt, stirbt, ich habe die Bibel geöffnet, 1. Johannes 1, 1 habe ich gelesen, am Anfang war das Wort, und das Wort war... Das Wort war bei Gott. Genau, das habe ich gelesen, dann hat er mich von dem Krankenhaus angerufen und haben gesagt, dass mein Vater nicht mehr da ist. Da habe ich Gott, danke dir für diese wunderschöne Wörter, du hast dein Wort gesprochen und jetzt mein Vater ist ewig mit dir. Ich würde dir gerne ein Beileid aussprechen, aber in dem Fall, ich glaube, kann ich eigentlich nur für deinen Vater jubeln. Kann ich bei meinem Vater und bei meiner Mama nicht, weil die sind ungläubig gestorben leider. Aber in deinem Fall finde ich das natürlich sehr schön, dass die zum Herrn gefunden haben. Ich hoffe auch, dass jeden Tag einer von diesen Kopfab-Therapie-Muslime mich endlich erlöst, aber keiner kommt. Wir wissen ja, also nach dem Tod gibt es ein ewiges Leben, weder in der Hölle oder in dem Paradies. Jesus hat uns sein ewiges Leben versprochen, der wird sein Wort halten, er wird seinen Vertrag nicht brechen mit uns. Er ist kein Lügner, er macht keinen Tag her. Niemals, niemals. Also ich bin davon sehr groß überzeugt, dass der Herr wird niemals seine Versprochenen vergessen. Er wird das immer halten und er hat uns versprochen, er wird mit uns bis Ende der Welt sein. Amen, wird auch sein. Bis Ritter. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch Gottes Segen, meine liebe Geschwistern. Dann hören wir uns wieder nochmal. Ich würde bleiben in den Kommentaren und schreibe, bis ich fit bin. Wenn ich fit bin, dann fange ich dann wieder mit meiner Debatte. Kannst wieder rumhetzen und lugen. Ich zitiere nie, ich zitiere nur, das ist nicht meine Werke. Das ist gerade so. Du Lugner. Zeig mir deine Bibel. Ich habe das Segen. Gottes reichen Segen, liebe Schwester. Schön, dich gesehen oder gehört zwar. Danke. So, nehmen wir jetzt erstmal Johnny, diesen Nazi, den nehmen wir jetzt auseinander. Nehmen wir Johnny, diesen Nazi, auseinander. Weißt du, was mir wirklich, wirklich ans Herz gegangen ist? Wir haben hier über eine Mücke gesprochen, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt der hoch und macht aus einer Mücke einen Elefanten. Ja? So sagt man ja immer. Wir haben einfach nur über eine Mücke gesprochen und dann kleine Witze gemacht. Und das hat den so getriggert, dass der hier hochkam und dann sind auch diese Themen angekommen. Dieser eine da, Uni, Uni, Muni da. Ach so, Unikat, der einmalige. Ja, wir haben ja über eine Mücke geredet. Mhm. Das musst du dir mal reinziehen. Und das, ja, meinungsfreiheit. Da wurden uns so viele Freiheiten jetzt plötzlich. Wir dürfen quasi noch nicht mal ansatzweise Kritik ausüben. Dürfen wir nicht. Und das hat mich so im Herzen gestört, warum ich dann so wütend geworden bin. Kannst du Kritik gegen den besten Menschen ausführen? Wie geht denn das? Kannst du nicht machen? Leute, ich gehe jetzt auch schlafen. Ich würde ja trotzdem singen und schön machen. Nein, die beleidigen Sie uns ständig. Danke. Schwester, es ist ja auch. Danke, Schwester. Und dann kann man sich eine gute Nacht. Gute Nacht. Und möge der Herr dich und deiner Familie mit Gesundheit segnen. David, die beleidigen doch ständig unseren Herren. Ständig. Ja, die beleidigen nicht nur den Herrn. Die beleidigen meinen Eltern. Alles Mögliche wünschen mir den Tod und verfloren mich. Kenn ich doch alles schon. Das ist ganz normal. Auch wenn ich denen Gutes wünsche, sagen die Überallegung. Nicht mal den Frieden wünschen sie mir. Was soll ich von denen erwarten? Wenn ich sage, salamu alaikum, die sagen wa alaikum. Die sagen nicht mal hier, salamu alaikum salam. Nicht mal das. Also unser Herr hat ja auch was anderes für uns gepredigt. Hat er gesagt, wir sollen auch diejenigen mit einem Segenswunsch, äh, ähm, wie sagt man so, ausstatten oder, ja, einen Segenswunsch äußern, die, äh, uns verfluchen. Ne, ich kann ja niemanden segnen. Ich bin ja, ja nix, aber ihr wisst, wie ich das meine mit einem Segenswunsch. Oder? Oder drücke ich mich unglücklich aus? Jerry, du Kaffer. Wo sind die ganzen Wunsch nehmen jetzt? Der Mann, der hat mich. So ein Typ, weil es wäre kein Problem für ihn, wenn sein Vater morgen eine, ähm, Ehrfrau bringt nach Hause, ne, die zwei Jahre alt ist und der geht mit ihm im Zimmer und guckt, ob sie das kann oder nicht. Das wäre für ihn in Ordnung, auch wenn sein Vater 70 Jahre alt ist. Ne, ich will das in die... Ja, erst mal Stillverwandtschaft. Erst mal Stillverwandtschaft, anders geht das gar nicht. Ja, ich... Ganz wichtig, dass die Dame mir die Brust gibt. Ich würde dir nie den Köpfen, der meine Freundin nur an seine Brust denkt. Weißt du, was ich meine? Ich würde total ausrasten. Das ist meine Frau. Ich könnte mir niemals vorstellen, dass da ja ein anderer Mann an ihre Dingens nuckelt. Das könnte ich niemals ertragen. Ich... Ich wüsste gar nicht, wie ich das unterordnen soll, ohne auszurasten, auch wenn Jesus das nicht möchte. Aber in diesem Fall, glaube ich, weiß ich schon im Voraus, ich würde ausrasten. Hier Nuckelgänge, Stillverwandtschaft und sowas. Oder meine Frau teilt mit anderen Frauen, die sich mir gegenüber teilen. Also das, das, das... Äh... Es geht nicht rein bei mir. Also das könnte ich niemals ertragen, auch wenn die Gebärung vielleicht der Fortpflanzung dient, aber... Um Gottes Willen, wenn er sagt, eins zu eins, ich werde mit dieser Frau eins, dann heißt es eins und nicht zwei oder drei oder vier oder was weiß ich nicht was. Diese Frau gehört mir und ich gehöre dieser Frau, nicht nur die sie gehört mir, ich gehöre auch ihr. Das sind eins. Ich könnte dieses Gesetz niemals verändern, weil es Unzucht wäre. In meinem Glauben, ich weiß, Babu, du bist nicht, äh, Christ, aber in meinem Glauben ist das total, das ist, äh... Es kann nicht von dem selben Gott kommen, dass er von einmal seine Meinung so krass ändert, so rapide, so gegen sich selbst gerichtet, sich ändert. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich möchte mir das doch... Ich kann auch so einen Gott nicht annehmen, der mir sagt, ja, liebe drei, vier Frauen, auch nur zwei Frauen. Soll ich mich zwei Menschen teilen und eins sein mit denen? Soll ich, soll ich eine Frau mit einer Frau bonga bonga machen und nächsten Tag mache ich bonga bonga mit ihr oder in derselben Nacht mit anderen? Das geht doch gar nicht. Nein, das soll es wie Mohammed machen. Das soll es wie Mohammed machen, mit neun Frauen in einer Stunde ohne sich dazwischen zu waschen. Boah. Boah, mein Gott, das war... Also, der hat sich nicht gewaschen und der hat von einer Frau zu der anderen gesehen, gegangen, Mohammed. Alle seine Frauen, hat er mit denen geschlafen in einer Nacht und ohne sich dazwischen zu waschen. Also, der hat sich nur einmal gewaschen vor unserer Nacht. Der scheint sehr gut ausgestattet zu sein mit allen möglichen Männlichkeiten, was das betrifft, aber... Ja, in diesem Fall ist er nicht gut ausgestattet. Er ist halt nicht mit guter Moral ausgestattet in dem Moment, muss ich sagen. Also, nach meiner Ansicht, ne. Der kann sich vielleicht 20, 30 Frauen hingeben oder was weiß ich nicht was, aber er kann nicht mit einer ganzen Moral sich einer einzigen Frau hingeben. Dazu ist er scheinbar nicht in der Lage, ne. Ich könnte niemals eine Frau teilen und ich möchte auch nicht geteilt werden von einer Frau und... Also, im Umkehrschluss und ich kann das nicht annehmen. Also, wenn ich eine Frau teilen kann, dann muss eine Frau mich auch teilen können. Das geht ja gar nicht. Auch wenn das Recht dann sagt, ja, du als Mann darfst das und die als Frau nicht. Ja, dann reden wir nicht mehr von Gerechtigkeit. Dann reden wir auch von irgendwelchen Pipimann-Gelüste. Ja, das kann ich gar nicht annehmen. Das ist gegen meine... Selbst als Atheist... Als Atheist wäre es mir einfach zu abartig, mich schlampig mehreren Frauen hinzugeben. Ich als Mann kann ja auch schlampig sein. Ja, äh... Also, das geht auch nicht für mich. Aber es ist halt nur meine Meinung. Ich muss ja nicht Recht haben. Ja. Ich sag das so easy peasy und so. Aber es ist halt meine Meinung. Ich muss wirklich kein Recht haben. Aber es tut mir halt weh, wenn ich so... Ich sehe oft muslimische Frauen und ich habe jeden Tag mit muslimischen Frauen eigentlich zu tun. Und sie sind sehr hingebungsvoll. Also Gott gegenüber. Auch nach einer anderen Anleitung. Aber sie sind sehr hingebungsvoll. Und ich finde so einen Mensch, ja. Wie kann ich denn so einen Mensch, der sich mir gegenüber, ja, absolut loyal und in der Liebe sich für mich hingibt, ja. Nur um alleine Allah zu gefallen, ja. Wie kann ich sie noch mit zwei, drei anderen Frauen teilen? Oder ersetzen oder tauschen oder sowas. Das könnte ich niemals. Diese Hijabi-Frauen, ja. Die sind so, so gottesfürchtig. Sie sind die einzigen, glaube ich, unter den Muslimen. Diese Frauen, die, ähm, Gott wirklich lieben. Die alles hingeben. Die alles abgeben. Und alles abwerfen von sich. Und sich nur der Sache hingeben. Ich glaube, das sind die Muslime. Die hingebungsvollen Muslime. Nicht die Männer. Ich glaube, man sein im Islam ist leichter, als seine Frau zu sein. Ne. Und ich habe halt sehr viele muslimische Frauen auch um mich herum und ich mag deren Nähe. Und sie sind, äh, absolut nicht so abtrünnig wie die Männer, auf gar keinen Fall. Also, brr, da kannst du voll unterscheiden von denen. Die sind richtig, äh, liebevoll und ihre, ihre familiäre Nähe und dieses Fingerspitzengefühl ist sehr schön von den muslimischen Frauen. Ja, aber die, die Männer, muss ich echt sagen, die sind, wenn ich das so sehe, abtrünnige. Ja, wirklich. Und auch die wollen ihre Männer nicht teilen, niemals. Sie lieben doch auch den Mann über alles, von Kopf bis Fuß, so wie ich eine Frau liebe, von Kopf bis Fuß. Ja. Und die soll ich dann teilen, nur weil sie nicht gebären kann? Das, das, das ist richtig heftig, Mann. Wie soll das gehen? Ich kann das nur, wenn ich sie nicht liebe. Und selbst wenn sie mich mehr liebt, als ich sie liebe, würde ich immer noch denken, ich wäre, ich wäre ein Abtrünniger, ein falscher oder falscher 50er, weil ich, weil sie mich mehr liebt, als ich sie und sie immer noch bei mir behalte und dabei noch eine andere Frau, äh, beiführe. Ja, dann ist es, also es ging, unser Gesetz auf jeden Fall. Unzucht, es ist Unzucht und es ist verboten, nicht nur, weil Gott es mich doch auch suche als Atheist, wäre das für mich. Wer ich jetzt Atheist, würde ich das auch nicht schön finden, wenn mich eine Frau ersetzt oder ich oder ein Freund, eine, eine, eine andere Frau, anstatt seine andere eigene Frau, also einzige Frau, noch eine dazu, ähm, benutzt, um seinen Fortpflanzungsbereich. Prinzip oder Antrieb oder sowas, äh, zu nutzen und, wie gesagt. Leute, einmal, einmal richtig lange, lange leiten, äh, liken. Ah, Johnny, Entschuldigung, ich habe gesehen, keiner redet, deswegen habe ich dann so meine Meinung gesagt. Ich stelle dir gerne zu, Bruder, nein, stelle dir gerne, alles was du gesagt hast. Das ist gut, was du sagst. Das ist alles, was du gesagt hast. Ich wollte nur, dass die Leute ein bisschen mal auf liken, weißt du? Ja, Leute, ja, nämlich Sie. Das heißt, Frau, die soll mal richtig loslegen, so, dass wir Reichweite bekommen. Ja, genau. Ich meine das auch nicht so Anti-Islam oder Anti-irgendwas oder Hinduismus, Buddhismus und Esoteriker und was weiß ich nicht, was es alles gibt. Ich meine das wirklich jetzt mal so, wenn man das Atheistisch betrachtet, ja, zeigt mir, zeigt mir bitte einen von deinen Freunden, der Atheistisch ist, dass er seine Frau teilen würde mit einer anderen Frau. Nicht mal mit einem Mann, nur mit einer Frau, ich würde ihr den Schädel einschlagen, wenn die mich einfach, wenn die mich so anfassen würde, wie meine Frau. Mich darf nur eine Frau anfassen, so anfassen, wie eine Frau mich anfassen darf, wie soll ich, wie soll ich eine andere Frau ihre Hände an mir ranlassen und sowas. Ja, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wenn Gott auch noch alleine, wenn wir noch das Religiöse dazu nehmen, dass Gott mir sagt und verspricht, dass ich eins mit ihr bin. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich liebe sie doch über alles, wie soll ich sie teilen mit zwei, drei anderen Männern? Wie soll sie mich teilen mit, wisst ihr was ich meine? Wie soll sie mich teilen mit anderen Frauen? Wenn ich das nicht erwarten kann, dass sie mich nur mit einem Mann teilt, wie soll sie mich mit vier Frauen teilen? Was sagst du denn dazu, David, dass die, manche sagen, ja, weil andersgläubige Schweinefleisch essen, deswegen sind die nicht mehr, was sagen die, die sind dann nicht mehr eifersüchtig, genau, dann wird man nicht mehr eifersüchtig sein oder anders haben, die, weiß ich, irgendwie sowas. Also wenn du jetzt Moslem bist und dann kein Schweinefleisch isst, dann bist du nicht, auf jeden Fall isst man dann eifersüchtig, wenn man Schweinefleisch isst. Also du meinst jetzt, wenn ich jetzt ein Produkt zu mir nehme, was nicht Halal ist, bin ich minderwertiger als jemand, der nur auf das Halal-Produkt so achtet, meinst du? So? Bruder Johnny? Auf jeden Fall, wenn man jetzt Schweinefleisch essen würde, dann würde man nicht eifersüchtig werden, wenn die Frau einem fremd geht oder so. Das sagen sie, ja, das sagen die Muslime. Manche behaupten das, ich weiß nicht, ob die das alle sprechen. Ja, die sagen das. Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Ich weiß vom Herrn, dass nicht das, was in unseren Mund reinkommt, sondern das, was rauskommt, Haram ist. Und es kann gut, also ich möchte nichts mehr ausschließen, was den Islam an Verboten und Halal-Regeln betrifft, weil ich habe da zu viel einfach gelesen für. Es tut mir super leid, wenn ich das so lesen muss. Ich offenbare nicht, was ich so lese, auch weil ich niemandem wehtun möchte. Es gibt viele Sachen auch zu den Jahres, auch wenn ich wie ein Jahil manchmal Fragen stelle, das mache ich manchmal einfach so. Aber es gibt viele Sachen, die ich chronologisch abgearbeitet habe. Mit den Koranversen, den Herabsendungen, auch die Hadithe dazu, Tafsire. Ich habe das alles schon so ein bisschen verstanden. Aber ich würde auch niemanden rausnehmen. Also ich bin nicht auf Missionen so, hier, ich konvertiere dich oder so. Wer bin ich denn? Ich habe gar keine Ahnung von irgendwas. Aber wenn ich merke, dass jemand unglücklich ist im Glauben, im Islam oder sonst was, dann versuche ich ihn von der Liebe Jesus Christus zu überzeugen. Natürlich. Dann ist er glücklich. Und diese Menschen, wir sehen bei Gül zum Beispiel, diese Menschen sind so glücklich, dass sie die Offenbarung von Jesus erhalten haben. Daran erkennt man richtig, die sind richtig glücklich und frei. Sie leben und lieben den Herrn Jesus Christus. Ich glaube, ich wäre kein guter Christ, weil ich Fluch ausraste. Ich auch, ich raste auch manchmal aus. Bruder, Babu, was denkst du, wie ich manchmal ausraste? Na, hör mal, das fängt schon im Auto an, wenn jemand die Fortfahrt klaut und ich fast da reinfahre mit einer Frau. Na, was denkst du, was da in meinen Kopf geht? Ich sehe den zwischen meinen, zwischen meinen Fingern, wie ich ihn erwirke. Natürlich, das ist ganz normal so ein Gedanken. Aber ich rede davon, von so grundsätzlichen Dingen, ja. Das ist ja nicht von Jesus gewollt oder so. Das sind so erste menschliche Gedanken, die man hat. Oh, ich könnte den erwirmen. So kennt ihr bestimmt. Oder? Kennst du doch bestimmt so, oh, für diese Sache, ich könnte dich erwürgen. Aber du würdest niemals machen. Kennt ihr das? Ich glaube, ich habe zu viele Wikinger-Gene in mir. Deswegen. Bei mir, ich raste nur aus, weißt du, wann ich, wann ich wirklich, warum ich genervt bin, wenn ich merke, dass die Person mich verarschen will, einfach, verstehst du, der will sich einfach lustig machen und oder der ist nicht ehrlich in seinen Antworten. Und du sagst ihnen eine Sache, die kein Mensch auf dieser Welt akzeptieren kann. Ja, und dann sagt sie, ja, nein, und dann versucht er das trotzdem schön zu reden und sagt, okay, ja, das ist richtig, das ist eine schreckliche Sache, ich muss weiter suchen. Ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was mit den Leuten hier passiert ist, warum die es hier nicht verstehen. In den arabischen Ländern, wenn du mit einem sprichst und sagst ihm, ja, hier, das Kinder so, der ist direkt schockiert und sagt, nein, mein Gott, das kann nicht wahr sein. Aber der macht nicht wie die hier, weil der das ja bei ihm auch sieht. Versteht du, weil das ja passiert auch tagtäglich und der weiß, wie schlimm das ist. Versteht du, der weiß, wie schlimm das ist. Da fragt das auch keiner so in dem Sinne. Warum so, wozu dient ein Heirat? Bitte, wozu dient ein Heirat? Ja, dass man eins ist vor Gott natürlich. Also so sehe ich das. Ja, aber auch eine Verantwortung für die Frau, oder nicht? Genau, nicht nur das. Die Frau ist verantwortlich für mich und ich bin verantwortlich für die Frau, definitiv. Auch für den Alltag, die Sachen, die sie erledigen muss. Wie verstehst du, sie wird kochen, die wird, äh, so kommt drauf an, wie man sich das teilt, aber klassisch. Wenn du krank bist, Bruder, wenn du krank bist, welche Hände können schöner sein als die von Mama oder die von Freundin? Ja, und dann soll ich ein kleines Kind holen, also was kann ein Kind? Das kann nicht. Du musst sie verarsten. Ja, also sie dient nur für einen Zweck. Und dann nur einen einzigen Zweck. Und dann wird sie wieder geschieden und sie heiratet wieder. Sie hat immer noch nicht ihre Tage und sie dient nur für den einzigen Zweck. Weil sie will nicht kochen, sie will ihnen kein Brot backen, sie will keine Tiere. Das Kind halt. Weißt du, ich meine? Das ist ein super süßes Kind. Sie will keine Tiere, was auch immer diesen Anfang arbeitest von damals oder auch von heute in manchen Orten. Du stellst dir vor, eine 6-Jährige schneidet eine Kuh den Hals durch, so. Ja, so ungefähr, ja. Und es gibt keinen Alter im Islam. Sie können einen heiraten an dem Tag, wo sie geboren wird. Sie muss nicht 3 sein oder 6 oder so. Das war ja nur ein Zufall, dass Mohammed sie mit mir heiratete. Also die Heirat hat keine Altersbestimmung, das stimmt. Was den Geschlechtsverkehr betrifft, da gibt es noch mal ein paar Voraussetzungen, aber die sind auch ganz knapp. Naja, weil Islam ist das einzige Voraussetzung, dass sie das ertragen kann. Punkt. Und wie wir so wissen, ob sie das erträgt, du musst probieren. Das ist ja wieder ein großes Problem. Naja, das Problem sehen wir ja darin, wenn man die Todesfälle an jungen und unausgereiften Mädchen so, also dessen Geschlechtsverkehr unausgereift ist, sieht man ja besonders in Scharia-beherrschten Ländern, dass da die Kinder halt durch diesen Verkehrsakt, ja. Ja, in den Jemen oder in den Jemen sterben täglich 8 Mädchen wegen der frühen Heirat, die täglich 8 Mädchen. Genau, weil das Geschlechtsorgan halt nicht ausgereift ist, weil es zu inneren Blutungen und alles Mögliche führt. Blutung auf allen, auch die Psyche. Ich fühle mich wie ein Dreckiger, wenn ich das sage, ja. Ich fühle mich echt nicht gut, wenn ich das sage. Aber ich, leider muss man solche Sachen aussprechen, damit sie ja nicht vergessen werden und damit man das auch nicht irgendwie verstecken kann. Aus Liebe zu Kindern sagt man das einfach, obwohl es gegen unsere Vorstellung, alleine die Vorstellung, also ich habe ja oft Kinder um mich herum, ich bin mit den Lego. Dass er es okay findet, dass er keinen Ekel gekriegt hat. Ich habe ihm erzählt, sie sagt, ja und, was ist das Problem? Ja, okay. Ganz normal. Dieses Bild scheint ihm ganz normal akzeptabel, sie hat keinen Ekel gekriegt oder sonst was. Und das ist nicht unwohl gefühlt. Nein, wenn mein Gott das macht. Und das sind die gefährlichsten Leute überhaupt. Weil so viel zum Shisha-Muslimen oder zum, meine Freunde, ich habe hier gesehen, wie viele von den Muslimen, die sehen, die sehen wie ganz normale, nette Muslimen aus oder nicht. Ganz nett. Die gehen Alkohol trinken, die feiern, aber was sagen die? Mein Koran kommt vor das Gesetz. Und da fangen die Probleme. Dafür stehst du, okay, der Typ ist gar nicht meine Freundin. Seht gar nicht meine Nachbar. Der liebt mich nicht. Der wartet nur, dass er mich unter Druck geben kann. Und da weißt du, dass du... Wenn es darauf ankommt, Babu kommt es auch darauf an, es steht ja in den Schriften, du darfst die Brust nicht für einen Andersgläubigen öffnen oder für einen Ungläubigen. Also ich bin ja in dem Fall auch ein Ungläubiger. Er darf für mich nicht sein Herz aufmachen, also seine Brust, also mich lieben, während ich ihn lieben darf. Nicht mal so. Er darf nicht... Er sagt, der Koran steht ganz klar. Auch eure Eltern, eure Kinder, eure Dings müssen dich nicht... Also musst du ja dann erledigen, falls sie gegen Allah sind. Nicht nur deine Freunde, die wird nicht mal seine Mutter erkennen, wenn sie den Islam verlässt oder seinen Vater. Ich habe da mal was mitbekommen, ja. Du siehst, was sie mit deren eigenen Kinder machen. Dass sie sein eigenes Kind hinrichtet, wenn er den Islam verlässt in unsere Länder. Oder seine eigene Tochter steinigt. Sie haben gesehen den Typen, so viel zum Schariah, die gesehen das Video von dem Typen mit Isis, der seine Tochter steinigen wollte. Und der fängt an, sagt ihm, bitte Vater, verzeih mir. Und die sagen ihm, wenn du ihr verzeihst, lassen wir sie gehen, wir steinigen sie nicht. Er sagt, nein, die ist nicht meine Tochter, steinigt sie, Allah sagt das. Und er fängt an, erst zu steinigen. Ich weiß schon, ob ihr das Video gesagt habt. Ja, so ein Typ ist der. Der sagt dir doch immer, in der Koran kommt es vor alles. Das sind fanatische, kranke Menschen. Achso. Also wenn jemand, hätte ich ein Kind, Bruder, ich würde wirklich, ich würde die ganze Welt ausrotten, wenn es sein müsste. Ja, aber das ist ja auch für die Kinder, die hier sind. Oder nicht nur die, ich spreche auch für die Kinder, die mit dem ganzen argumenten Korriere heiraten. Aber was muss der Vater über sein Kind gedacht haben? Ich meine, wenn ich schon sage, ich habe nicht mal ein Kind. Ja, aber angenommen, ich hätte ein Kind, ich würde sogar für ein fremdes Kind, würde ich bis auf den letzten Blutstropfen von mir kämpfen. Was ich habe, ich würde alles geben, was ich könnte. Also was für ein Vater muss man, also was für ein Glauben oder was für eine Induktion muss man haben, dass man sagt, okay, steinigt sie. Allah hat mir das gesagt. Das ist schon sehr heftig, weil ich sage immer, wenn ich vergleiche, frage ich mich immer erst mal, möchte das Gott, ist das Gott dienlich oder nicht? Alles, was passiert, frage ich mich erst mal, ist das Gott dienlich? Ist das Gott dienlich, ein Kind zu töten? Jetzt mal ohne Witz, nur weil er es irgendwas anderes gedacht hat? Das ist krank, Mann, das ist krank. Das ist richtig, das ist gestört, wenn ich mir vorstelle, so einer käme in den Knast rein und ich bin gerade auf seiner Station, ich würde den kaputt schlagen, ich würde wie ein Tornado durch seine Zelle wirbeln. Ja, klar. Hey, steht dir vor, ich weiß, dass die Leute, Muslime, die Flüchtlinge hierher kommen mit kleinen Kindern als Frauen, es wird hier akzeptiert, 12, 13, 14, es wird akzeptiert. Es kommt ein 50-jähriger Mann hier an der Grenze mit einem kleinen Kind, das Kind wird nicht gefragt, muss man ja nicht fragen, dann muss man ja einfach wegnehmen, weil ein Kind kann ja nicht sagen, okay, ich bin verheiratet. Dann muss man ihn wegnehmen, nein, Deutschland erlaubt das und legalisiert das sogar. Also der macht das sogar mit der Einstimmung und Verständnis von Deutschland und unterstützt von den Geldern von Deutschland. Die geben ihm eine Wohnung, auch wo er das in Ruhe machen kann, die geben ihm ein Haus, die geben ihm Geld. Also wenn jemand hier radikal ist, dann ich, wirklich. Und nicht Johnny oder jemand anderen. So eine Ideologie kann man nur mit einer radikalen Antwort, ja, wie soll ich sagen, stoppen. Ja, anders geht's nicht. Anders geht's nicht mit solchen Menschen, die haben keinen Verstand. Die haben gerade gehört, was der Typ gesagt hat. Wenn der Islam hier herrschen würde, wäre er für Sklaverei, der wäre für Kindes und so auch, der wäre für alles. Und für mich kommt nicht Religion, also nicht die Freiheit auf Religion soll alles erstes kommen, sondern die Freiheit von Kindern, die Rechte von Kindern und deren eigenen Körper, sich darauf zu bestimmen. Das ist mir wichtiger, auch wegen Beschneidung, bin ich auch nicht okay. Das ist auch nicht okay. Ich bin auch nicht okay. Das ist der Vater, entscheidet sein Kind so ein Erlebnis, so ein terrorisierendes Erlebnis. Für ihn auch diese OP hat ja auch ihre Nachteile oder Komplikationen sind möglich. Was meinst du? Ja, bei Beschneidung sind ja auch Komplikationen möglich. Es kann ja Infektion kommen, es kann ja auch eine antiresistante Bakterie oder so. Das Kind kann erkranken von diesem Stink. Wie wird da Probleme mit der Beschneidung? Es ist ja nicht okay. Warum willst du da entscheiden, das mit deinem Sohn zu machen? Das ist sein Körper. Warum willst du dein Kind verstehen? Genau, also ich würde jetzt auch sagen, wenn Gott alles perfekt macht, dann hat er auch dieses Kind perfekt gemacht. Und wenn das und das abmachen sollte oder so, dann sollte das Kind das selber entscheiden. Ja, genau. Und außerdem Freiheit auf deine Religion, wenn du anderen Menschen schadest, kleine Kinder. Und es ist scheiße auf dich und auf deine Religion, wenn es so ist. Nein, sorry. Genau, richtig. Das sagt man auch richtig. Das sehe ich auch so. Man darf so Leuten keine Plattform bieten, die hier hinkommen und dann die Scharia bis aufs Blut verteidigen und so. Ja, das ist heftig. Sein Platz ist im Knast, die Leute in Gefängnis. Dass es keine Plattform gibt, um ihre Ideologie hier zu verbreiten. Und diese, ja. Na, so einer sollte niemals mein Zellennachbar werden. Also wer nicht wieder im Knast landen sollte, der sollte beten und hoffen, auf ihn auf seine Gnade, dass er nicht in meine Nähe kommt. Wer wird erledigt im Knast? Wenn Sie diese Aussagen hören, wenn er da wäre und die hören, dass er so was für so was wäre, fünf Kleinkinder, weißt du, was die mit ihm machen da? Auch Muslime machen das. Auch Muslime schlagen andere kaputt, die das machen. Ohne Witz. Da unten den einen, diesen, der heißt, warte, wie heißt der? Der macht immer Witze über den IS, weißt du, die ganze Zeit. Habe ich weg gemacht, der ist weg. Wer ist das denn? Nein, Typ, der ist weg, habe ich gestummt. Ach so, ja. Ja, die haben keine Kultur mehr, die haben keine Kultur mehr, Charakter, die haben nur den Islam. Weißt du, der Islam hat alles gelöscht bei diesen Leuten, die hat ihre Geschichte, ihre Kultur, alles hat er gelöscht und dann wird den Islam kompensiert oder, wie soll ich sagen, ja, nur den Islam. Die haben ja nur noch den Islam, die können sich nur noch mit dem Islam identifizieren, verstehst du? Ja, genau, genau. Es hat ein Identifikationsproblem, genau. Ja, und das ist, warum wir dafür einfach so kämpfen, ohne Verstand. Und wollen, weil sie denken, weil sie denken, das ist eine Identität. Islam ist keine Identität, du bist ein Mensch, erst mal. Genau, Babu, guck, das Problem hatte ich früher als Junge und als Jugendlicher und auch bevor ich in den Hart reinging, ich hatte nie so Probleme in diesem Sinne wie, bin ich Christ, Muslim, Jude, Hinduist oder Buddhist oder was es alles nicht gibt, ja, Steinernbeter und Baumumarmer und Esoterik, diesen ganzen Kram da, ja, alles beiseite, ja. Ich hatte nie so eine Probleme, aber wenn ich Muslim, also ich bin ja mit muslimischen Brüdern groß geworden, die hatten immer diese Selbstidentifikation, ich bin Muslim, Maschallah, und mein Vorbild war der Superheld, der war Batman, weißt du? So, nach diesem Motto, und da darf nichts dran kommen. Die vergessen aber dabei Catwoman, so gesehen, wenn man das noch betrachtet. Da gibt es noch eine andere Seite, ja, und da gibt es Gotham City, ja, und unser, unser, Mohamed zum Beispiel, er war ein Kostümzeug. Cara, komm hoch, Cara, wir haben die Schemiswerte, unsere Freunde, der Muslim, Cara. Cara, komm hoch, Bode. Und wer? Ich habe die Antworten geschickt, Cara, komm. Lass uns mal ein bisschen unterhalten. Du wolltest ja, du hast gesagt, du bist recherchiert und antwortest uns, oder nicht? Wir haben sich seit... Also, eine Muslimin? Ja, wir haben vor zwei Tagen eine kleine Unterhaltung gehabt, der meinte, okay, der wird im Osles recherchieren und sagen, was er denkt, aber wir haben ihn nicht gesehen, gestern. Heute ist er der Kopfhörer. Es sind alle herzlich willkommen bei dir, oder? Ich habe das Gefühl, dass bei dir alle willkommen sind. Ich bin auch griff. Ich bin willkommen. Allerdings hat Gewalt, das Verbrechen, das so, dann kann ich leider nicht... Wie gesagt, ich kann mit Pädophilen nicht debattieren, das kann ich nicht überzeugen. Egal, was du ihm sagst, kannst du nicht überzeugen. Ja, und deswegen, solche Leute, die einfach sagen, ja, das will ich und das gefällt mir. Und Punkt, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht, kann man nicht diskutieren. Genauso wie du nicht mit einem Mörder, mit einem Serienmörder diskutieren kannst. Das sind psychisch kranke Leute, die haben Stockholm-Syndrom mit dem Islam, der schadet sie, aber die leben es, die lieben sind, weißt du? Stockholm-Syndrom. Ja, die lieben den Islam, obwohl sie sich unterdrückt, obwohl sie sich festgemacht haben. Und Frauen auch. Der niedrigt sie, bis es nicht mehr geht. Der sagt, Frauen sind wie Hunde, wenn ihr Scheiße anfasst oder Frauen... Aber er belohnt sie auch, damit sie diesen Stockholm-Syndrom bekommen. Naja, aber ich meine, guck mal, die sagt, wenn du eine Frau anfasst oder die Scheiße, sollst du dich waschen. Der vergleicht die Frau mit Scheiße. Im Koran steht, Stell dir mal vor, meine Mutter wird mit Scheiße vergleichen, dem Islam. Und die sagen, trotzdem, ich bin stolze Muslime und trage Hijab. Das ist doch, ist das nicht Stockholm-Syndrom? Alhamdulillah, mein Allah sagt, meine Mama ist Scheiße oder was. Wahnsinn, ey. Und dann sagt die Linie, ihr seid radikal. Ey, radikal, okay, das heißt nicht nur, wenn ich schreie. Wenn ich schreie, bedeutet das nicht radikal. Radikal bedeutet die Sachen, die du sagst, den Inhalt von dem, was du sagst. Du kannst auch schön und liebredig ausdenken, kann dein Inhalt radikal, oder nicht? Also ich, also man kann ja, also du siehst das Ganze nochmal, also wenn man sagen könnte, du bist radikal in der Sache, dann nur weil du die Schrift fortwörtlich nimmst, aber auch nur, weil Allah sagt, das ist das Siegel aller Bücher und aller Propheten und das ist die Wahrheit. Und für alle Zweiten. Da muss man das auch so betrachten, da muss man das so betrachten. Und für die Ewigkeit wurde, das bleibt für die Ewigkeit. Nicht für Kriegszeiten, sondern bis zum jüngsten Tag ist es gültig, der Koran, also das Gesetz. Und dann darf man das auch wortwörtlich und auch wirklich, so wie du das tust, einverleimen und wörtlich nehmen. Also alles, was da drin steht, muss die absolute Wahrheit sein, sonst ist da irgendwas komisches. Wie lange warst du im Islam gewesen? Also wie lange hast du praktiziert so? Meinst du mich jetzt, Bruder? Nee, nee, der David, wie lange war der im Islam gewesen? Der sagt, der zitiert ja auch. Ich war nie Muslim. Ich habe die ersten Jahre habe ich im Gefängnis, habe ich halt den Koran gelesen, weil halt, ja, komischer Zufall war, bam, da habe ich im Bunker gesperrt und dies und das. Und da hast du ein Anrecht halt auf Bibel oder Koran und so. Und die haben mir dann halt die Bibel, den Koran gegeben, weil angeblich war die Bibel nicht mehr da und so. Und dann, als sie gemerkt haben, hey, warte mal, es könnte gefährlich werden, wollten sie mir die Bibel geben und dies und das und Ananas. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich lese das jetzt hier mal durch. Und dann habe ich mich nur damit beschäftigt und dann erst kam die Bibel, aber ich war noch nie ein Muslim. Das muss ich sagen, ich bin kein Ex-Muslim, nein. Der Babu kann das, glaube ich, besser erklären alles. Der ist Ex-Muslim oder hier Judy, der liebe Bruder. Ja, Habibi, ich küsse deinen Noppenkopf und die können dir das besser erklären als ich. Na ja, gut, die. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, was lässt euch? Na ja, wir hatten wieder so eine Irre hier heute. Äh, Leute. Ja, oder Sartana. Schönen, und dann sagt er mir, du bist hysterisch. Weißt du, der kennt nicht mehr das Wort, das Wort ist erst mal sexistisch, weil, äh, hysterisch, das Wort kommt ja von Ute. Weil die damals dachten, dass Frauen diese Hysterie bekamen von den Ute. Das ist eine Krankheit, die ihre Ute kommt. Ich bin so aufregend, aber. Ja. Und der ist jetzt Worte, die er gar nicht kennt. Also, war richtig. Ich würde ja einen auf Biologie spielen, weißt du, ab wann eine Frau ihre Periode bekommt und so ein Quark. Schönen, 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 Schönen. Ja, okay. Ah, ich hab mich auf die Leib. Ich bin nur mit dir, aber ich kann mich nicht sehen. Okay, okay. Was ist? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. 3-4. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Bidi بحكي لك الموضوع شو هو شان تعرف حالك شو بدك تعمل. أنا محضر كل شي. Okay. بدنا بدي كسر صورة الأخلاص. Uh-huh. لأنها هي الشهادة تافى. Okay. هل 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 هم يمكنك تعمل؟ Okay. 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 ich habe alles verstanden das erinnert mich an einen bruder ja die leute die weißt du wenn ein freund von mir telefoniert hat am tele im gefängnis hat aber gesagt frauenrechte weil dieses wort gibt es da nicht mehr dritte ich bin gerade gesagt am freitag ich mache ja freitags immer auf so gegen 15 16 uhr und da will ich mit bau alleine oben sein dann nur muslimo sobald also jetzt nur erst mal diese freitag okay geht noch mal schade ich mache schade für den moment dann springen die immer von thema auf bibel ich weiß weil wir keine bücher habt in dem sinne was sie angreifen können aber gottes reichen singt an faruk faruk kawi oder havi ja gottes segen faruk babu und gudi kennt mich ich bin eigentlich faro also von dem account arken ihr kennt mich glaube ich schon doch die wir haben schon ein paar mal geredet ich war ich bin ich bin der wo wir länger mal mit deiner dings geredet haben mit der jungen schwester die jetzt und da habe ich noch mit die und babu geredet und der andere kam auch hoch mein anderer account ist arken das ist mein anderer kommt in mehr abonnen genau genau bei mir alles gut soweit bei euch gottes segen johnny die gettling okay ich wollte ganz kurz weil ich habe nur gesehen du bist live ich wollte dann wieder raus ich gehe ich gehe ich gehe am freitag abend live ich wollte ich nur kurz fragen ob du zu mir kommen kannst in das läuft dann also das wäre für mich das fände ich sehr cool wenn du kommen könntest faruk ich habe jetzt gefolgt welche uhrzeit am freitag immer auf 19 uhr und weil ich werde dann auch nicht mehr so viel live gehen also ihr seid alle herzlich willkommen aber ich würde mich freuen gut hier wenn du kommst auf jeden fall haben wir gerne aber faruk du weißt freitag ist der tag so wo ich selber live auf mache ich weiß nicht wie lange ich das machen werde weißt du okay was hast du für ein thema so was geht aber also ich bringe den leuten die gute botschaft aber leute kommen halt weil ich finde du bist mit mit also babu finde ich auch also habe ich auch so gerne höre ich zu und er hat auch sehr viel wissen aber ich kenne ich kenne jetzt noch nicht so gut also ich war ich kannte dich mehr gehört mit kriptalk und kriptalk habe ich schon geschrieben aber keine zeit und ich dachte vielleicht frage ich dich noch ob du zeit hast ja oder machen schon was ich glaube ist auch cool ich mag den sehr gut also man aber weiß ich kann so machen wir können so machen beschreiben mir privat hast telekom ja ja okay wenn du mal leicht bist na achte auf und zu mal wenn du siehst ich bin in den lechtern und hat sich nicht hochkommen kann ja achte immer so was ich schreibe ich werde hier das habe ich auch bei dem bruder koptik auch so gemacht ja wir haben hier keine geschlossene bücher weiß so was können angeht wenn jemand was braucht ich wenn ich das finde und das habe dann schicke ich das auch weißt du wir können dann wenn ich auch die zeit finde so auch du natürlich und dann können wir auch wissen miteinander reden dann kann ich die sache noch genauer erklären so weißt du so dass du auch in zukunft auch alleine dastehen kannst auch wenn zehn muslimen wege oben sind ja also wie gesagt ich bin nur kurz hochkommen ich wollte ich nur fragen ich wollte auch nicht länger stören ich persönlich werde auch nicht mehr ich werde doch so oft nicht mehr nur auf tik tok live gehen also ich werde deswegen habe ich dich jetzt eigentlich auch gefragt weil wahrscheinlich gehe ich danach auch nicht mehr so oft live aber wir waren beide noch nicht so zusammen alle sind natürlich herzlich willkommen aber ich deswegen habe ich dich jetzt gefragt also ich würde mich freuen wenn du selber live gehst können wir mal schauen also ich kann auch mich anpassen wenn du sagst du gehst um acht und ich kann auch vorher oder nachher gehen also ja aber ich habe ich besprechen ich bespreche dann schreibe ich noch mal privat weil wir sind jetzt hier bleibt alles gut und die leute ich wünsche euch ja auch eine gute nachgibt ein bestes oder die auch danke babu fürs hochnehmen und dir auch gerne gute nacht und süße träume mein lieber diese träume von muslime für mich schwer warum nicht dass es so passiert dass du irgendwann mal raus gehst und auf die leute los gehst du sogar alle meine freunde rausgeholt aus der istland ich habe keine freunde muslime freunde mehr familie habe ich gesagt wenn die raub wollen dann gerne sonst habe ich keinen kontakt zu denen auch naja okay weil ich meine guck mal weiß ich habe ich war meine familie geduldet nun soll ich so ein typ von wie vorhin so was meine familie habe es nicht mal rechtfertigt diese ganzen probleme in der ist die haben jetzt einfach geleugnet und der leugnet sich mal und die soll doch mal freundlich sein nee sorry solche radikale ideologien brauchen radikale antwort punkt es kann nicht sein dass eigentlich ich bin da trotzdem sehr liebevoll muss ich sagen ich bin da trotzdem sehr liebevoll auch wenn sie ein engel mit jemanden der versteht auch und mich nicht verarscht in der diskussion oder in den und ab jetzt bist du mein engel nein ich bin wirklich nicht mit dem leute wenn ich mich unterhalte und alles ja ich will ja niemanden was böses tun ich mache das ja weil ich keine böses auf dieser welt welt sonst wäre ich ja mal in die städte alles da wie lange musst du gleich gerade warte sieben stunden ich warte dann sieben stunden ja 36.000 merks ich schwöre in zeit ehrlich wir lassen die beiden löschen tik tok ja sie ist doch gestern hatte ich gestern war ich 14 stunden sein guck mal guck mal guck mal hier hier leute leitung bitte wartet warte ganz kurz guck mal guck mal warte sein leicht ziehen 18 rosen 18 rosen kura hier ich schwöre dir das sind was seid ihr für menschen ja das ist ja nicht unsere ziel weißt aber ich würde auch 18 rosen geben aber ich sehe gerade ich habe gar kein dinges mehr habibi guck mal judy ja das mache ich das mache ich gerne guck mal schwiegen ich habe vorhin einen hadith gelesen aber warum weil einer am ende jihad macht und für gott stirbt geht er direkt in den himmel das ist ein beweis dass einen der für gott in der krieg also märtyrer gehen direkt in den himmel habe ich heute jakobus weil der sagt dass immer und er hatte keinen beweis dafür verstehst du und ich habe mich heute erst mal daran erinnert hey warte warte ich habe ich gerade einen hadith in vier und es sind beide was meint er mit dem anderen der geht auch in dem himmel also zwei also also gehe ich auch in den himmel wenn man muss ich denke ich denke noch wenn man nicht mal kurz groß das ist aber ich kann zum propheten gottes gebet und noch auf ihn während er in seinem weißen gewand schlief dann kam ich zu ihm und fand ihm schlafen dann kam ich zu ihm als er aufgewacht war und ich schätze mich neben ihn und er sagte es gibt keinen diener der sagte es gibt keinen gott außer gott also aus allah dann schabt er das dann stadt er hat das nicht komplette text also hier ist wird gesagt derjenige es gibt kein diener der nicht gesagt hat also ein diener der nicht gesagt hat es gibt kein diener der gesagt hat la ilaha illallah und er danach gestorben ist ins paradies kommt ja also jeder diener der gesagt hat es gibt kein gott außer allah wieder der das gesagt hat kommt ins paradies und sagt dieser man zu ihm selbst einer auch wenn er ehebruch begeht und stehlt also ein typ ist was hat dir selbst einer so er fragt in drei mal die bestätigte man sagt moment zu ihm was von an in vier gesagt mir ist man das ja trotz deine nase so auch du willst du denn nicht dann ist das so verstehst du der fragt ihn drei mal auch einer der ehebruch begann hat und gestohlen hat so ein dieb so ein verbrecher oder selbst so einer kommt ins paradies oder der gibt auch den hadith bei der sache stellt er zwei leute gleich und das heißt den dieb und dem der ehebruch begeht stellt der gleich die würden beide ins paradies kommen richtig aber es muss ja es gibt ja auch ein anderer hat gesagt jeder der sagt am ende auch wenn er ein kaffee ist dass er vorstellt und sagte er geht direkt in den himmel das geht doch also so gott es gibt kein gott außer gott wenn ich das auf deutsch sage ist das auch okay ja was ich ja was ich an einen gott außer gott damit wollen die ja die einzigartigkeit gottes wir wollen dass die anderen wird da nicht dazu genommen werden da gibt es ja keine anderen wird aber uns ja auch nicht als im christentum gibt es auch keinen anderen gott außer gott und bei denen ist es halt so was sie damit ausdrücken wollen wie du sagst halt so als hätten wir uns irgendwelche götter dazu beigesellt wie sie sagen so meinst du das nein ich habe ich habe ich erst gelesen alles möchte weil mich die geschichte mit diesem um unsere mutter ein schon wieder sechs jahre alt unsere mutter und ich habe immer das kind weil ich habe immer gesagt um die war ja seine favorit das ist das was mich noch dass er ein pedo war verstehst du weil sie war sein favorit der hat die meisten zeit mit ihr gebracht und das macht mich noch sicher dass er ein pedo war sie war auch die achtzehnte person die den islam angenommen hat der hatte wunderschöne frage wurde der wunderschöne sklavin und der hat der raihane die war wunderhübsch der hat maria aber der wollte nur die kleine die war sein favorit der war die ganze zeit bei ihr ich weiß hat auch die meiste zeit im set mit ihr verbracht auch bis zum tod also am dienstag oder war das juni und dann da ja auch die zeit da verbracht obwohl die alle gleich sind das ist eine wichtige frage die steht stelle du hast ja den koran gelesen genau ja nicht nur einmal so und dann sagen aber immer viele muslime ja ich kann da wir können das nicht verstehen du brauchst darf sie du brauchst diese was gelehrt und warum hast du das jetzt verstanden und andere nicht ja da muss mal judy frank weil er kann das arabische wort besser er versteht ja den koran auch auf arabisch ich verstehe ihn ja nur auf deutsch alle hört mir ja nicht zu offenbart sich mir ja nicht nach arabisch außer ich kann es und er auch nicht in deutsch zu aber judy dass der babo von babo babo was das ein bisschen wo ist und er auch die schmer스터 und bau auch das ist er schon Hermann. sollte er die Menschen da verstehen. Anmerich der right-면сти die wird ja auf, wenn ich core training, was ich aber Beide ich fürd, wruh bitte. Ah! Sorote lachlaz. Das ist extrem wichtiges wichtiges. Oh ja, oder wie wir alles haben? Oh ja, wir haben nichts von mir geht. Ja, wir haben aber wieder. Wir haben uns ja so ein Parallem. Wir haben keine demi-enterie, denn sie haben immer wieder in dem Land. Wir haben keine Frage. Wir haben die, dass wir haben, Herramente getan es sind. Bela. Und ich habe ihn mit Narya. Aber bei Islam ist es so leicht? Ich habe ihn nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn. Ja, 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 ich habe ihn. Leider Teufel. Nein, du weißt, dass ich mich mit dieser in dieser Richtung nicht sehr beschäftigt habe. Ich hatte ja keinen christlichen Freund. Ich könnte keinen Christ in Marokko verstehst du, weil ich wissen, was die Christen sagen. Ich wusste nichts. Ich hatte nur diese Information vom Islam. Und ich habe mich... Bitte? Ich habe ihn gerade gefragt, ob er uns auf Arabisch versteht. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Freunde, wer hochkommt, wie sich mit uns unterhalten, gerne schickt Anfragen. Ja, ich muss noch was. Ah, ich muss noch was. Ich muss noch was. Ich muss noch was sagen. Ich muss noch ab. Ja. Ja, ich muss noch was sagen. Ja, 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 Jäb, dein Mann mitall. Allah. Er erzeugt und dann bringt er eine Suche raus, wo steht, dass er nicht erzeugt, damit er nichts mit ihm zu tun hat. Warum sagt er und er hat auch keine Eier gelegt? Er hat vergessen zu sagen, dass Allah auch keine Eier gelegt hat. Allah auch keine Eier gelegt hat. Das ist der Schaitan, der er gelegt hat. Aber er ist der Schaitan, der er gelegt hat, Habibi. Ich habe aber das wirklich gedacht, Leute, als ich angefangen habe, also ich war ja überzeugt von der Idee, dass es den Himmel gibt, dass es die Hölle gibt und dass der Teufel wahr ist und die Satan und so. Als ich dann angefangen habe, in unserer Religion wirklich tief zu gehen und richtig recherchieren und wirklich richtig habe ich mir gedacht, okay, warum sagt uns hier Allah, dass wir schlechte Sachen und böse Sachen machen müssen und die sagt uns, macht nicht die schönen Sachen, die uns scheitern. Ich glaube, hier sind die Rollen, ich dachte, die Rollen wären verwechselnd. Ich habe gesagt, okay, vielleicht ist Scheitern Allah und der Gott und der Dings. 100% Allah hat ihn verwechseln. Ja, das ist die Sache, der Satan sagt, oh, ich trinkt Alkohol, ist Schwein, macht Sina, aber Allah, die auch heiratet, vier Frauen und unzählige Sklavinnen. Das ist doch besser als Sina. Das ist noch schlimmer, oder? Ja, Habibi, Mohammed darf Sina machen, er dürfte alles machen. Ja. Allah hat alles erlaubt. Also, wo war der Allah, der hat ja keinen Anstand, Allah hat keine Manieren. Und wir können alles machen. Mischken, bist du Ali, der wahre Glaube? Ja, Bruder, David, ja. Ah, der bist du. Ja, ja. Das ist doch geil. Schau mal. Wir haben schon angefangen, Bruder. Ich küsse dein Herz. Wir haben schon angefangen, mich zu bedrohen, hier im Nachrichten, wir schneiden dir die Zungen. Habibi, schick die Ali zu mir, Babu. Schick die Ali zu mir. Wir haben schon angefangen, dass du. Was? Ja, was war der Kurde? Schick zu uns, coolen, Habibi, Babu. Wir sind bereit. Mir geht's, die Schick mir nachhische, auf TikTok, wir schneiden dir die Zungen, da. D sense. Anni. Ja, babbi, Babu. das ist doch egal, das ist巴iert. Aber die Turnben nach. Geri, Geri. Geri. Geri bist du da? Geri ist ja, best. Ja, Geri ist das so ein in deinem Leben. in sein live wo die hochgekommen sind und beschworen haben dass die mir den kopf abschneiden und da wurde diese ja auch gemacht haben weißt du noch video gezeigt hat auf aufschneid kein kopf so ignorieren weißt du es habe ich habe ich kenne das schon seit wo dann habe ich habe sachen von dem ich habe keinen angst von solche leute ich das waren doch irgendwelche halbes leben mache ich das hier mit araber gemacht und richtige muslime nicht nur diese affen hier ja ich bitte dich ich habe bild von diesem typen der typ sagte der typ sagte der war bei isis und den gerade zurück und dass die nicht richtig radikal waren ey gut du hast was verpasst heute ich war auch da weiß ja die sagt der war bei denen und die waren ihm nicht so richtig radikal genug weil die nicht dafür gemacht haben bei den muschelik in den versen den sieben was in den jesigen passiert was haben die mit dem gemacht ja aber nein sie müssen erst mal sicher sein ob die leute kopf waren sind oder nicht bevor die sie hinrichten das war nicht genug man sollte hingehen auch wenn man nur den verdacht hat dass jemand ein café ist schon aber die schärger sagt das nicht gesagt du musst du musst entweder du musst ein beweis haben dass der typ kaffee ist oder du musst oder die muss es ja quasi leben zum beispiel der geht nicht beten der folgte nicht den islam der fast nicht obwohl fasten sollte man im fasten gibt es keine strafe mit dem islam wenn ich fastet da gibt keine strafe dafür also der muss sagen ich bin kaffee zum beispiel oder die beleidigte professor dann erst darfst du hast du die holger das kannst du nicht einfach nur dabei du dringst und auch wenn er sagt zum beispiel sachen über koffer auch wenn er sagt sachen die in den unglauben führen dass du auch nicht sagen dass sie kaffee ist weil es gibt wieder ein gesetz nach her und koffer lese wie kaffee wird der koffer bringt ist kein kaffee sorry und keine kann sagen dass sie machen die hat nicht mal als hat hat die die haben wir können die sagen dass keine musik sind ja können die nicht weil die menschen die menschen sind diese musikin sind es gibt ja es gibt ja foto als bei kassare sagen die zum beispiel auch wenn eine musch bei einer aus dem kram ausgeht zum beispiel mord hat wird du kannst ihn auch töten und auch die sportlich die sagen du kannst sein fleiß über essen ja 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 das hat ja das hat ja auch halid gemacht das hat er gemacht hat das auch gemacht hat den leber von hamza der onkel von muhammad gegessen weil er ihre vater damals umgebracht hatte in in ob es aber rufen benutzen ja und er hat dann leber genommen das ist ja das war der normalen mann und dann sagt er auch so sachen das war mir heute wirklich zu viel das war schon heftig und dann ist er danach hatte ich gemacht mit muhammad mit dem ja meine vorbild sind doch die sahabe ich meine die haben sich alle gegenseitig umgebracht ich meine die haben sie auch mit der körper von 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 rothman noch gespielt ne tertil bultet rothman kennt ihr das nicht und das kennst du ja das ist abu noreen das ist abu noreen das ist der mit den zwei lichten der war verheiratet zu den zwei töchtern von muhammad ne ja und das und wir haben keine respekt vor ihm und dann haben sie mit einem sein mit ihm gespielt und so und dann hat uns gesagt außerdem wir haben ihm nicht seine nachricht schreiben lassen als er am sterben lag habe ich gesagt wir haben ihm nicht sein ding sie haben ihm nicht gehorcht wir hatten keinen respekt vor ihm und dass er dann verstanden hat dass er sein spiel hier nicht machen kann ist ja was hast du gemacht weil du hattest 23 jahre deinen kitab zu schreiben oder deine botschaft das war womit warst du bitte beschäftigt mit kleinen mädchen mit mittel über die bettung mit den frauen die sie sich geschenkt haben und du hast keine frauen ruhe gelassen kein dorf hast du stehen gelassen die bäume hast du verbrannt und erst als du am sterben liegst du mir jetzt ein buch schreiben damit ich mich nicht werde nicht dankeschön nimm dein buch mit dir zur hölle ja aber und dann ist es wir sind radikal die reden liebevoll aber die erzählen dir sachen die wirklich wo man denkt mit wem habe ich jetzt zu tun und dann sagt sie nein aber bitte bleibe respektvoll ja ja ist okay wir sind nett und so wir wollen euch nur töten und wir wollen eure familie nur ganz 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 nett versklaven und sie würden gerne eure kleinen kinder missbrauchen wenn es okay für euch ist ja und bitte antwortet auch sehr lieb ja und bitte antwortet auch sehr lieb ja die imame die imame wenn du sie guck mal wenn ihr die muslime nerven wird sagt nie sallallahu alaihi sallam als er dann nach seyd schauen wollte und seinem haus eingetreten ist hat er sein abgesehen subhanallah du hast aber vergessen den dinge riech mubarakat hat riech mubarakat verkaschet hat eine lelah hijabe also eine gesegnete luft um ihn in den hinter von von seinab zu zeigen also eine direkte luft ein direkter wind kam von allah eine gesegnete dinge kam direkt um den hinten von seinab zu zeigen also allah hat sich so viel mühe gegeben allah hat sich so viel mühe gegeben bruder david hörst du hörst du bruder david david müssen bei allah jetzt hörst du was sie gerade geredet haben david ich mache gerade johnny du hast mit jenny auch nicht wenn die die wenn die imame diese geschichte von den adoptivsohn erzählen die mom mit seiner frau gesehen hat als er sie zu hause besuchen wollte und sich an sich verknallt die sagen subhanallah der den besten ehrenvollsten mensch auf dieser welt erschaffen hat hat sich an sie verknallt und dann hat er ihn geheiratet zu sein und dann hat er ihn geheiratet zu der frau die mohammed großgezogen hat seine 70 jährige frau von seyd der 18 war die frau die mohammed großgezogen hat 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 mußte dann den kind von mohammed hat bitte ziehmutter meinst du sowas ne ja sowas ja seine ziehmutter hat dann mit seinem adoptivsohn geheiratet der ist sechs monate danach gestorben der hat ihn immer als erster geschickt in den Kriegen immer der hat ihn als erster geschickt in den Kriegen erster Linie der wollte ihn los haben ich weiß nicht ob er eifersüchtig von ihm war Anfang sagte er Seyd hätte wohl die erito hohe erito nie Anfang der hat ihn rausgenommen der hat seine Hand hochgehalten und sagte das ist mein Sohn Seyd und ich werde erbschaften ja verrückt heißt er Seyd ich dachte immer Seyd so wird er auch schulschrufen Nein Seyd 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 Judi Judi wusstest du diese türkische frau von der ich dir erzählt habe sie heißt auch Seyneb Seyneb Ich dachte du machst jetzt so mit Absicht Nein Entschuldigung ich hab mich mal daran gedacht ja aber ich hab mir eigentlich doch besenken auch ich hab mir das schreit hier wegen denkt nach denkt nach er hat sich paar sachen auswendig gelernt oder gemerkt na ich rede jetzt von Islam und wenn ihr sagt redet mit mir über Islam fragt mich über Islam wie gerne hast du ihm die Frage stellt er dreht das so um und sagt das was er auswendig gelernt hat mehr als das weiß er nicht aber weißt du Judi ich habe in der Schule habe ich viele Gedichte auswendig gelernt aber verstanden habe ich sie nie ich sag ihn ich frag ihn einmal denk nach sind die Eltern seines Prophetes als Gläubige oder Ungläubige gestorben ich hab da mal gesehen ich hab da mal was gelesen aber er hat sie doch verflucht er hat doch seinen Vater er verflucht oder nein 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 ich sag Judete Schwester wie geht's dir alles gut ja hallo Shalom Shalom guten Morgen ich hatte gerade auf dem Herzen ich war bei der bei der Beate heißt sie ist eine Albanerin und sie ist sehr offen für das Evangelium und ich hab ab und zu mit ihr gestreamt also über diese Matches habe ich sie kennengelernt und sie ist ein sehr sehr offener Mensch für das Evangelium und jetzt irgendwie seit gestern und heute hat sich dieser Denk nach an sie geklammert ich weiß nicht manchmal denke ich er beobachtet irgendwie wer mit wem spricht und dann zack geht der hin um die um den Samen den man gesät hat stehlen zu wollen und deswegen dachte ich wenn jemand wie Ali zum Beispiel oder Jerry Lust und Zeit haben dass wir dann darüber gehen so dass ihr sie von Denk nach quasi befreit Shalom Shvester Violetta Shalom a la Juvoda Shalom a la Juvoda Schau mal die Bertha sie muss ich weiß es nicht ich weiß dass sie muss selber klar kommen und da sehen dass er lügt und ja sie ist ein Frau sie hat Gefühle ihn ist das und der Teufel spielt mit ihr schon solche Gedanken natürlich Aber du kannst mit dir in der Ruhe sprechen, Schwester, das wäre sinnvoller und besser, denke ich mal, weil du weißt, dass wenn ich hochgehe, der denkt nach, er wird keinen Raum geben, er lügt, er läuft weg und er gibt keine Antwort auf meine Fragen, verstehst du? Ja, das schon, aber so, dass das so ein bisschen christliche Unterstützung ist, damit man dagegen agiert, weißt du? Weil sie ist halt echt sehr, sehr, sehr offen für die Wahrheit und sie bietet ihnen jetzt nicht so komplette Plattformen, dass sie sagt, du kannst reden, was du willst, also die versucht da schon zuzuhören in dem Sinne, aber er ist sehr, sehr listig, wissen wir ja, wie er arbeitet. Ja, klar, der kennt den Islam nicht und der geht ja auch die Fragen nicht ein und das ist ja das Problem, er geht auch die Fragen gar nicht ein, was soll man machen? Wenn unser Stream kommt, dann hat er keine Chance, der wird wie ein Hund weglaufen, aber der kann sich nicht überzeugen, keine Sorge Leute, der kann sich nicht überzeugen, wie, womit, womit soll er sich überzeugen, keine Sorge, ich habe letztens dein Video gesehen mit Anas, das war einfach nur Zerfetzung, Zerfetzung. Ja, aber auch Anas, der hat ja keine Ahnung von seiner eigenen Ahnung, deswegen, Schwester Violetta, wenn Bertha auch bereit ist, mit uns zu reden, können wir mit sie reden, das wäre kein Problem. Ja, also wir können mit sie reden, wir können, aber jetzt, wenn wir jetzt da rüber gehen, weiß ich nicht, ob das Sinn hat, das was bringt, jetzt, sie hört ihn gerne zuerst mal, verstehst du? Du siehst mit den Ohren, so wie bei vielen Frauen, ich meine das jetzt nicht bei dir, Violetta, ich meine das so. Nein, nein, das ist ja auch biblisch. Mit dem Gehör verlieben sich viele Frauen auch und er ist sehr gut in der Takiyah-Technik, er ist da sehr gut begabt, er ist da vom Teufel gesegnet worden mit dieser Takiyah-Regel. Und, aber ich verstehe, was du meinst, also, dass wir, dass wir Christen und Geschwister, dass wir da mehr auf sie auch einwirken und sie von der Wahrheit, also von dem Licht überzeugen in der Dunkelheit, wahr? Genau. Violetta, meinst du denn, die kommt so hier rüber? Kann die hier rüber kommen, oder? Heißt die Bertha? Ja, sie ist gerade selber live, er ist bei ihr im Live, weißt du, und das war jetzt die zweite Person, erstmal dieser Ben, dieser Afrikaner. Der war bei mir, in diesen Matches, keine 10, 15 Minuten später, war dieser Denknach bei ihm auf einmal, nach unserem Team, bei ihm und hat ihn dann voll gelabert. Jetzt macht er das nochmal, bei dieser Bertha, die auch bei mir war, als wird der das irgendwie, ich weiß nicht. Ja, der beobachtet deinen Stream und so, alles, mit wem du redest bestimmt. Frauen vor allem, das macht er immer bei Frauen vor allem. Genau, voll dämonisch, echt. Genau, das ist ja. Ja, ähm, hast du, hast du denn schon gebeten? Man wird dann Lust hat, wir können mit ihr reden, das wäre kein Problem, meine Schwester, dies kann. Violetta, hast du, hast du denn schon einen Antrag abgegeben darauf, dass du seine Sexloven sein darfst? Aber es wäre schön, dass du ihn blockiert. Ich habe ihn blockiert, aber er hat bestimmt noch einen anderen Account, Fake Account oder so. Ja, und dass er dich nicht mehr sieht, wo du live gehst. Ja, wie denn? Genau, genau. Ich weiß ja nicht, weil es so einen Fake Account hat, dann weiß man das nicht. Ich kannte einen Bruder, ich muss mal gucken, er kannte sogar bei ihm sein, seine Dings Account reingehen. Aber alle seine Daten, sogar. Ach, ist egal. Wenn er so weitermacht, werden wir erst einen Überfall über ihn machen, Bruderschwester, in welchem Live ist denn jetzt die Bertha? Ich geh da mal rüber. Also sie hat ihren eigenen Live eröffnet und der ist direkt dorthin. Wie heißt sie? Achso, Bertha, einfach Bertha. 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 Okay, ich bin gleich wieder da, Leute. Ich geh mal kurz gucken. Geh mal dahin, David, was du verstehst. Können wir gucken, wenn es Sinn macht, vielleicht gehe ich mit Judy da rein. Ja. Wir gehen damit mit den Schienbeinen rein. Ja, ich denke, es soll jetzt keine riesen Debatte sein, sondern einfach, dass ihr viel mehr auf den Herrn Jesus Christus und das Evangelium eingeht, ja, weil dann müsste der Dämonen sowieso schweigen, weißt du, im Endeffekt. Ich kann ihn gar nicht abschlesen, der ist so hinterhältig, er hat mehrmals bedroht, er bedroht mich immer. Du bist er auch. Er hat sehr narzisstische und sehr spiegelverkehrte Züge, die er meint, Menschen so emotionalisieren zu können und immer wieder dieses Jahr, bleib doch in der Liebe. Er bringt einen Menschen dazu, sich aufzuregen und dann sagt er, warum regst du dich auf? Ich kenne solche Menschen, weißt du, das ist innerlich. Er ist von einer von den IS, 100.000%. Ja, der hat ja, es gibt ja ein Video von ihm, er sagt, ich werde die christlichen Frauen als Sexsklave nehmen. Ja, ja, hab ich gesehen auf YouTube. Und der ist richtig hinterhältig. Und er war Lehrer, er war Lehrer. Er war Lehrer? Ja, hat er gesagt? Wo hat er gelernt? In der Toilette bei Allah? In der Toilette bei Allah? Ja, ehrlich, aber Violetta macht ja keine Kopfschwester. Man muss mit ihr reden, mit Bertha nochmal. Und Ali, ich gehe rüber, ich frage ihn, wie kann ein Prophet eine 6-Jährige heiraten? Na, salam, alaikum, bis gleich, Bruder. Ja, ich komme mit Judy. Ja, na, na. Violetta Ali, komm, gehen wir einfach mal schauen. Ja, dann lass mich nicht Babu alleine hier. Na ja. Ich kann doch nicht Babu alleine lassen. Ne, alleine lassen jetzt nicht. Ob er euch überhaupt hoch lässt, das ist die Frage. Ne, die Bertha, das ist ja ihr Stream. Sie streamt ja selber. Ja, ja, alles gut, Leute. Wenn ihr gehen wollt, ist es okay. Ich unterhalte mich hier mit den Leuten. Ist nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht. Bertha, lass Judy rein, Judy ist kein, er ist ja ein, so nach der Dinge, ist atheistisch. Er kann sie sehr gut, auch mit Islam aus, sehr, sehr gut. Lass erst mal Judy rein, sag Bertha, die soll Judy reinlassen. Okay, dann gehe ich nochmal kurz darüber. Ja, bis gleich. Schick mal, schick mal Stream. Ja, ich schicke dir den Link, ja, Jerry, Bruder. Ja, ja, danke. Okay, bis gleich, ciao. Bis gleich. Ja, so, ich packe mein Werkzeug. Mein Gott, mal. Shalom, Shalom Jesus, ist der weg. Ja, Juse, du kannst fragen. Habibi, ja, der, diese Muslime, die haben, die beschäftigen es wenig mit ihren Quellen. Sehr gut. Eine islamische Seite lese, was sie da sagen. Und da verrückt die Leute, ey. Die Muslime haben sie nicht mehr alle. Die haben nicht mehr alle, Bruder. Die sind einfach nur fantasievoll von Mohammed und die denken wirklich, dass er Prophet Gottes war. Die wollen alles. Und das Schlimme ist, wenn wir sagen, Mohammed hat das gemacht. Dann sagt sie, ja, der war der Prophet Allah. Allah hat ihn erlaubt. Wie kannst du glauben, dass Allah ihn erlaubt hat? Wozu dient ein Bruder, wozu dient ein Heirat? Wozu dient das, wenn er mit einem kleinen Kind, die kann nichts machen, wozu dient diesen Heirat außer diese kranken Gelüste? Verstehst du? Ja. Wozu, was soll ein kleines Kind bei dir zu Hause machen als Erfrau? Ja, was hat sie denn als Aufgabe, außer dass du dich da an sie befriedigst? Das ist auch krank. Das ist einfach, die wollen einfach einen Kranker. Und außerdem habe ich gesagt, ey, nicht alle Leute haben das damals gemacht. Nur die Kranken. Nur die Pedos. Und die waren auch damals Pedos, weil normale Leute haben keine Lust auf Kleinkinder. Und die werden nicht erregt bei Kleinkinder. Heute nicht und damals auch nicht. Interessieren sie sich nicht für Fakten und solche Dinge? Ja, ja. Hauptsache, ja, Hauptsache der Islam, die beschützen deren Religion mit Händen und Füßen und alles. Das ist nicht normal. Oder auch ein bisschen, naja, soll ich es nennen. Rational denken. Aber wie wir vorhin gesagt haben, die haben gar keine Kultur mehr. Ihre eigene Sache, womit sie sich identifizieren können, ist ja Islam. Und deswegen, wenn du sie in den Islam wegnimmst, hat er nichts mehr. Und Bruder, wie das Erfolg hat. Bitte? Ja, ich war da. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Die Schwester Bertha, sie scheint ihn gerade so ein bisschen auf die Ersatzbank zu setzen. Und er ist ein bisschen gekränkt in seinen Gefühlen und sagt, denkt nach, der mal besser vordenken sollte als nachdenken. Das wäre von Vorteil. Der natürlich versucht sie zu als sehr ärzt, sie als Idiot und als bekloppt bezeichnet schon und so. Also sie lässt auch keinen Hoch, leider. Sonst wäre ich natürlich hochgekommen. Aber du weißt ja, wie es ist. Ja. Leider. Man gibt solchen Menschen keine Plattform. Warum? Weil der ist ja krank. Dieser Mensch ist echt krank. Und der hat ja keine Manieren. Er ist ja besessen. Und der ist wirklich ein peinliches Kind. Wieder locker. So wie das sein Hetz auf die Lunge. Ihr Ungläubige. Allah, Akbar. Isla, Akbar. Danke schön. Was ist passiert, Bruder? Wurde ich doch gesperrt, Ali. Ja, ja. Ich würde bis vier Tage. Ich darf nicht mein Anteil. Ich glaube, darf ich nicht rein. Die habe ich wieder heute gesperrt. Also dieser denkt nach, er macht da richtig Show. Er versucht auch diese Dame, die Bär reist wohl hier im TikTok, versucht er so zu krempeln. Und sie hat ganz viel Reichweite scheinbar. Also so über 100 Leute. Und da versucht er natürlich so zu tun, als würde sie nur Kommentare lesen. Und er selber versucht, sie von seinem Satanismus zu überzeugen. Bert, er kommt mir bekannt vor. Ich denke, wir haben schon dort... Das ist eine ganz liebe Schwester, ja. Ja, laden wir auch dort ein. Dann zeige ich ihr, wie er Frauen bedroht und Sklavien machen will. Die lädt kein Hoch, das ist das Problem. Sie hört nur wohl, sie gibt ihm gerade Bühne. Aber uns Geschwister leider nicht. Ja, leider bin ich dort ein. Ich komme dort hin. Aber er scheint nicht so erfolgreich zu sein. Entschuldigung, Ali. Ja, kein Problem, Bruder. Jerry ist gerade dahin mit Judy. Weil ich habe keinen Bock, mit dieser Denk nachzumachen zu reden. Weil er geht nicht auf meine Fragen ein. Er ist ein Teufelskino. Ja, er rentet natürlich. Ich wollte gleich der Computer anmachen. Man ist ein Penner, ganz einfach. Ich muss schauen, aber mein Computer ist ja auch an. Jetzt gerade ist er dort, oder was? Ja, ja. Ich gehe dort schauen. Judy. Wie heisst sie? Berta. David, wie heisst sie? Schreib mal hier unten. David. Berta, warte, ich schreibe dir das. Und du brauchst nur bei Live gucken. Und dann ist sie auch als einzige Person mit dem Namen Berta. Das ist wie der B-Flügel im Tegel. Berta. Genau so. Berta, ich schaue nachher. Warte, ich schaue nach. Geh mal gucken. Da siehst du dann diesen Käfer von Denk nach. Ja, der natürlich mit seiner Schleiertechnik versucht, Samba zu tanzen. Was ich meine? Ja, ich habe gesagt. Nachdem der hier weggegangen ist, der war gestern oder vorgestern hier. Dann hat der Baden den Bau. Das sagt der Angst. Ich habe gesagt, Allah ist gaziat. Mit welchen Jilet mal schlaiert? Der ist ja nicht darauf eingegangen. Ich fand das so krass mit dem Bett. Ich konnte nicht mehr. Warum hat er ein Bett? Und sagen sie hier, dein Gott rute nach sechster Hang, aber dein Alarm-Bett. Oh, kein Stuhl. Und da warte, Leute. Wisst ihr, dass sein Stuhl von Allah Geräusche macht? Dass dieses Knie, oder? Ja, ja. Quietschen, quietschen. Ja, quietschen. Ja, quietschen. Ja, ja. Und der Thron macht sie. Ja, ja, quietschen. Da steht nicht geschrieben. Und weil er zugenommen hat, Bruder. Er hat zugenommen. Er ist seit Ewigkeit. Er ist und fritt und liegt auf dem Bett. Er hat nur einen Fuß. Er kann keinen Sport machen. Er hat nur zwei Hände gespricht. Er hat nur ein grünes Seidenkleid. Grünes Seidenkleid. Goldene Vandalen. Und goldene Brunen. Mein Bauch tut so weh. Aber du, Habib-Babo, kennst du auch, wo Allah Joggen macht? Was macht er? Joggen. Auf Laufband? Wie, Joggen? Nein. Doch, Alter. Warte, wenn ich finde, ich habe das gehabt. Allah macht Joggen. Aber die haben Gelehrten gezeigt. Der Gelehrte sagt, Garib, fremd, ich weiß nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Die sind verwirrt. Warte, warte. Okay. Allah. Warte. Diese ganzen Sifat Allah sind verrückt. Ich habe mich befreundet. Wir hatten ein ganzes Buch darüber geschrieben. Sifat Allah. Sie hat eine Majestin gemacht in der Islamwissenschaft. Sie war auch politisch engagiert in Marokko und so. Mach mich groß. Mach mich groß. Ich zeige dir Habib-Babo. So. Part 2. Sunniten glauben, dass Gott Joggen macht. Sahi al-Bukhari hadith Nummer. 7405. Der Gesandte Gottes sagte, dass Allah sagte, und wenn der Diener zu Fuß zu mir kommt, komme ich zu ihm Joggen. Ah so, ja, ja, das kenne ich, ja. Ja, 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 das verstanden. Ja, ja, ja. Das ist so. Ja, verstanden. Okay, für die ist, warum es geht. Ja, ja, das, ja, wenn sein Diener, ja, das stimmt. Ja, das sagt er. Und es stimmt, dass er schnell zu seinen, dass er zu einem Gläubigen reinfängt, wenn sie zu ihm kommen. Also er trabt nicht, er macht richtig schnell so auf 120 Hertz. Er hat Joggen, heißt das. Joggen. Nee, Herrwala ist schnell dazu, ja. Joggen. Eigentlich ist Herrwala nicht so eigentlich, weil Herrwala anders ist. Herrwala ist normalerweise. Herrwala ist nicht das, was die heute machen. Wir sind normalerweise beim Sitz und gesprungen. Du sitzt im Sprung, genau, weil ein Fuhst hat, wir springen, halt, wir hatten damals keine Unterhosen. Steht dir mal vor, in der Hatsch, wo die alle, ne? Ja, die waren alle nackt. Ja, der hat einen Klamotten, sagen wir es ja. Aber kennst du diese Sekunde, bitte? Kennst du diese Video, wo die Muslime Hatsch machen und um den Stein herumgehen und einer bei einer Frau Bongo-Bongo macht und haben erwischt? Nein, habe ich nicht gesehen, nein. Das kannst du aber hier nicht zeigen. Ja, ja, will ich nicht. Ja, aber es ist ja verständlich, das ist der Ort, wo es ja am meisten Belästigung gibt. Sogar in der Moschee von Mohammed, damals wurden die Frauen belästigt. Du kennst doch den Vers, wo er sagt, dass die Männer hinten gehen sollen, weil sie hatten eine hübsche Frau dort im Dorf bei Momo und alle Männer haben gewartet. Erst wenn sie reingegangen in der Moschee, dann sind die danach reingegangen, haben sich hinten gestellt und so und zu beten und haben dann gewartet, um zu gucken, ne, weil die hatten damals lustige Klamotten. Aber welchen Zusammenhang hatte das mit dem Joggen mit Allah? Welchen Zusammenhang, also Kontext, meine ich? Das ist ein Hadith, Sayyih al-Bukhari. Und hatte der nicht irgendwie eine Verbundenein mit irgendeiner Ayat oder Tafsih oder so? Nein, er sagt, ihr kommt zum Fuß zu Allah und Allah kommt joggen zu euch. Ja. Danke. So weit. Dababu, diese mit Frauen kenne ich nicht. Ich musste sie schicken. Ja, sie hat gesagt, diese Frauen sollen hinten gehen und Männer vorne, weil die haben sie belästigt. Die haben gemischt. Um zu gucken, ne, ihre Dings, weil die Klamotten waren durchsichtig damals. Sie hatten keine Unterhosen oder so, kein BH. Und dann haben die extra hinten gewartet, bis sie reingegangen ist und dann haben sie angefangen zu beten, hinten um sie zu gucken. Und Mohammed hat das gemerkt. Und dann hat sie gesagt, nein, 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 sie haben es verstanden, ab heute beten Frauen hinten und Männer vorne. Ja, das ist doch Wahnsinn. Aber dass man die Belästigung im Moschee macht, verstehst du? Die hatten gar keinen Respekt. Die sind doch dort zum Beten. Verstehst du? Und dafür denkt man, okay, also die haben Mohammed Giles F genommen. Das war alles wie... Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Du kennst nicht die Bibel, du kennst nicht die Bibel oder wie? Komm, klar. Wo die Zeit 3 steht, komm. Was ist das, Willen? Achso, das ist Judy bei denen. Ja, das ist gut. Wie alt war denn die Bibel? Okay, fang mal die Bibel. Die Violette kennt die Bibel. Wie alt war Rebecca Violette? Sie war auf jeden Fall keine 3 Jahre alt. Sie war eine... Ja, aber wie alt war sie? Ich gebe dir eine Antwort. Dann hör auf, dazwischen zu reden. Also, Rebecca war niemals 3 Jahre möglich, denn sie hat entschieden für sich selbst. Das kann ein 3-jähriges Kind niemals tun. Sie hat Kamele getränkt. Kamele. Jeder normal denkt, Mensch weiß, wie viel ein Kamel trinkt. Und sie hat Kamele, Mehrzahl getränkt. Das heißt, ganze Wasserflüge, gefüllt und getragen. Sie hat... Es gibt ein Video, ich werde die Schwester Werther... Ich werde der Werther das zeigen. Ich werde sie auf die Bibel machen und dort... Boah, lass doch mal die Menschen ausreden. Du hast nicht eine Krankheit, Junge. Ihre Mutter, Ihre Mutter... ...und sie hat dir keine Daten und Gruppen gegeben, damit sie zunehmt, wie bei Aisha. Ich denke... Der lässt nie jemanden ausreden, so wie die Menschen der Nächsten lieben. Ja, ja, ja. Ich habe keine Songs nicht gut genutzt, Bro. Ach nee. Nein, nein. Sieht das als, wären Sie gleich fertig, oder Jerry? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, wer... Die ist dem der Live. Der wird abhauen. Ja, der Live ist aus, Gott sei Dank. Ich kann ehrlich gesagt auch diese Tranzenstimme von Denk nach nicht hören, die ist absolut abtürnen. Ja, dieser Denk nach. Ja, Gott sei Dank. Du musst mit Bertha allein reden, Schwester Violetta, in der Ruhe. Und wenn sie Informationen über Islam haben will, kein Problem. Kein Problem. Sie kann hier hochkommen. Du kannst sie anschreiben, sie kann auch hier hochkommen. Dann können wir alles zeigen, was der wahre Islam ist, was der Denk nach nicht hier das ausreden will. Ich habe Violetta hochgegangen, habe ihr Video-Judia geschickt. Aber jetzt ist er eine neue Live gemacht. Das ist absolut toxisch, wie Violetta sagt. Nein, das ist echt toxisch. Also, was der von sich gibt, seine gespielte künstliche Art und sowas. Ich schicke jeder, der will, wer Frauen bedroht. Heute hat er auch, er hat dieser Andi bedroht. Er hat heute dieser Andi bedroht auch. Andi? Habt ihr ihn aufgenommen? Nein, dieser Andi, der Junge war da und hat er ihn auch gesagt, hat er so bedroht. Aber letztendlich, dieser Denk nach, dieser Denk nach ist satanisch, er ist besessen. Er ist nicht nur satanisch, er ist echt besessen. Er hat einen Geist. Er ist schon da, der von dem Teufel spricht. Also, Denk nach ist satanisch. Er ist ein satanist. Genau. Seid ihr eins oder seid ihr sieben? Habibi, Denk nach. Seid ihr eins oder seid ihr sieben? Mit Reden und Spielen. Seid ihr eins oder seid ihr sieben? Wie viele Dämonen haben Mohammed gekriegt? Seid ihr eins oder seid ihr sieben? Ihr könnt ja nicht zählen, ihr seid also alle einig. Nur du kannst zählen, ne? Ja, Allah kann ich nicht zählen. Ah, Frauenschläger, nur du kannst zählen, ne? Die Wahrheit kommt am Tageslicht. Schau mal. Schau mal da unten, was sie schicken. Schau mal da unten, das Video. Siehst du dieses YouTube-Video? Da sehen wir, wer droht. Wie weißt du eigentlich? Darf ich nicht ansprechen, denke mal. Ah, wir sehen hier, wer Frau droht. Schau mal, bitte Frau droht. Leute, 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 ganz schön. Schau mal da unten, da. Wie darf ich dich ansprechen, denke mal. Seid ihr eins oder seid ihr eins? Ich bin mal ganz vorsichtig. Denk nach, denk nach. Wer spricht da? Ah, Jodi, ah, du Kurde. Was bist du eigentlich? Bist du jetzt nie die Touristik? Wie, du Kurde? Bist du Kurde oder bist du eigentlich? Der spricht, das ist ja noch ein Jeside vor deiner Türe. Bist du nur ein Kurde, oder was? Du hast schnell ein Jeside vor deiner Türe denkt. Pass auf, was du über Jeside sagst. Schnell hast du ein Jeside vor deiner Türe und hinter dir. Halt das Maul jetzt. Ist ein Jeside. Bist du ein Jeside, Jodi? Guck mal, ich bin lieber ein Jeside als ein Steinanbeter. Halt das Maul. Ich frage dich, bist du einer? Ich frage dich, bist du einer? Nein, nein, nein. Was bist du denn? Bist du ein Kurde? Ich bin ein Kurde, ja. Bist du ein Atheist? Was bist du denn? Ist dir doch egal, was fragst du mich? Bist du ein Jeside, ein Jude, ein Atheist? Bist du ein Steinanbeter? Bist du ein Jeside, ein Jeside, ein Jeside. Ich bin ein Muslim, das Handler. Ein Muslim. Ich frage mich, bist du ein Jeside. Bist du denn das? Warum schämst du dich? Du sagst, ein Steinanbeter. Ich frage mich. Warum schämst du dich? Dann schäm dich doch gar nicht. Dann nenn doch deinen Glauben. Was bist du? Ich habe keinen Glauben. Was jetzt? Dann bist du also was, ein Atheist? Es ist dir doch egal. Ich frage mich doch du. Aber du hast keinen Anbeter. Okay, du bist also ein Atheist. Okay, mit Atheisten rede ich gar nicht. So, wieder locker, du und ich reden. So, wieder locker, du kannst dich entstummen. Ich erlaube dir, dass du dich entstummst. Ich erlaube dir, dass du dich entstummst. Du bist ein dreckiger Mensch, ein dreckiger Mensch, die Frauen bedroht. Du bist ein dreckiger Mensch, die Frauen bedroht und lügst wie dein Prophet. Ich erlaube dir zu reden, bitte. Ich erlaube dir zu reden mit der Lok. Ich scheiß auf deine Erlaubnis, okay? Ich erlaube euch zu reden. Nur eine Person spricht. Du hast das Wort mit der Lok. erlaubt haben wir zu dazu dass wir nicht mit dir wieder locker kommen wir reden schon mäßig wieder was die reden oder macht diese zeit weg oder wo machst du diese zeit lassen wir bitte ja weil sonst hören wir nicht wurde sie hören auch keine wir haben nichts wahr aber wir haben nicht so wichtig oder oder ich will mit ihnen reden er will nicht mit mir reden verstehst du das aber die anderen schreien während du redest könnt ihr alle euch stellen und die weise lassen ob ich habe mir geholfen ich habe mir geholfen ob ich habe mir geholfen weißt du meinst aber ich bin ja auch agnostiker wo ist das problem ich verstehe ich ja 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 ich bin ich bin ich bin ich bin lieber ein stein anbieter ein feuer anbieter nicht einer der kinder heiratet ja ich bin ich bin ich bin ich bin lieber ein einzigen anbieter aber keine kleine kinder die noch keine brotten haben als verstand noch mal dass ich gerade sehr groß geholt das ob sie nein nein alles gut ich bin ich bin ich bin ich bin lieber gerne ein stein anbieter ich bin ich bin ich erlaube dir ich erlaube es dir zu reden hey ich rede mit ich erlaube dir zu Entschuldige dich, dass du lügst, entschuldige dich, dass du lügst, und dann können wir das Gespräch weiterführen. Entschuldige dich, dass du lügst. Natürlich, mein Bruder, natürlich. Dann sag vor allen Leuten, was du das sagen hast. Ruhig... Leute, Leute, Freunde. Bitte, Sie hätten betreffend einen Besuch, der sagt dir... Wieder Lothar, hör wieder einfach mal... Wider Lothar... Wider Lothar ein... Stumm! 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 Bitte, wie du ein Wort hängen, kommt nicht zu Wort! Und die bisschen klagen, ob ich ihn dazu stellen kann man in einem Holst. von menschen anbietern menschen anbieter wenn allah ließ man ist nicht ließ wenn wir mal mit seinen zwei rechten hände kommen und deine hand dreht sich einmal um den kreis der kann den übereinstellen hier flüchtet die ganze zeit besucht einen grund zu suchen und zu flüchten warum bist du so warum ist nicht wieder locker dein prophet wurde vergewaltigt von dämonen habibi kommt gottes segen was war hier einfach an der mail kampf gekommen er ist ja schwul wie mohammed und er kann ja da du bist zu offensiv könnt ihr bitte in holen und fragen wo rebecca bitte drei jahre alt war jerry jerry nein nein jerry jerry nein nein bitte dieser lügner und betrüger ich ja lasst uns einmal riecht beherdigen bitte nein nein jerry lass mal lass mal jungs wäre das incest wenn ich meine kusine heirate mohammed hat seine tante geheiratet wurde wirklich leute hat auch so so offen oder so man sagt menschen anbieter sagt menschen anbieter muslime verstehen nicht anders entweder mohammed wurde bonga bonga gemacht oder gar nicht meine frage ist allah hat himmel erde erschaffen laut deren logik himmel erde tiere alles aber warum hat er vergessen seine seine linke fuß und seine zwei linke hand vergessen kann eine dieser mal aber wie das alles erschaffen aber er könnte sich nicht einen zweiten bein und einen linken arm zu schaffen wie geht es dir bruder auch nicht so gut wie geht es euch jeder deiner mama wird kauft und trage gott ist mein bruder und deswegen habe ich gesagt zu violeta ich habe keinen bock mit dieser satan zu reden weil er lässt niemanden reden er klappt verplappert sich er redet ohne unterbrochen wie ein mohammed wie ein teufelskind ich war vor eine halbe stunde in seinem live er hat sie so manipulativ so manipulativ mit ihr geredet wie gesagt es denn wenn man normalerweise kein plattform schenken ich kenne dich ja du sowieso aber sonst ich kenne dich auch du kriegst du auch mein cousin ich kenne dich auch du warst bei mir im stream kann sein kann man kann sein du warst bei mir im stream stimmt stimmt ja ratte mal sogar wo ich dich sogar noch kenne von club aus der selbein was mit flawless und so damals ja wer bist du denn da keine ahnung keine ahnung was bist du für ein landsmann ich bin aus der türkei ich bin aus der türkei aus konja konja der zähne ich meine buddha ich war also in konja leben ja nur muslimen ich war muslimischer sonniter das bin ich schon seit mehreren jahren christian daran beglaubt nicht daran dass jesus gott ist ja das stimmt warum bruder jeder hat seine meinung es geht nicht um meine meinung es geht um die bibel hast du die bibel gelesen nein noch nie mal die natürlich okay wohl zum beispiel jesus christus sagt klar und deutlich wer mich schon gesehen hat den vater gesehen ich meine warte sind ein johannes kapitel 1 vers 1 wurde kann man dann war das mord und das wort aber und das wort war gott und das wurde vielleicht oder können wir uns ehrlich dass mein kurs ein jahr hatte gesagt ich war viele jahre trinitale ich kenne alle fassen ja aber vielleicht hast du falsche leute aber es geht um die bibel ich erzähle jetzt sind ja mein leben ich erzähle dir mein leben habe ich bin ja deutschland groß geworden ich war zu älter ich war mafiosi ich wollte mich mit 25 jahren töten ich wollte mich umbringen als ich mich umbringen wollte ich hörte eine stimme sagte zu mir rede zu gott bete ich habe das ist beten sage rede ich habe da was soll ich reden sagt sprich zu mir ich habe gebetet und ich habe geweint ich wusste nicht was beten ist ich war ein fiesnerer menschen ich habe einfach alles was in meinem herzen habe ich geredet zu gott und weiß wie er mir erschienen ist jesus christus ich habe ich war schockiert ich habe gesagt ich habe sogar ja schau mal und jesus christus hat mir die zu ich habe gesagt wann du gott bis die wahrheit gibt mir zwei kinder zwillige war nur gott kann leben gehen ich habe die kinder unterschiedlich beschrieben die eine solche schlitz augen haben die andere runde augen total die beiden meine mädchen unterschiedlich gesagt und hat mir die kinder gegeben als die kinder geboren waren ich habe geweint die krankenhaus nach hause gegangen weißt was der herr schritte seine stimme ich habe gesagt hey jesus was du sagst werde ich tun aber was willst du von mir ich bin kein christen weißt du mir gesagt wieso den wahren weg ich habe gesagt wer ist das ist der wie gesagt ich bin der weg komponiert mich und er zeigt mir kreuz und licht und das ist mein lieber bruder als ich die bibel gelesen habe dann hat jesus bevor ich die bibel lese hat mir die alte das dann in sachen gezeigt dass die feuer säule dass gott in der feuer säule war und er war das ja ich habe gesagt das war jetzt hier jesus guck mal wie können wir morgen überlegen bitte nicht heute ja ja kein problem oder aber macht ihr gedanken bruder ich habe den herrn jesus bevor ich die bibel schon lese hatte jesus christus schon geantwortet dass er der wahre gott sondern die bibel gelesen habe ich habe zu vorder kann dieser jesus muss gott sein es geht nicht anders und da sehe ich mein lieber bruder jesus christus ist der wahre gott und das ewige leben erste johannes kapitel 5 5 20 sehr sehr wichtig dass jesus christus gesagt ich bin der letzte kapitel 1 kapitel 2 hier sagen wir vier 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 die sechs jahre seiten von 30 1 bis 6 alle dieses alle diese quellen alle dieser bibel ganze die bespricht als gott selbst ja wir kommen wird mein lieber bruder lasst du mal ja ja wie man reden aber bitte sagt niemals dass jesus nicht gottes jesus christus ist der wahrhaftige unterleute denkt nach jetzt zurück kann ich eine von euch unternehmen vielleicht ja prüge und wieder bleibe oben da war ich wenig dass alle zusammensprechen nur ein person spreche mit ding alles gut ich gehe runter redet ihr nein nein doch jetzt gibt es plass als gut ganz klar als jemanden anzeige ich jetzt nicht zu bleiben denk nach der ist besessen der ist tag und nacht nur hier ja das ist besessen der ist tag und nacht nur hier hat das du nicht nur auf facebook sowas wie nachrichten gemacht von vielen jahren wurde diese kommt hier und denkt wenn er sagt kommt zu mir und dann gehen jemand zu ihm er hat niemand zwei leute sind bei also ich glaube ich geräber weil ich habe bock ein bisschen ich habe hunger ja ich mach ihn fertig also ich gebe ein bisschen ja ich sage ich sage wie diese judy und besagte die wollte dich fragen warum konnte denn allmächtige gott nichts gegen diese ziege was tun da wo sie die ferse gefressen hat am bruder vertraut heute beweise ich ihn dass die erbsünde im islam definitiv bruder sonst gebessern die tinge bringe ich nur christen dort ging die sich verfügbar schluss oder josef du willst bestimmt anwende schimpfen oder schmeißig raus nein 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 ich bin schon für nicht muss und dann haben wir das doch er will genau dass er will dass jemand dahin geht und ignoriert ihn einfach ignorieren lassen wie eine hundseel in der allein hat ja dann kennst du den unterschied zwischen vorhersehung und vorherbestimmung ja oder nein natürlich kenne ich den so geht dann noch nicht so als christ dass adam die sünde gemacht hat war eine vorherbestimmung ja 50.000 jahre bevor er denn erschaffen worden ist hat aber das so entschieden jetzt du kannst ihm mal das zeigen und was er dazu soll nein nein einfach sagt warum ist das mohammed mit seinen kusern beide nackt waren aus dem kommen sind mit kleider weglaufen und ist runtergefallen und sein kusern schaute auf seine popo warum waren die nackt brauchen sie nein ich frage ihn ich frage ihn ich beweise die erbste neuer ich habe ihn runter gemacht weil ich wollte den anderen aufholen ich werde jetzt gesagt ich wollte nicht sagen nein nein es machte ich bin so ein paar tage frei was für eine woche ich bin so beschäftigt mit mir selbst ist das macht meine sachen erledige alles und weißt du so ein bisschen seelenfrieden und dann nach dieser woche oder ich mach tiktok auf und die ganze zeit oder meistens so richtig jetzt weißt du was ich meine deswegen deswegen rede ich so aber juli weiß ganz genau wenn ich weiter mache mit debattieren ich bin genau auf selben kopf wie euch wie ihr das muss auch nicht sein ich habe kurz eine frage an musikin bitte alle kutschen hast du mal videos gemacht mit den aktuellen nachrichten und sowas damals vor jahren welche nachrichten habibi ich kann mich noch erinnern ich glaube das warst du das war facebook oder youtube so nachrichten gemacht so was in der welt gerade passiert oder sowas keine art irgendwelche videos auf jeden fall gemacht gehabt habibi in facebook habe ich alles gepostet ja ich glaube mein vater hatte ich damals mal guckt du hast du kurdische videos gemacht damals habe ich auch ich habe ich facebook seite missgintv kodisch und ich habe ja auch meine alliaten auch mein vater damals geschaut aber wie lange denn ich geguckt und weiß ich nicht ja bruder aber wir reden bruder wir reden noch nachher weil du war den herrn jesus christus seine gottheit du mir ist es ist ein vater christ der war natürlich und dann wurde der später für mich ja schön ist es dass die die herrn jesus erkennen dass ewigkeit haben natürlich aber jeder der islam verlässt er hat er hat wirklich gutes getan er hat wirklich gutes getan sein leben ein kirchenvater ich weiß dass wir die regel von palama sagte weil der islam führt zum atheismus weil also der sagt weil die leute so viel angst davor und da nur schwachsinn drinsteht und sowas weißt du genau er hat absolut recht bruder weil je mehr du dich mit den schriften befasst oder du kommst zum zweifeln du kommst zum zweifeln und du hast die ganze zeit schiss jeden tag hast du nur schiss wie als würde der gott dich in die hölle schicken wollen ja alles im stehen du darfst nicht du darfst nicht mit den rechten halten du darfst nicht im stil im wasser trinken ist eine sünde du darfst nicht Allah beobachtet dich Allah beobachtet dich selbst beim kacken und so du sollst mir duschen du sollst mir duschen mit unterhosen weil das ist ja beschämend wenn die engels zu sehen hä Allah aber warte kurz auf ernst ja 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 das ist das du musst mit du musst nicht du musst nicht mit unterhosen du musst nicht aber du musst nicht du musst nicht das ist keine Chance sondern oder aber die wahrheit weiß nicht aber die wahrheit dieser Allah er kann gar nichts er ist ein Nichts er kann gar nichts nur so auf eine Sache kann er nicht 24.000 Propheten und keiner hat er geschafft die Botschaft zu beschützen 124.000 Versuche Maschallah er kann gar nicht bis er von siebten himmel bis hier mit ein fuß kommt das dauert millionen jahren nicht bisher nicht mit müde muss ein bein auf den anderen stehen wenn ich sage schrott dann beleidige ich glaube ich also leute entscheidet euch eine von euch eigentlich wollte ich nur fragen warum hat nämlich angenommen gar nicht live was hast du jetzt laufen gelassen ja pass auf das ist das haben die da sind alle ich bin blockiert auf blockliste von diesen wer will die kommen ich kann gestern mit dir zu dir mit offenen armen entschuldigt der ganze scheiß schmeißt du einen freund von mir raus meine freunde werden nicht vorgeführt diese satanisten will ich gar nicht hören also auf zwei accounts bin ich gar nicht geblockt aber da ist ja bitte warum gehen davon aus dass sie genau da geboren wurde da wo ich den partuell zeugte becker wo der frage was will ich so bis sie drei jahre war oder was nehmen bauen die das denken weil sie denken weil sie denken dass sarah direkt gestorben ist als rebecca geboren ist und das ist aber nicht das was mohammed mit ein kleines kind gemacht hat darum denken sie das ihre gedanke sind so pervers und verdorben ist der driver und dort steht nach diesen dingen also nachdem aber haben und sein kind opfern wollte bekam er die nachricht dass milka das passt auf dass milka die ober von rebecca pass auf also milka geboren acht kinder eines davon war barter und barter zeugte rebecca und wo war jetzt die zelt wo war die zelt und die zeitangabe der rebecca geboren ist die sind behindert die nächste spielen da steht virtuell zeugte rebecca das bedeutet sie ist gerade geboren also seid ihr behindert oder von mir aus ich sag euch ehrlich ist rebecca war sogar zweieinhalb jahre ein ich gehe jetzt auch da rein genau das wollte er wollte die bühne haben er hatte bekommen jetzt wenn christian dorthin gehen hatte genau das bekommen weil der roi holi nicht mehr hoch bei mir und die sprecher nicht mehr mit den folgen dass er mehr manipulieren kann dieser herr hier fällt auch immer auf dieses spiel von muslimen die spielen mit euch manchmal wenn ich ihm mit einem diskutieren und ihr springt und die produzieren euch mit dem mitte wegen dass wir den christentum denke ich mir aber wenn ihr dumm warum reagiert ihr jetzt auch nein nicht reagieren ach bruder man muss die diesen band dieser schlange so schnell wie es geht hier auf tik tok einfach blockieren bruder weil tik tok ist eine app oder ich wette sogar würde ich kamera anmachen und dort richtig predigen wie ex muslimm ich hätte minimum 1000 zuschauer davon wären minimum 70 prozent muslime dann könnte ich dir zu jesus bringen die können das aber auch machen und können die zu schätern bringen deswegen müssen stoppen und nicht haben die sondern liebe und hat dies bekommt ja so 400 zuschauer manchmal so der verführt viele dieser liebe zu hat er hat auch viele zum glauben gebraucht dass er in letzter zeit viele videos gepostet die menschen zum islam von prozent aktiv hat ja schon der eine davon sicher weg können das weiß ich ja das haben wir auch gesehen ja der ist die wahrscheinlich mit sagt in welche junkies vom bahnhof bezahlt ich war gerade vorhin mit ihm in einem anderen live also sehr sehr anstrengend von würde denke nach wenn ich selber nachdenken es ist echt c es ist echt c ich schaue gerade auf die uhr ich muss morgen arbeiten und ich bin die ganze nacht auf tik tok und es ist so c die ganzen auseinandersetzungen aber auf der anderen seite finde ich sie auch enorm wichtig weil ich glaube jahrhundertelang hat man hierzu ja gar nicht wirklich debattiert und man hat schon aber ich sage jetzt mal in dieser in diesem großformat wie man es jetzt momentan macht weil tik tok ist lauter nur solche diskussionen gerade da hat man früher fast gar nicht gemacht und ich finde es gut es ist anstrengend ich finde es aber gut weil das halt zur aufklärung es bringt was ja damals gab es andere methoden zu debattieren damals gab es noch clubhouse was der was sagt okay wir haben die menschen debattiert aber ja tik tok ist ein größeres plattform und erreicht auch mehr menschen ich schwöre auf allah muhammad hat ein sechsjähriger geheiratet es gibt doch genug dazu es gibt mehrere dazu dass sie sich mittlerweile gibt es ja auch was ich aber sehr schlimm finde und das einmal hatte ich eine diskussion und dann hat man mich gefragt ja wann konvertiere ich zum islam und ich habe gesagt niemals und dann hat er mich gefragt auch wenn die bibel nicht wahr wäre würdest du trotzdem nicht zum islam gehen dann habe ich gesagt nein und das ist genau der grund nicht weil mohammed das getan hat also in der bibel haben wir auch keine heiligen menschen außer jesus wir leben in einer gefallenen welt was mich aber halt enorm stört dass das allah gesagt hat dass oder so in der form handeln soll und dann stelle ich mir die frage will ich mit solch einem gott die ewigkeit verbringen wir leben in einer welt wo so unheilig ist und dann soll ich ihnen in ein paradies mit einem unheiligen gott wieder zusammen sein und das noch in der ewigkeit und dann habe ich gesagt nein nein danke davon abgesehen abgesehen davon dass jesus die wahrheit ist aber ich habe gesagt wenn es wenn das nicht wäre dann wäre ich ja testen ich würde niemanden folgen schau mal schmerz auf die ganze koran ist eine fake kopie von philosophien und auch wiederholfen bibel sehr viele sachen geschrieben auch von mal thomas evangelium zum beispiel diese dass die apokrypha so alles und genau grieche filosofen zum beispiel und gar nur so alles sehr viele sachen das alles nur widerspricht und deswegen der koran ist nicht neues gekommen etwas sondern viele klinik wenn etwas genommen und zusammengestellt und wirklichkeit haben die nichts geschafft ist heute deswegen haben die jetzt hadithen und auf sie noch dazu tausende sachen bis heute können sie nicht mehr entscheiden so laut der koran allah ist der teufel selber also richtig versteht auf arabisch aber selber sagt ich bin der teufel ich mache fatna was das bedeutet er macht nein die menschen zwietracht dann die menschen wenn sich bekämpfen oder gegen ihn hast ungehorsam werden und dann sagt aber ich werde euch in die hölle schmeißen aber du machst dazu er sagt ja ich mache das er lebt er sind er nennt sich selber täucher und betrüger das kann gar nicht gott sein und man hat nur ein ein fuß und zwei hände wie kann ein guter genau zwei rechte handhaben und ein fuß haben also und er hat das habe ich gelesen alle die sieben sind eigentlich eingeschafft und gottes und wenn du egal was du liest ist nur es geht nur um und bett das frau da und mohammed konnte mit jeder frau macht was er will er hat ihm ja alle sag ich mal männerwünsche erfüllt also alles was er wollte hat ihm gott gegeben aber wir wissen doch der wahrhaftige gott gibt uns genau nicht immer das was wir möchten er war gibt uns das was wir brauchen ja komm mal die hadise sagen er war besessen er war unter magie zauberei da sagen nicht wir da sagen deren quellen und am ende was macht er er hat sich in der brunnen gewaschen wo männer demonstration war tote hunde katzen er war besessen dieser typ er war nur meine frage gespunken wird er gespunten überhaupt hat seine pipi unter seine bett gestellt hat die leute haben seine pipi getrunken er sagt wer hat meine tippe trinkoppe paradies furchtbar wisst ihr eigentlich wisst ihr eigentlich wer wer ihn gelehrt hat zu beginn der war von klein an der besessen seine mutter er war bei eine arme und seine tante hat sagt er hat den geist er ist besessen ich habe seine erste frau und seine erste frau ist eine kristen gewesen die war keine kristen die waren das war dann das war da waren eine sechse so wie heute zeugen oder so die hebräischen aramäischen schriften in arabisch übersetzt gab aber ich habe ich habe etwas ganz interessantes gefunden und zwar gestern ich habe jetzt angefangen gerade wegen der trinität das ist immer immer so ein mühseliges thema und dann habe ich mir gedacht okay ich schaue jetzt mal nach was haben die man nennt sie die frühchristlichen väter da hat sie auch unmengen von von schriften und johannes von damaskus also ich sage jetzt mal so er war die ein zeitgenosse wo damals ja auch der islam entstanden ist und er hat er war ein absoluter gegner vom islam und da finden wir ganz interessante informationen und zwar das hat da werde ich jetzt echt überrascht es gab eine gruppierung wie auch heute wir schaut mal es ist passiert immer wieder das gleiche es gibt wirklich nichts neues unter dem himmel wie gott selbst sagt und es gab damals auch eine gruppierung die die trinität verleugnet haben obwohl die mehrheit das von also die frühchristen haben das schon von anbeginn auch gelehrt wie es auch in der schrift steht also sie haben kein warmes wasser von so und diese gruppierung ich weiß jetzt nicht ob ich den namen jetzt falsch mir gemerkt habe aber ich glaube irgendwas mit arianer oder so wissen die genau und mohammed ihn hat ein arianischer mönch gelehrt der eben gegen die trinität war und dann schreibt johannes von damaskus dass er eben von ihnen von ihm gelehrt wurde und dann hätte er seine eigene so quasi eigenen glauben dann zusammengestellt ein bisschen von dort ein bisschen von da aber ich sage doch ich sage doch leute wenn musa moses der ist ja auch im koran er hat doch immer über gott mit dem namen jahwe gesprochen oder beziehungsweise gotti hat ihm ja den namen gegeben und wenn ich den muslimen die frage stelle wieso ist dann wenn wenn sie sagen okay mohammed ist der letzte prophet wieso hat er dann nicht den gleichen namen mit eingenommen weil im koran gibt es keine namen von gott sondern nur den titel richtig und das kann mir niemand beantworten und diese tippe was er auch hat dieser allah ist nicht richtiger ist eine götze gewesen ja das habe ich ja auch mal da sind alle götzen gewesen alle die namen sind götze in arabien gewesen auch allah wurde das kommt von erlebt und er bedeutet alle das sind davon damals mit zwei punkten auf wenn du allah schreibst wenn du zwei punkte auf den h am ende machst dieses erlebt also wir haben wahrscheinlich nur die punkte punkte vergessen damals in meiner meinung nach dass ich war eine fruchtbar gotten ja die war ja die haben sich darauf gerieben die frauen mit ihrem mit jeweiligen was zum beispiel ihrer die haben aber darauf dieser stein gerieben der schwarz ist der heute die küssen damit die fruchtbar werden die frauen alles es geht nur um bonga bonga schwester im islam stimmt das geht nicht um die wahrheit es geht nicht um ewigkeit auch paradies geht nur um bonga bonga denk nach hat er heute in dem live hat er dann erklärt aber was im paradies sein wird er wird dann mehrere frauen haben dürfen und ich habe ihn dann gefragt wie ist das mit den frauen nein die frauen dürfen dann nur einen mann haben und dann habe ich gesagt okay denkst du denn dass es gerecht ist wenn gott sagt okay die männer können keine ahnung wie viel frauen im paradies haben aber die frau muss nur eine von den frauen dann sein aber er meinte es wäre gerecht nein die frau muss wieder die wird die frauen sein mann ihren mann sein aber ihren mann wird wann du 27 frauen und dieses 20 jungfrau haben auch kokobinen man hat gerechnet bis 19.000 kann man mehr sogar der ein mann haben wird im paradies diese männer kraft geben und die werden nur am bonga bonga sein schuld mir schwester man die sage das ist nur perverse gedanke von teufel und du dass deine kann heiraten dort du kannst deine tante deine nicht der alles deine oma sogar egal was kommt ja da ihr musik erwähnt hat hat musik gesehen und bibel nein er hat ja mit gott geredet ja hatte laut das namen gesehen ja sehr gut ja aber welche stelle war das judy nede ich habe dass ich habe das noch im kopf er sagte allah betet er wollte doch allah sehen genau von der als er gesehen hat er einen berg untergefallen meint er so auf dem berg das ist so da ja ja kenne ich vers 143 ja 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 das kenne ich noch ja ja aber gut und wollte mich noch bei dir bedanken in einem live hast du mich so geschützt weil es ja immer zu heiß du ja das hast du vergessen ich weiß nicht was ich gestern gegessen habe wir sind alle schon wahnsinnig vor lauter diskutieren was ich aber interessant fand ich habe mal einen gefragt warum er im islam ist und dann meinte er er will also warum dass er dem koran folgt dann hat er gemeint er will ins paradies reinkommen und dann habe ich gesagt siehst du ich habe da ein ganz anderes ganz andere meinung mir geht es gar nicht um das paradies mir geht es ich möchte gott und nichts auf dieser welt verpassen weil er so genial ist weil er so liebevoll ist weil er heilig ist und mir geht es gar nicht um das ewige leben und mir geht es auch nicht um das paradies in der bibel wissen wir nicht einmal wie die ewigkeit ausschauen wird aber ich muss sie ja gar nicht wissen weil ich weiß wie gott ist oder zumindest das was er uns offenbart hat und dann habe ich gesagt siehst du du hast eben dieses ziel dass du so verfolgst dir ist gott ja gar nicht wichtig dir geht es um dich dass du eben ins paradies kommt kommst und dir wird gegeben dass das was man dir versprochen hat dir geht es aber gar nicht um gott und da sehe ich einen gewaltigen unterschied weil ich eben überhaupt nicht an das paradies denke sondern ich möchte gott nicht verpassen ja die käme war dann sehr beleidigt ja er war sehr beleidigt ich habe ihm dann auch gesagt sag ich du musst jetzt nicht beleidigt sein eigentlich du hast ja selber dein herz jetzt gezeigt wie es tickt ja dass das du eben nur auf diese ich sag jetzt mal süßigkeiten vom vom paradies aus bist es geht dir ja gar nicht um gott und deshalb ich habe ihn dann auch gefragt die wichtigste frage sag ich wir können uns ja immer zerfetzen mit der theologie aber die wichtig die wichtigste frage ist doch eigentlich liebt uns gott und wenn ja wie hat er uns das gezeigt und das gibt es eben im koran nicht weil allah hat ja nichts getan wo du sie jetzt wirklich sagen kannst das hat dafür die menschheit getan nein er sagt er hat er hat mich erschaffen er muss ja nicht mehr tun aber das ist doch genau das gleiche ich habe ein kind ich kann doch nicht sagen ich habe mein kind auf die welt gebracht ich muss jetzt gar nichts mehr tun ich natürlich sollte ich mein kind leben wenn ich bin ich liebe ja kann doch ich nicht sagen ich habe meine mütterliche pflicht erfüllt ich habe es geboren und ja jetzt schaust selber wie zurechtkommt das geht doch nicht dann sind wir ja menschen besser als gott richtig ich finde es schade karl wurde zwar dieses bruder aber du wolltest was lesen alles wurde ich von al-albani wurde erklärt dass die sechs jahre oder sieben wissen sie nicht genau die geben jetzt oder die jetzt geben die zu dass sie ein sechs macht aber die sagen das war normal dieser zeit ja ja die sagen zum beispiel im 14 und das 11 14 13 jahrhundert haben die auch mit 12 13 geheiratet damals was anders die wollen das schönreden das ist das ja das ist der geist der pädophilie das ist der mohammed und baller die haben sich zusammengefunden die beiden der dämon der scheitern haben wir jetzt sind die eins geworden und die legalisieren kinder was weiß ich und alles was böse ist nun auf einmal sind die eins geworden und die machen beide zusammen eine geschäft und der teufel auch noch dazu aber 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 ist er selber der teufel natürlich weil allah spielt zwei rollen einmal später gott und einmal spielte der teufel und da kann du gut du weißt nicht wann allah ist und bei der teufel genau das kann sich nicht entscheidend genau das war schiesophrenie nennt sich genau da hat sie selber es wurde muslim übrigens dein zeugnis ich hab davon mit gehört es wunderbar dass mit den lagen ist der alle dem herrn christus alle erde dem herrn alles so er ist wirklich erst die wahrheit und das ist keine märchen genau ich hatte ich hatte niemals gedacht dass wirklich ich habe jesus geliebt von klein an als prophet und so alles aber ich wusste nicht wirklich dass er die wahrheit ist dass wirklich gott ist und als ich mich umbringen wollte ich habe wirklich so geschrien und geweint und das war meine letzte tage und da hat die gott mich wirklich tief in mein herz zu mir geredet und ich wusste nicht ob ich dachte dass meine gedanken aber ich wusste nicht dass wirklich gott ist und dann hat er gesagt zu mir dann habe ich geredet und alles gesagt was in meinem herzen ist ich habe gesagt gott weil ich die wirklich gibt hilfe mir wann du mich hörst ich glaube du hörst mich ich habe gesagt du hast uns menschen augen geben nase ohren diese einschaften augen mund zu sprechen du kannst mich dem reden bitte hilf mir und wenn ich heute sterbe ich bin sagt du hast mir nicht geholfen aber egal wer du bist hilf mir wieso deine gnade muss größer sein als meine sünde kein mensch ist gut kein perfekt du bist allein perfekt ist weil es dich nicht gibt weiß ich nicht aber wenn es dich gebiete her hilft mir gott ready zu mir rette meine leben gibt es ein tier für mich als verbrecher gerettet zu werden und dann kam jesus waren immer in visionen so alles und dann habe ich gesagt warum so war nicht gott und dann am ende hat er sich wirklich klar und deutlich mehr gezeigt und dass er die wahrheit ist und dann habe ich gewusst dass jesus gott ist und also mit ihm der gegeben hat dann wurde dann hat er gesagt wieso den wahren weg also was ist er gesagt ich bin der weg kommt du wirst mich finden und ich wusste nicht dass in johannes 6 im bibel steht ich bin der weg und die wahlheit das leben niemals zum vater außer durch mich dann das ist das habe ich alles erkannt auf einmal diese ganze stelle deswegen meine schwester jesus kann die religion es gibt ja christliche religionen auch natürlich jeder macht sein seine suppe daraus aber wenn du die bibel ist dann erkennst du wirklich wer wirklich jesus christus ist dann erkennst du jesus es kommt erst keine religion immer braucht keine seite richtig man braucht es geht ja auch nicht genau es geht ja gar nicht um religion es geht ja um beziehung er ist unser himmlischer vater ja das gleiche und der mensch wenn einer von buddha eine vision hat aber buddha kann kein leben geben dass wenig haben meine kinder beschrieben die aussehen sollen augen unterschiedlich alles und hat bestätigt und die bibel gibt da klein dass jesus christus gottes mit der schwester schön ich wollte nur noch kurz sagen der bruder das jetzt aber glaube ich weg nach chemie das soll am besten hebräer das erste kapitel lesen dort ist es so ausdrücklich klar also klarer geht es wir deshalb nicht mehr nähe mir dann verfolge ich auch schon ein bisschen aber der ist sehr sehr hartnäckig weil er war mal nicht hartnäckig nicht ich habe ne gesturkopf ich nur noch und ist ein stoffkopf oder man will die muslime gefallen damit man nicht mit ihnen diskutiert nein auf keinen fall der herr jesus christus ist gott weil kein menschen konnte die sünde der menschen vergeben sagt den juden johannes kapitel 10 das war dabei ist ein mensch du macht sich so gott die haben selber kann dass jesus zu gott macht warum weil dieser worte was hier ist christus gesagt hat als sogar der gute hirte das spricht gott der siegen 3 6 und reißen so alles 34 und das konnten die die und die mutilus sind ganz genau wann jesus gesagt ich bin der herr über sabbat ich bin das anfang und das ende ich bin der ich bin all dieser worte die mussten ganz genau diese dieser miss jesus macht sich so messias und messias ist laut der viele rabiner er ist selber gott jahre er macht sich gott gleich deswegen wurde auch deswegen um die farise auch die steine und wurden ihn ja als strafe geben deswegen weil er sich gott gleich machte stehen johannes 10 33 als er sagte ich und der johannes 10 30 sagte ich und der vater sind eins und dann haben die gesagt dass es gotteslästerungen johannes 10 33 sie haben mir gesagt und deswegen ist es wichtig dass mir nehmen wir das nicht richtig versteht klar er soll lesen was es wirklich die geschriften sagen aber man kann ich nicht zwingen er soll aber die einfachste frage ist die einfachste frage ist oder wäre dann einfach wenn man sagen würde warum wurde jesus gekreuzigt also warum wollen die farise unbedingt wegen gottes dass er sich so gott machte richtig genau und das ist der punkt warum wir auch unter anderem die gottheit jesus glauben und es wurde so oft verzeiht zum beispiel den exodus 3 3 14 der drin gott sagte zu mose ich bin der ich bin j hw h zu jahwe so ist uns denn ist so stellst du mich den israeliten vor wenn sie fragen wer ist es ich bin der ich bin ist mein name ja ja dann sehen wir so oft dass jesus sagt ich bin der weg die wahrheit ich bin das licht der welt ich bin und in johannes 8 24 sagt er wenn ich glaubt dass ich es bin wird in seinen stünden sterben genau ein konzept zeigen was es nur in der bibel und zwar die prophezeiungen die auf jesus trifft christus zu treten die sind ganz ganz besonders die messianischen prophezeiungen die sind sehr sehr besonders denn jetzt schauen wir mal die saia und wenn man jesaja könnt gerne aufschlagen und selber prüfen jesaja jesaja hier ist jesaja perfekt schauen wir mal jesaja 35 auf und lesen in den kontext ich lese einfach ab vers 3 stärkt die schlafgewordene hände und macht fest die straulöchelnde knie sagt zu denen die einfach sehr versagtes herz haben seid tapfer und fürchtet euch nicht seht da ist euer gott die rache kommt die vergeltung gottes er selbst wird kommen und euch retten dann werden die augen der blinden aufgemacht werden die ohren der tauben geöffnet werden wenn die lahme springen wie ein hirsch und die zunge des stummen werden singen ist eine messianische prophezeiung ich kann dazu sogar noch die verse ausschlagen ich habe hier könnt ihr gerne gucken ich habe das ich habe das alles ich habe hier also schreibt immer halt viel auf und so und kann das halt immer hier erfüllen sich jeweils die prophezeiung das war jetzt gerade jesaja 53 glaube ich habe das gar nicht aufgeschrieben doch jesaja 35 sowieso aber hier erfüllt sich das alles genau johannes der täufer fragte matthäus 11 11 vers 1 bis 6 er sagt ihr bist du den idee kommen soll das schickt er sein junger zu den herrn jesus christus und was hat er jesus christus gesagt geht und sagt johannes die toten auferstehen lahme gehen blind die seh taube hören sehen die an mich nicht zweifeln noch ein zu johannes der täufer hat jesus sagt matthäus 11 irgendeinem vers gerade johannes der täufer ist der größte prophet unter den propheten denn es steht über ihn geschrieben ich habe euch meinen boten geschickt er wird auf meinen knecht sich ein zeuge sein die zweite progen über johannes der täufer denn in johann denn in isaiah 40 steht es geschrieben hier geht es gerade über eine messianische prophezeiung noch mal wo ist denn hier vers 3 vor 5 die stimme eines rufenden ertönt in der in der wüste eine straße unserem gott ja also hier wird schon wieder prophezeit dass die stimme johannes der der auf den weg kommt ist jesus denn jesus selber und johannes der täufer beziehen sich diese prophezeiung auf sich selber und dieses konzept findet man nur alleine in der bibel kein anderes buch hinduesen buchen in diesem buch dieses bravo einzigartig einzigartig vergleichbares buch das versteht die welt nicht ich finde das schon lustig sei traurig ich bin kein buch dieser welt hat dieses konzept aber nicht mal ein mensch könnte so ein buch schreiben nie weil ich will der profit mich ja und heute ja sei er haben alle diese zum beispiel die jungfrau maria wird ein kind gebären der wird in bethlehem geboren werden ihnen ist das seien die jungfrau wird schwanger werden und einen so genau schau mal den namen den koran den koran steht geschrieben maria wurde schwanger ist jenes das haben die von apokryphen von thomas genommen genauso geschrieben aber falsch geschrieben ja schau mal und das problem ist es bei denen warum musste jesus aus eine jubfrau geboren werden was ist der sinn dahinter das muss man die verstehen warum sollte ich meine frau geboren weil das eine komplett reine frau es geht ja nicht darum es geht darum warum sollte jesus ein jungfrau auf die welt kommen und in dieser welt mensch werden und das war der konzept der bibel was im alter das damit vorher gesagt wurde ist dass gott selbst mensch wird und kommen wird uns retten wird mir hier seit 35 grad gelesen aber das haben das nicht warum weil die abkurzungen von ebenso eine pokryphen geschrieben haben und nicht nicht die vollständige botschaft empfangen haben das haben die nicht in der islam und das wird jetzt nicht sagen ist das kompas einfach gerne mann mit pokryphes das ist einfach nicht authentisch selber das ist ja das und das ist ja das problem die haben ja von vielen falschen pokryphen und viele andere sachen und bei normen dieser sachen deswegen ist ja auch verwirrend deswegen ist ja auch so verwirrend dass sie in ihre geleitet sind und die haben keine konzepte darauf zu das konzept gibt gar nicht auf im islam es geht nicht auf es gibt ja gar keine erlösung es gibt keinen frieden es gibt keine liebe es gibt kein es dieser gott selbst ist ist jetzt verzweifelt es ist lustig es hinterhältig es betrüger du weißt es nicht was allah will es geht nur um das was muhammad am ende einen titel gegeben als namen und dieser muhammad aber existiert hat weiß keiner historisch weiß man so dass und das problem ist es geht nur um seine person jetzt es geht um muhammad es geht nicht nur ein beweis es gibt eine beweis aber der ist auch kritisch weil es gibt ein dokument offizielle dokument also anerkannt der sagt dass muhammad im jahr 634 also zwei jahre nach seiner eigentlichen tod mit sich mit den juden zusammengetan haben und hier haben und die sagen dass er 632 gestorben ist verstehst du ja natürlich gab aber ändert nichts daran dass er der größte faker der menschheitsgeschichte ist schlimmer wie zum beispiel als er mit borach ins siebte himmel gegangen ist von al aqsa damals gab es diese der aqsa moschee ganz anders der wurde erst 200 jahre danach gebaut du kennst wahrscheinlich muhammad im siyah kennst du das ist ein wissenschaftler und der studiert schriften und alte koran und so der war auch einmal mit hamid abdel samad auf seinem youtube kanal und der hat uns letztens der war letztens in israel vor paar wochen und der hat uns erzählt dass er in dieser in diesem moschee und die 27 versen die da drin sind geschrieben sind auf arabisch alles über jesus alle 27 versen sprechen alle über jesus verstehst du welche buch diese moschee in israel es gibt zwei moschee in aqsa und sachen die kenne ich nicht die komische aber ich nicht okay ja für sache streiten die das ist ja das wichtigste für sie da wo diesen stein sagt es gibt einen stein die schwebt und die sagen so und dann dort drin sind ja versen geschrieben im im dach oder diese heißt das diese wand am band ja und da sind 27 versen arabisch und alle sprechen über jesus ja die ganze koran geht über jesus ja das ist mir auch bewusst das weiß ich ja natürlich nicht so dass ich kenne ja die geschichte und so ja und hat uns gesagt nee da da gibt es nichts mehr war niemand wie gesagt das einzige und das hat er uns auch gesagt das hat mich auch der gesagt über den diesen dokument weil ich habe ihn gefragt und ich habe gesagt aber sehen sie sich sicher ich meine sprechen sie hier über unseren über den prophet moment den wir jetzt kennen die meinte naja das ist das einzige was wir über der auch ein prophet war oder ein navim und der war von araber und die haben mit den juden den jürgen 634 das ist das einzige sonst spricht alles über jesus ja der herr ja der herr das bezeugt aber auch mit das bezeugt aber auch wie weit verbreitet das christentum war also er hat schon verstanden dass er sehr viel über den schreiben muss und das mit dem mit den es war mehr rasch und dieser borach und der ganzen geschichte diesen pferd wozu braucht er ein pferd um beim gott zu gehen ein pferd kann sowieso nicht fliegen ich meine der hat ihn einfach so zu ihm nehmen können ohne ein pferd und borer und jubilm er hat auch darauf gesetzt beide und jubilm er hat 600 flügel wie gemacht hat das gemacht die will der moment hat gesagt ich habe jubilm gesehen in der nacht wo allerdings wo er keine wachie mehr bekommen keine offenbarung mehr bekommt alle als war kamen offenstab und dann kam diese mutter das ist das erste was danach kam nach dem nach zweieinhalb jahren kam kein koran und er sagte ich habe meine ich habe die nacht wie es passiert ist und so dann hat er diese dinge und dann hat er gesehen dass er 600 flügeln warum nimmt ihm nicht warum soll ich nicht einfach jubil allein sogar zu brauchen die diesen worak diesen pferd genau da ist er treibt schauf überhaupt wenn sie ihn oder diesel und wie sollen 600 flügel funktionieren wozu es nicht verstanden hatte sie einfach so schnell gefällt werden das ist eine gute frage wie sollen sie wirklich funktionieren warum zwei flügel da zwei reichen aus ne weil der treibstoff ist kamelurin ekelhaft ja 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 was er mit den typen gemacht hat mit die die mit dem kamel wo wenn die sind so kennt die die geschichte wahrscheinlich als kamelurin ja die typen die zu ihm gegangen sind die haben die haben die kamelurin getötet ich habe sicher ich kenne so dass sie haben die haben den islam angenommen haben ihnen die kamelur verschenkt und dann bitte heile unsere freund das ist deren vorbild das ist der rassolur rahma der sagt ich bin gekommen für die ganze welt ja die ganze welt in der flucht getrieben terrorisiert umgebracht ja das hat nur katastrophen gemacht aber warum der zwar nicht mal kriegt wegen karamele und mich das hat er mit mehr leute gemacht diesmal das hat er auch gemacht mit den mit den leute die die seine tochter seine damals überfallen wollten oder überfallen haben kennt ihr die geschichte von seiner tochter die nennt keine weil sie hat nie an ihn geglaubt und sie war christin und sie wollte sich auch nicht von ihrem mann scheiden lassen für mohammed und dann der hat ja ihrem man zweimal glaube ich gefangen genommen das geisel im kriege das erste mal hat sie ihre die kette von ihrer mutter geschickt von khadija bevor sie gestorben ist hatte sie seine eine kette verschenkt ja und sie hat ihm das das geschickt um so weißt du sein herz weicher zu machen als er dann die kette bekam hat er gesagt okay den anderen töten der typ der ihm immer die schwierigsten fragen glaube ich den immer die schwierigsten fragen gestellt hat hat er gesagt nein der wird getötet der wird nicht verzeiht der hatte ihn gefragt über roh über die seele über sehra also über den jüngsten tag über über ahlka hat ihn über fragen gefragt wo er keine antworten hatte und das hat ihn immer genervt und dann hat er gezahlt ok der hat die kette genommen hat der ihrer ehrmann losgelassen aber bevor du gibst mir aber eine eine versprechen dass wenn du dort ankommst mir meine tochter schicks gesagt auch seine hat ihn auch gesagt okay ja machen wir dann dort hingegangen hat die tochter geschickt so sehen die wollte erst mal nicht die hatten drei kinder und sie war schwanger wird ihm gesagt also der hat die wollte nicht aber das kann ich habe ihm versprochen und das muss ich ihr wisst die araber und ihre versprechen wenn er sagt okay schickt sie schickt sie und sie auf dem weg wurde sie überfallen und die hat das kind verloren und hat die ist dann nicht mehr weiter zu mohamed gegangen die zurück nach hause gegangen das ist auch verständlich eine schwierige phase die braucht ihre kinder die braucht ihren ehrmann der kind verloren kann man verstehen und dann hat man mit diesen leute gesucht hat mit denen genau das gleiche gemacht wie die andere von kamel ja die witte der witte der witte sie wieder fangen ja nie die wird noch die wir den wieder fangen der will die sie wieder schicken und dann wird sie bei mohamed bleiben und dann wird ihre mann wieder als geisel nehmen in einen anderen krieg und nein die wird nein der mann wird nachts kommen reinkommen bei ihr und der will sich verstecken weil es sehr geliebt hatte und gesagt und dann hat sie gesagt er ist er bei ihr zu hause gekommen und sie hat gewartet bis sie bis die männer mit ihrem vater beten wollten und dann ist sie rausgegangen von alle leute der hat ja der hat ich habe meinen schutz gewährt der ist von meiner familie und ich von seiner familie und das war so bekannt bei den arabern wenn jemand einen schutz nimmt also darf ihn kein anfassen und dann hat er auch danach den islam genommen nur für sie weil er sie so sehr geliebt hatte weil es gibt ja auch geschichten nach ihrem tod dass er sie sehr lange geweiht hat und er hat auch nicht mehr geheiratet nach ihr und auch kurz danach gestorben eine kleine geschichte weil seine bewähren sie nicht weil sie hat nicht an mohamed geglaubt sie ist nicht mit ihm gegangen im hijra sie hat ihn nicht gefolgt sie sind recht geblieben in mekka mit ihren ehrmann und hat auch seine religion gar nicht ernst genommen erst als sie gezwungen wurde haben sie dann genommen sie hat sie hat danach ich glaube nur zwei jahre oder so gelebt nach diesem vortrag brüder ich wünsche euch auf jeden fall gute segen ich bin raus wir hören uns das nächste mal auf jeden fall ja gerne in mir gekommen wurde vielen dank gottes sehen euch ja schon doch schon doch schon immer am ende so kleine geschichte aber diese geschichten sind wichtig weil das erzählen sie nicht das sind wichtig und man kann ja auch damit in der batte kann man sie auch erwähnen dass sie nicht an ihrem eigenen vater geglaubt hat nicht mal seine eigene tochter hat ihm geglaubt von wegen weil er eine ehrenhafte mensch eine ehrliche mensch eine die ist allein keiner den erst genommen die geschichte die habe ich von david wird gehört wird eigentlich vergiftet wurde am schluss ja ja die debattieren schon seit halbe stunde gibt und der unitarier die sind bei dank die die debattieren über trinität weißt du ja und ich denke was für raum haben die da den gegeben jetzt ja bruder die unsere leute haben kein verstand gibt auch braucht nicht dahin wieso man hat sie das da die debattieren dort ja genau da sind um der vergeben wir aber die sind um man geht doch nicht so muslimi redet über bestimmte sachen was deine sache angeht geht und ein geräte in deinen raum geht macht doch über deine sachen und dann rede darüber und das ist ja das problem manche den muslimen viel raum bruder ein muslimi redet über die bibel diskutieren er hat ja keine ahnung von bibel und die denkst du dass sie gefälscht essen dass das jesus die bibel bekam vom aller ist das bruder und das sind die schritte mit den ober nicht über die bibel ich rede mit dem ok weil die wollen offen ist dann rede ich das ist eine lösung wie man kann man gerettet werden warum jesus gekommen ist auf die erd jesus kam uns zu retten jesus kam für uns zu unserer sünde zu sterben er ist der einzige der vollkommen war gott selbst kann und mehr kannst du mit denen auch nicht reden weil die sind da total blockiert genau ich rede mit den über deren quellen damit die sehen dieser koran dieser hadith sind alle lügen da man jetzt das erkannt hat dann macht sich gedanken dann denkt er dann habe ich doch nicht die wahrheit wie ist es eigentlich wie ist es eigentlich richtig mit ihnen zu reden weil ich sehe da eine riesenwand und da kommt man nicht wirklich durch ich meine wenn wenn ich jetzt so mit muslimen debattiere und für mich ist eben die entscheidende frage die liebe gottes und wasser für uns getan hat aber das berührt ihren herz einfach nicht und ich stelle mir oft die frage was bewegt sie denn wirklich was sie dazu dass sie zumindest nachdenken die die glauben ja ein liebender gott die kennen diese liebe gott nicht die kennen die kennen nur einen der der gott der ein der besprafung und sind in die hölle schmeißt und sowieso keine rettung du weißt nicht was er mit dir macht du hast keine heiß gewissheit alles du musst klar es gibt manche menschen die brauchen liebe gott kennt den herzen menschen besser wie ich weiß es nicht gott weiß dass man welche worte wir geben manchmal welche menschen kennen keine liebe bruder diese menschen haben kein herz haben kein empathie haben vorhin über schreckliche sachen gesprochen der tipp sagte mir gestern sagt mir einer sagt mir was ist schlimm daran ein frau im markt zu verkaufen wenn er eine herz hätte wenn er ein dass ich das nicht alles und damit kleine kinder mit einer vorhin sagte ja wo ich weiß ich mich aber das ist ein gottes nur war wenn er ein herz hat ich will du kannst ihn unterscheiden der herz genau daher bitte die unterscheidung geben mit welchem mensch wie du reden sollst ja also ich ich habe dem denk nach gesagt ja ich habe ihm nämlich gesagt ich weiß bei gott nicht werde ich so verletzt hat aber dein herz ist komplett versteinert und ich habe ihn dann gefragt so ich was ja ich habe ihn dann auch gefragt wieso kannst du die liebe gottes nicht annehmen wieso kannst du nicht begreifen dass er dich liebt ich habe keine antwort solche menschen hast du darüber nicht reden über gottes liebe mit ihm kann man nur mal seinen koran seine quellen aber er geht nicht darauf ein warum weil er hat angst er weiß ganz genau wann er darauf sich einlässt dann verliert er seinen stand und davon hatte angst und deswegen gott wird ja die unterschiedlichen menschen auf den weg geben und menschen sind nicht alle gleich und manche werden dir zuhören was über die bibel sagt manche wollen ablehnen aber letztendlich ein moslem der wirklich sehr hartnäckig ist und nicht hören will du kannst nichts machen du kannst dann ihn machen du kannst nur einfach für ihn beten und hoffen dass er richtig gesehen wir können aber nur die menschen die hier auf den tiktok sind auch viele die wir mit dem geredet haben ich zeige sachen quellen nicht unsere worte am ende sagen die wir glauben nicht an hadith sind wir glauben nicht mehr dann sage ich was seid ihr seht sagen wir sind koraniten ok wir gehen zu koran und reden über koran da sagen die am ende wir sind keine koraniten mehr da sagen wir seid ja wir sind zum beispiel das die andere suchen brauchen das ist ja das ist eine große katastrophe die muslime die tut mir leid aber so ist es ich verstehe die auch nicht ja das ist echt krass die werden nur noch jetzt sagen red mohamed repräsentiert nicht den islam fällt nur noch das das machen die jetzt schon gelogen über die lügen über mohamed das erzählt über mich was nicht stimmt der hatte schon sein stuhl im feuer vorbereitet oder die sollte sich bereit machen dafür aber der beste hadith wo ich jetzt letztens gelesen habe dass allah und und das ist so interessant ich meine es gibt ja buddhisten es gibt auch hinduisten aber nein allah gibt einen christen und einen juden für die sünden von 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 den islamisten und dann habe ich mir gedacht oh ich kann deren seele retten ich bin ja so quasi wie jesus ich kann von jemandem die seele retten das ist krass der hadith das allah kennt ihr den dass er anstatt also das zum beispiel von der person xy auch für mich lädt weil ich bin ja dann ein in dem fall ja eine ungläubige und er lädt er lädt dann alle sünden von der person an der auf mich und dann gehe ich ins feuer genau und wenn um jesus geht sagt sagen sie ein mensch kann nicht die sünde von jemand anderes nehmen das geht da geht's ich kann sie übernehmen als ungläubige normal aber sagt im koran die käfer ruhen schlimmste geschöpfe ja als tiere ich werde ja als tier bezeichnet ja ja oder frauen generell also ich bin ich habe mir schon gedacht okay gott erschafft und dann benennt er mich ich werde ein tier dann denke ich mir okay das ist krass ich kann es nicht nachvollziehen manchmal denke ich mir entweder lesen sie es nicht und dann sehe ich doch sie kennen sich da aus und glauben trotzdem und ich bin dann teilweise echt verwirrt weil irgendwann mal würde ich so ehrlich zu mir sein und sagen hey auch wenn das wahr ist brauche ich das brauche ich wirklich so solch einen gott dann wie gesagt wenn allacht die wahrheit wäre dann würde ich sagen danke aber nein danke ich ich gehe freiwillig in die hölle ich würde ich habe absolut kein bedürfnis mit dem kaffee zu trinken geschweige denn die ewigkeit zu verbringen ich meine das verstehe ich nicht dass man das alles sieht ich habe letztens jemanden gefragt wegen mohammed und aisha und dann habe ich gefragt würdest du deine tochter so einem alten mann geben und da sagt er mir wortwörtlich ja wenn es der prophet mohammed wäre es wäre ihm eine ehre dann habe ich mir gedacht wo ist die liebe deine liebe zu deinem kind und dann habe ich ihn gefragt würdest du das machen was mohammed gesagt hat also mit einem kleinen mädchen schlafen und dann hat er gemeint ja wenn es aller von ihm fordern würde dann würde er das tun und ich kann mir dann nur noch auf den kopf greifen also ich kann es nicht nachvollziehen diese gedankengänge es ist ich bin perplex dann die hatte mich ja ich höre dich alles sprachlos ja aber es ist wirklich so wie wollte wir wollen die nicht unterbrechen nein ich dachte ich dachte man wird ja wirklich sprachlos wenn man solche sage ich mal reaktionen von solchen menschen bekommt hey deine eigene tochter ich weiß nicht man müsste mich zuerst umbringen bevor ich sowas da könnte egal welcher gott kommen da würde ich nein sagen dann brauche ich solchen gott nicht also mir tut das im herzen echt weh und sie sagen ja immer aisha war der so weise und dann habe ich gesagt ja sie musste ja weise sein sie ist ja in solch einer umgebung aufgewachsen sie ist wirklich aufgewachsen unter anderen frauen und und sie musste schon schauen dass sie da zurecht kommt in dem ganzen frauen paradies von mohammed sehr wahrscheinlich war sehr wahrscheinlich war aisha wie die schiiten sagen doch auch zehn aber sie wollte einfach sagen dass mohammed ein pedo ist ja ja islam ist nicht die wahrheit wacht auf aber hat ja und so hat sie viele hat diese gebracht wo die wahrheit und direkt sagt oder war genau war doch so wie sie sagt aber ja und das ist gut also ich denke es schreckt auch sehr viele leute ab also dass sie aufgrund dessen wirklich auch den islam verlassen was ich sehr wohl verstehen kann und wenn sie das jetzt nicht so auch geschrieben hätte ja also sie war doch sehr schlau ich glaube sie musste da einfach mitmachen aber im herzen hat ihr das alles gar nicht gefallen das kann mir niemand erklären dass sie das so toll fand hat sie denn da nicht nachher irgendwie diesen ali gegen den krieg geführt oder gegen die schieten oder sowas die war doch nachher eine kriegsherde noch oder so ja genau ja und die hat diese steht geschrieben dass wer gegen ali ist ist ein käfer und so und sie hat kriege gegen geführt aber irgendjemand hat sie auch entführt in einem moment stimmt das wie meinst du entführt ich glaube das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt dass man sie ich glaube das war nach dem tod von mohammed da hat sie jemand auch entführt eben da ging es wieder um irgendwelche kriege man hat sie aber dann später doch wieder freigelassen ich weiß es nicht ich habe das so flüchtig mal gelesen da bin ich sicher gut möglich aber die schiher sagen auch dass sie mohammed vergiftet hat ja stellt sich die frage wer hat ihn wirklich vergiftet ich ja bei dem harem die der der hatte da kann doch jede eifersüchtig geworden sein oder stimmt ja das stimmt wie ist es eigentlich wenn man wenn man aus dem islam austritt ich glaube das muss sehr sehr schwierig sein ich sehe es ja auch bei den christen ich sage jetzt mal bei den namenschristen und wenn man da mit der bibel ankommt dann ja man schaut dich an als wärst du in einer sekte ganz krass faszinierend eigentlich und ich kann mir gut vorstellen wenn man aus dem islam raus geht dass das gar nicht so einfach ist ja also sicherlich ist nicht einfach ausgeschlossen werden von der familie keine gesellschaft mehr mit der menschen die man liebt ja für eine frau die verheiratet ist vielleicht nicht so schlimm aber für dämon vielleicht auch und dann für die tochter für das ja und so weiter und so fort oder eine frau ist schwächer wenn die tochter von jama und islam verlässt meistens haben die alle angst oder die muslimer machen videos mit konvertierung und die die zum islam zum christentum kommen müssen sie sich verstecken weil sonst werden sie umgebracht massakriert alles mögliche oder das ist so schön ich meine wir haben immer noch ich sage jetzt mal freiheit in europa aber dort in den ländern christ zu sein ich kann mir gut vorstellen dass es bei gott gar nicht einfach ist ja aber du siehst ja wie die unsere demokratie und unser grundgesetz angreifen mit ihren wie die sachen einführen wollen so schleichende islamisierung und so quark ich meine jeder kann glauben was er möchte aber dann nicht andere religionen unterdrücken oder andere menschen deswegen haben wir soll ja in der religionsfreiheit ausüben ist ja kein problem aber warum muss man dann den die scharia den koran über das grundgesetz halten das geht nicht dürfen die nicht machen gewisse rechtsschule gewisse akide oder wie man das nennen will sollte ganz klar verboten werden die koranierten können bleiben und die wirft ist sind friedlich und gewisse andere aber der rest meiner Meinung nach alles abschiebe heute war auch einer hier spricht er über die is und tut er so als wäre die die akide also die rechtsschule vom is schwach er hätte er hat gesprochen hier mit dem bruder mit mir und am schluss bin ich auf das ergebnis gekommen dass für ihn war der is nicht streng genug stellt euch vor stellt euch vor die es sind gläubiger hat sogar sogar gesagt sie sind kein richtiger muslim und dann hat so getan aus man sollte noch strenger sein noch schneller töten einfach nicht normal weißt du diese menschen sind hier und beleidigen mutter vater die bibel alles möglich wenn du mund auf man kommt 1000 muslim und sie beleidigen jesus mutter vater rufe zu töten und sind immer noch hier passiert nicht mache ich einmal mein mund auf und man kann alles gesperrt stimmt dann sagt man islamophob eigentlich gewann uns halt mundtot machen und ja also mich hat niemand mundtot machen diese islamophobie das ist eine falsches wort weil das ist eine phobie ist ja eine unbegründete angst nervt so schön angst von einem apfel aber wer hat der typ geheißen bruder abu abu jenge deppis wo so getan hat das wäre die jetzt nicht streng genug oder abu 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 habe ich geschrieben hier wo er mir sagte ja ich dachte du kannst vernünftig reden und dies und das geklappt hat mich beleidigt Ja, also stellt euch vor, der Typ hockt hier, sagt, wir dürfen nicht hier sagen, aber dann tut es so, als wäre der Jes nicht streng genug gewesen. Ja, aber der Typ, der gesagt hat, dass er schneller die Leute zurückgegeben hat, weil nicht so streng war anscheinend. Ja, 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 stellt euch das vor, der ist grausam genug und der kommt hier und tut das Haus, wäre es gar nicht streng genug gewesen. Ja, er hat gesagt, die sind nicht streng genug, die sind für ihn Koffer, die sind für ihn Moschinkien, die töten nicht jeden Käfer, egal ob sie wissen, ob er Käfer oder nicht, also die müssen erstmal sicher sein. Das hat ihnen nicht gefallen, dass sie sich erstmal sicher müssen, dass der Typ wirklich ein Käfer ist. Genau, stellt euch das vor, stellt euch das vor. Und solche Menschen sind hier und drohen Christen, andere Menschen und alles Mögliche. Also meine, und am Schluss, wenn wir den Mund aufmachen... Ja, aber die verstehen nicht, die verstehen nicht, die verstehen nicht, dass die, den Westen könnte das jetzt schon mit denen machen, den Westen könnte sie jetzt versklaven und ihre Kinder heiraten, wenn sie wollen. Die haben die Macht dafür, machen das aber nicht. Und sie sagen, wir wollen das machen. Ist das nicht bescheuert, Leute? Was ist, wenn jemand das mit euch machen will? Wie wollen wir denn die Leute davon abhalten? Ich hoffe, die machen das nicht, damit die auch verstehen und fühlen. Also ich bin ja selber ein Gastarbeiterkind, sage ich jetzt mal, aber ich finde das schon krass. Ich kann doch nicht... Also meine Eltern sind ja nach Österreich gezogen und ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich will jetzt da irgendwelche Werte oder irgendwelche Beansprungen. Und ich finde das schon krass. Und ich meine, alles gut und recht. Und ich finde das auch schön, dass eben in den christlichen Ländern werden wirklich alle mit offenen Armen empfangen. Da macht man keine Unterschiede. Aber letztendlich, ich verstehe es nicht, dass man auf der Straße herumläuft und Allah Akbar schreit. Es geht einfach nicht, weil dieser Ausruf war in der Vergangenheit oft mit Terroranschlägen verbunden. Allah Akbar und Puff-Bombe. Und jeder, wo das hört, fühlt sich ja gar nicht mehr wohl. Aber sie nutzen jetzt auch zum Beispiel die Situation momentan, finde ich auch ganz krass. Überall läuft das mit Allah Akbar. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil letztendlich ist man trotzdem in einem Gastland. Egal wer, wie. Ich bin es ja selber. Eine Maschine kann schreien, was sie wollen, solange sie Menschen nicht versklavern und umbringen wollen oder Kleinkinder bungen. Aber die meisten von ihnen, also ehrlich, ich stelle euch vor, der Typ, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, was er gesprochen hat, ich stelle euch vor, was er denkt über kleine Kinder. Sehr wahrscheinlich unterstützt er das und findet das noch gut. Es ist schon, er denkt, der ist normal, Propheten gemacht, allein erlaubt. Eben, das ist das Grausame. Wie gesagt, der eine hat gesagt, Vater von einem kleinen Mädchen sagt, ja, er würde es tun. Eben, eben. Dann würde er selber ein kleines Kind heiraten. Und er würde es auch selber tun. Wenn Allah das sagen würde, dann würde er das so machen. Also das zeigt schon, auch wenn Allah ihm das nicht sagen würde, würde er es machen. Ja, 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 und es ist das, was ich sage, er meine, für alles hat Grenzen. Wirklich, für alles hat Grenzen. So, wenn, ich habe die Macht nicht, aber ich würde wirklich, also jeder Typ hier, die so tut, sofort abschieben. Afghanistan, sofort dort hin. Ja, ich würde auch Ordnung, ich würde auch Ordnung schaffen. Aber das wird nicht passieren, weil man das ja eigentlich fördert. Und ich befürchte eine Sache, ich befürchte wirklich Unruhen und dass das auch gewollt und gezielt… Wählt wieder locker TV zum Präsident. Wählt wieder locker TV zum Präsident. Und wenn die irgendwas machen, dann soll die Armee sie alle abschieben, von mir aus. Aber was ist, wenn sie den Plan haben, dass es eben zu Unruhen kommt und wer ist verfeindet? Ja, das sind ja wir, wo verfeindet sind, in dem Sinne. Ja, also ich sage es so, wenn hier heiß wird, ich stege in den Flieger, fliege nach Brasilien. Ich sage, ich komme mit. Ich höre zu, was ist passiert, jeder, der hier in Brasilien ist und so denkt, sofort fliege nach Afghanistan. Und weil dort haben, machen sie den Mund nicht auf wie hier, dort, nein, dort ist ein christliches Land, dort mache ich habe nie erlebt. Auch in Brasilien, da sind alle ruhig, schreien nie da, erzählen nie so etwas, darum will er in Brasilien diese Aufklärungsarbeit machen. Und man muss unbedingt da mal der Anfang, weil dort verführen sich auf sehr viele Leute, die Menschen lügen so viel über den Islam dort. Alles super, alles schön, gar nichts. Und so fängt dann Lügen, alles harmlos, ist nicht das so, naja, ich erwarte noch nichts. Zum Beispiel der Typ von vorhin, der folgt dem Islam, den Radikalsten mit blinden Augen. Und ich meine, wie kann man, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man, dass Mohammed gar keine Beweise hat, dass er mit Allah gesprochen hat oder dass er ein Prophet ist. Es gibt keine Beweise über irgendwas, sondern ins Gegenteil. Und der akzeptiert trotzdem, dass Menschen ermordet werden, dass krank Kinder missbraucht werden, obwohl er gar keine Garantie hat, dass er überhaupt diesen Allah gibt. Ich verstehe es trotzdem nicht, auch wenn es Allah gibt und er mit ihm sehr persönlich spricht, soll er diese Sachen nicht okay finden. Aber ich meine, wenn er sowieso sagt, alles, was Allah sagt, würde ich machen, dann überprüft wenigstens, ob Allah der wahre Gott ist oder ob Allah überhaupt ein Gott ist oder ob Mohammed überhaupt mit Allah gesprochen hat. Es gibt gar keine Beweise, dass er ein Prophet ist. Keine Beweise, kein einziges Beweis gibt es. Nichts. Er hat keine Zeugen, das stimmt absolut. Und das finde ich ja so komisch. Er wurde nie vorausgesagt. Ich meine, wenn er der letzte und der wichtigste und größte Prophet ist, dann hätte er alle Schriften schon ihn ankündigen sollen. Und er hat ja keine Zeuge. Alles ist zwischen ihm und Gott, beziehungsweise Gabriel. Er hat nur die Schenkel von Hadija als Zeugen. Weil sie hat ihm gesagt, sie hat ihre Schenkel gezeigt und dann hat sie sich langsam und langsam ausgezogen, bis Jibril verschwunden ist. Dann hat sie ihm gesagt, wenn er verschwunden ist, das heißt, er ist kein Satan, das muss ein Engel sein. Also ihre Beine oder ihre Schenkel waren der Beweis für seine Prophezeiung. Das ist schon krank. Krass. Ja, krank. Ich denke, Europa will, dass es geht um darum, die Demokratie zu destabilisieren. Und dann sowieso, es wird eine Weltordnung geben, so wie die Bibel es vorausgesagt hat, so wie Jesus in der Bibel sagt. Sie sind das am Planen. Die Muslime haben sich verrechnet. Die dachten, sie wären jetzt zu viel. Die haben sich verrechnet. Die haben zu schnell jetzt reagiert und ihre echte Gesicht gezeigt auf der Straße. Und jetzt wird es ja eine Reaktion geben. Ja, europaweit. Glaubt mir. Die sollen ihren Scheiß Allah zu Hause lassen oder in ihrer Moschee lassen. Ich will deren Scheiß nicht draußen sehen. Wer seinen Gott draußen bringt, der muss damit leben, dass das kritisiert wird und dass das ausgelacht wird und alles. Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass Europa Europis macht. Ich meine meine... Wir haben schon angefangen, Frankreich, Schweiz, hier Deutschland. Allein mit diesen Gesetzen, mit diesen Gesetzen von Flüchtlingen. Das ist nur der Anfang. Das ist so, glaube ich. Das ist nur der Anfang. Aber wir reden darüber sogar im Europäischen Parlament. Schweden nimmt gar kein... Schweden nimmt kein einziges Dings mehr. Flüchtling mehr. Und sogar die schicken jetzt die Leute zurück. Die schicken so viel zurück gerade. Die haben den muss nicht mehr die Kinder weggenommen, wenn die merken, dass sie zu radikal sind oder dass die Kinder die Kinder Zeitbombe werden. Ja, die machen gute Arbeit. Und du glaubst mir, Skandinavien waren die Erste und die waren eigentlich die nettsten, die freundlichsten, die am meisten helfen, weil ich Frischtrink-Sachen weiß, solche... Allerdings, diese solche Sachen. Aber jetzt, sie haben es verstanden. Also, wenn sie schon radikal werden, gell, dann weiß ich nicht. Und die sind ja rizistische Länder, gell. Die haben keine Religion, normalerweise. Ja, ja. Ja, also, ich sage ehrlich, Kinder wegnehmen ist von mir sehr eine heikele Sache. Weil Staatsmacht ist Staatsmacht. Es wird vielmals betrieben auch bei guten Menschen. Das sieht man nicht gut oder böse. Aber wenn ich sehe, dass Tausende von Männern hier nach Europa kommen ohne Frauen und Kinder, diese Leute würden ich abschieben. Ich würde gar nicht da reinkommen lassen. Ich würde sagen, was wollt ihr hier? Ich gehe in Afghanistan. Aber das ist eine Agenda. Ich habe mir, wo das Ganze angefangen hat, sage ich mal, in größeren Strömen, dass die Menschen nach Europa gingen. Ich habe gleich gewusst, das stimmt irgendwas nicht. Und ja, es ist so eine Art wie Invasion. Und das passiert wie überall. Auch in Amerika. Es ist krass, was da momentan abläuft. Deshalb sage ich, ich habe noch vor Jahren gesagt, bevor ich noch die Bibel gelesen habe, weil ich ja ziemlich viel wegen dem System da recherchiert habe, ich habe sehr wohl verstanden, das ist eine Agenda. Und für irgendwas werden diese Leute benutzt. Und ich glaube schon, dass wir da Schwierigkeiten haben werden. Ja, also ich bin mir 100% sicher, die Bibel besagt ja das. Es wird das passieren. Es wird Chaos kommen. Genau. Damit eine Weltregierung kommt, wo die Antichrist, der Antichrist offenbart. Und er macht, wird eine einzige Person geben. Also die Bibel sagt ganz klar, es wird eine Weltregierung instand kommen. Und die Menschen werden weder kaufen noch verkaufen können. Richtig. Ja, also es wird das kommen. Und wir sehen wirklich buchstäblich, was alles passiert auf der ganzen Welt. Dass wirklich alle Propheten aus der Bibel in Erfüllung gehen. Weisst du, meiner? Das ist schon so. Und da können wir leider nichts machen. Wir müssen warten, bis der Herr zurückkommt. Genau. Nein, also ich fürchte mich vor gar nichts, absolut nichts, weil ich weiss, Gott ist ja mit uns. Er hat uns ja das alles gesagt. Und ich sage immer, egal was hier passiert, es ist ja nicht für die Ewigkeit und egal welche schlimmen Sachen noch auf uns zukommen, wir wissen, sie haben ein Ende und die Zeit wird auch verkürzt. Ja, da kommen wir schon durch. Und überhaupt, ich habe jetzt gerade letztens wieder Jesaja gelesen und da gibt es ein, ich weiß nicht, welcher Chapter das ist, aber auf alle Fälle, da ist es ganz schön geschrieben, so quasi in der Zeit, werden wir wirklich Gottes Stimme hören. Und sagt er auch, da wird er sich nicht mehr verbergen müssen. Also wir werden ihn quasi auch sehen und hören. Er wird uns dann sagen, wo wir hingehen sollen, was wir machen sollen. Und von daher, nein, ich befürchte gar nichts, aber ich sehe halt schon, dass es wirklich so, wie du vorhin gesagt hast, wegen den Unruhen, dass sie leider Gottes für diese Unruhen ausgenutzt werden. Weil das sind Menschen, natürlich nicht alle, aber die meisten, es sind ja halt diese Länder, wo der Westen natürlich wieder kaputt gemacht hat und die kommen nicht mit einem friedvollen Herzen. Sie hassen den Westen, sie hassen Amerika aufgrund der ganzen Geschichte und zerstören deren Länder. Ich habe leider hier eine andere Sicht, ich sage dir, was ich denke, vielleicht bist du ja auch das Gleiche. Amerika hat nicht nur den Arabern, wir wissen, was sie in Vietnam gemacht haben, was sie in Japan gemacht haben. Warum springen sich diese Leute nicht in die Lust? Weil sie die Ideologie dafür nicht haben, verstehst du? Das ist nicht das, was die erlebt haben. Weil Amerika hat viele Leute hatten Kriege, nur Deutschland und Frankreich, nur Deutschland und Polen. Verstehst du? Warum Vietnam machen sie das nicht? Oder die Philippine oder in Amerika, warum springen sie sich nicht in die Luft in Amerika? Nein, es ist nicht der Leid, weil der Leid ist denen egal. Wäre es so, würden sie den Islam hassen für das, was er deren Vorfahren angetan hat. Verstehst du? Der Islam hat ja deren Vorfahren gemetzelt. Was er uns angetan hat, das ist unverzeihbar. Das ist schlimmer tausendmal als die Kolonisierung von Frankreich, im Gegenteil. Diese Leute haben uns weit gebracht. Wir hatten keine Straßen, wir hatten keinen Zug, wir wussten nicht mal, wie viele Leute es gibt. Wir hatten keine Impfungen. Man muss ja auch die Wahrheit sagen. Okay, die haben uns kolonisiert, ja. Die haben davon profitiert, ja. Aber die haben uns auch sehr, sehr, sehr geholfen. Stellt euch mal vor, die Schienen in Marokko haben sich seit 70 Jahren nicht bewegt. Nicht einen Schritt nach Süden bewegt. So wie es Frankreich gelassen hat, ist es immer noch. Obwohl wir ein sehr reiches Land sind. Also nein, wir sollen aufhören, den Westen von unserer Versagung zu beschuldigen. Nein, wir sind selber schuld. Wir waren ein unzivilisiertes Land oder Länder, als die kamen. Wir waren sowieso fertig. Der Islam hatte uns sowieso kaputt gemacht. Die Muslime hatten unser Land schon so ruiniert, uns versklavt, Arme und Arme gemacht. Nur die Araber hatten die Macht und die anderen Ureinwohner oder die einzigen Bewohner von Afrika wurden unterdrückt. Die mussten in den Bergen sich flüchten und sich dort verstecken, wo man nichts pflanzen kann, keine Tiere halten kann, wo es Minusgrad und Schnee ist. Das stimme ich dir zu. Genau. Das geht ja noch tiefer. Stimmt. Ja. Wir haben Sklavenmärkte verboten bei uns. Verstehst du? Nein, die haben uns Medikamente gebracht. Bei uns starben so viele Kinder. Wir hatten keine Impfungen. Wir waren vier Millionen, als die uns kolonisiert haben. Wir haben gesagt, wir haben auch sterben. Nein, weißt du, ich begrüße das nicht. Nein, okay, es ist auch schlimm, was die Kolonisierung gemacht hat, aber trotzdem. Die haben uns nicht nur wer getan, die haben uns auch Schulen gebaut, die haben unsere Leute gebildet. Wir hatten da, als Frankreich rausgegangen, hatten wir super wichtige Männer bei uns. Sehr gut gebildete Männer. Wir hatten gute Politiker, wir hatten gute Mediziner, wir hatten gute Piloten für Flugzeuge. Versteht ihr, was ich meine? Die Kamen waren wir auf Esel. Also die Kamen haben wir auf Esel gereist. Ja, wir hatten uns dann auch nicht gebildet. Genau, und das sprichst du auch noch einen wichtigen oder interessanten, sage ich mal, Punkt. Ich habe mir letztens gerade so die Entwicklung der christlichen Länder angeschaut und die Entwicklung eben von islamischen Ländern. Und da gebe ich dir recht, wie viel mehr die christlichen Länder, sage ich jetzt mal, erreicht haben. Wie sie das erreicht haben, sei jetzt dahingestellt. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so pro-westlich, weil wir wissen, vieles in Ungerechtigkeit ist auch da passiert. Aber ich spreche jetzt nur von der Entwicklung oder die gesellschaftlichen Normen. Das sind wirklich wie zwei Welten. Und da hast du absolut recht. Genau diese Ideologie, eben der Islam, hat sie wirklich zurückgehalten. Also ich sage es so, es gibt eine Ideologie namens Kommunismus, die viel Leid gemacht hat auf dieser Welt. Und der Kommunismus benutzt den Islam. Und wir sehen also auf der ganzen Welt, wie gewisse Ideologien sich mit anderen Ideologien verbinden, um eben die Demokratie zu stürzen. Und das wird gemacht. Wir sehen hier in Europa, wie gewisse Ideologien sich zusammentun und sich mit Muslimen solidarisieren. Und das ist das größte Problem überhaupt. Weil sie wollen Chaos, ist das, was sie wollen. Chaos. Und in vielen solchen Ländern waren, zum Beispiel, man kann sagen, was man will, Amerika hat das gemacht. Aber wäre nicht Amerika, wäre ganz Europa schon lange kommunistisch. Wäre nicht Amerika, wäre wirklich noch schlimmer hier in Europa schon lange. Und durch Amerika ist das nicht hierher gekommen oder gibt es heute das alles nicht mehr. Ja, und als Saddam wurde, als Saddam Kuwait gehoberte und sie in Flammen setzte, wer hat denn den Arabern geholfen? Wer, die haben Angst gehabt von Saddam. Die haben doch Amerika gerufen um Hilfe. Eben, das ist etwas, was ich sage. Und jetzt feiern sie Saddam. Und jetzt feiern sie Saddam als einen Held. Das ist echt krank. Echt krank. Die Leute sind echt krank. Ja, ich sage so. Ich habe gesehen, zum Beispiel in Brasilien, was Kommunismus, Sozialismus angeht. Und ich habe also das Manual gelesen von einem Brasilianer, dieses Manual ging auf die ganze Welt. Und er sagt, wenn du ein Land erobern willst, wie machst du das? Durch Chaos, Schwule, alle solche Menschen, Homosexuelle und so gegeneinander, Christen gegen den, jeder gegen jede. Und am Schluss bringen sie alle um. Eins nach dem anderen. Ein Gruppierer nach dem anderen wird eliminiert, weil sie wollen auch nicht. Der Kommunismus ist, der Staat ist Gott. Und sie benutzen die Muslime. Aber wenn Herd auf Herd kommt, werden alle fallen, alle Muslime fallen am Schluss. Weil das ist eine Ideologie. Sie wollen keinen Gott. Oder sie wollen nicht, dass Gott herrscht. Oder sie übergeben alles dem Islam. Was ich nicht glaube. Weil es geht einfach darum, Manipulation. Schule übernehmen. Kinder die Köpfe waschen. Das sehen wir auch im Islam. In gewissen Ländern. Nicht nur Islam, auch andere Ideologien. Auch im Christentum gibt es gewisse Christen, die ihre Kinder manipulieren. Also das ist überall, weißt du. Also das ist eben ein böses, wirklich böse Ideologie, die kleine Kinder vor allem manipuliert. Wenn wir sehen, jetzt die Älteren, die sterben, die Kinder sind da und sind trotzdem auch total verrückt. Also ich kenne Kinder, die sagen, ist es ein Schwein? Du bist ein Schwein. Und kleine Kinder, weißt du. Neun, zehn Jahre, so elf. Und die sind, sie werden von ihren Eltern solche Sachen beigebracht, weißt du. Christen sind Schweine. Die Ungläubige sind so, zum Beispiel heute habe ich ein Video gesehen. Atheisten sind schlimmer als Terroristen. Und ich denke von mir, ey, warum lernen die solche Sachen, die Kinder, weißt du. Meine, ey, ist egal, an was du glaubst oder überhaupt an was glaubst. Jeder soll für sich selbst glauben. Natürlich, ich predige auch mein Glaube. Aber wenn ich dann nicht, dann gehe ich meinen Weg. Punkt aus. Aber es gibt trotzdem gewisse Ideologie, die, ey, wir sind schlimmer als das Vieh. Und zum Beispiel jemand, der an gar nichts glaubt, ist noch weniger wert. Und dann sieht man, was da alles passiert. In der Schule, in der ganzen Europa, wird von muslimischen Kindern übernommen. Weil die Muslime machen viele Kinder, während die Deutschen wenige Kinder machen. Und dann sind die Kinder in der Schule und greifen Christen an, greifen Kinder an, die gar kein Glauben haben. Und so fängt es an, so wird dann angeben, die Schwester gerade geschrieben, in der Schule, wo ich gearbeitet habe, wurden christliche Kinder angespuckt. Schau mal. Und das passiert tagtäglich. In ganz, so in Deutschland, Schweiz, Österreich, ganz Europa eigentlich. Oder wo die Kinder schon anfangen, die anderen Kinder anzumachen. Und dann nehmen diese Kinder den Salamon. Wie viele Mal habe ich hier gehört? Ich habe den Salamon genommen, ich war zwölf Jahre, ich war 13, ich war 14, ich war 15. Warum? Sie werden schikaniert in der Schule. Sie werden fertig gemacht in der Schule. Und einfach, um dabei zu sein, dazu zu gehören, nehmen sie den Salamon, damit sie nicht fertig gemacht wird. Ja. Stimmt. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn man sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Und das gehört nicht zu Deutschland zum Beispiel. Wieso soll das zu Deutschland gehören? Ja, Freiheit der Religionen, ja, aber du kannst nicht sagen, das gehört. Ich meine, hat man wirklich die Geschichte vergessen, dass man gegen das Osmanische Reich da gekämpft hat? Und, ja, sonst wären wir schon lange alle islamisiert worden. Das finde ich schon krass. Also, ich bin absolut kein Nationalist. Also, wir sind ja alle von einem Gott erschaffen. Ich bin absolut kein Nationalist. Aber ich finde es trotzdem schlimm, dass zum Beispiel jetzt in Deutschland mittlerweile nur vielleicht 65, 70 Prozent, 65 Prozent Deutsch leben. Und das ist gefährlich. Und das wird definitiv auch gefährlich sein in der Zukunft. Ja, das wäre dann... Also, ehrlich sagen, hätte ich, hätte ich, ich sage ganz ehrlich, hätte ich keinen Sohn, wäre ich nicht gebunden, hier in der Schweiz zu bleiben. Ich wäre schon lange abgehabt. Schon lange wäre ich von hier weggegeben. Ich bin nicht hier in einem, also, okay, in der Schweiz geht es noch. So, aber so, wo ich in Deutschland wohne, ey, ich wäre so unglücklich, ey. So, die Sachen, was ich da höre, ey, was ich sehe, ey, ey, da sind schon einfach nur traurige. Ehrlich, also, ich wäre wirklich schon lange weg, wo ich, so, ja. Aber wozu denke ich, ich war dumm, dass ich nicht früh genug gegangen bin. Weißt du, meine, wirklich? Egal, Schweiz oder so, da gibt es auch genug und wird auch immer schlimmer. Wenn, eben, ich hoffe wirklich, dass der Babu recht hat und dass die Regierung anfängt, wirklich was zu machen dagegen. Weil so viele radikale Leute, ey, heute hat mich wirklich erschreckt, dieser Typ, der hat, der hat, ich habe wirklich gedacht, ich bin falscher Film. Tut das so, als wäre die jetzt nicht hart genug gewesen. Ich habe gedacht, ey, hallo? Sie haben nicht schnell genug umgebracht. Und diese Leute sind hier und drohen uns nachher, schicken uns drohen, drohen nachricht und keine Ahnung was und, ey, die sind immer noch da. Weiß meine, so Sachen, ey. Und ich weiß, ich sage, in Brasilien habe ich noch nie gehört, ich kenne auch viele Muslime dort, noch nie gehört. Du kannst sogar über den Gott verspottet, ich mache nicht einmal Mund auf gegen die Bibel. Aber hier, schau mal, haben die und die alle Leute hier machen, so gerne Mund auf. Weiß meine, in Brasilien dort, wenn sie so tun würde, geht nicht mehr lang. Und dann sind sie nicht mehr da, findet man die gar nicht mehr. Wie ist das eigentlich in Brasilien, von der Religion her? Dort gibt es ja auch unterschiedliche Religionen, oder? Ja, in Brasilien gibt es viele Religionen, da habe ich über 80% katholisch, also christlich. Es gibt auch viele Muslime, die dort hingehen und so, aber eben, die predigen alle so einen wunderschönen Islam. Die islamische, so schön, und dann habe ich überlegt, ich kann dort auch mit so Sachen machen. Aber was ich kenne, ist, zum Beispiel, dass, also, wir haben nie erlebt, dass sie in Brasilien Bibel angreifen, oder so Sachen, weißt du? Wirklich nie erlebt, weil Brasilisch christlich. Das ist gut, ja. Wenn sie dort Mund aufmachen, gegen Jesus, oder was auch immer, hundertprozentig, sie leben nicht lang, hundertprozentig nicht. In Brasilien gibt es sogar einen Ort, wo die Mafia alle Muslime, alle anderen Götze, und alle, so zum Beispiel, die Leute, die Götze anbetten, wirklich. Sie haben gesagt, alle weg, ihr habt einen Tag Zeit, alle haben ihre Sache genommen, sind verschwunden. Weil sie haben gesagt, hier herrscht Jesus Christus. Und so, man kann sagen, was man will, aber für mich, also, ja, so gut kann man nicht finden, aber, ja, ich will auch nicht sagen, dass es gut ist, aber ich will auch nicht sagen, dass es nicht gut ist. Aber der Mafia-Boss hat gesagt, hier gibt es keine andere Religion. Und dann hast du gesehen, hier Muslime wegrennen, die, so diese Leute, die Makumba machen, so Voodoo, schwarze Magie, die haben Götze-Statuen, die sind gegangen, haben angefangen, alles kaputt zu machen dort. Und die Mafia, ne, die sind gegangen, haben alles kaputt gemacht, alles zerstört und alle rausgeschickt aus der Vierter. Die sind alle weggegangen, mussten alle weg. Und es ist, was ich sage, also in Brasilien, wenn man dort Mund aufmacht, so wie hier, dann lebt man nicht lang. Aber es fängt langsam trotzdem an, oder, in dem Sinne, ich weiß, ich sage, wenn man zulässt, dass sie lange lügen, wegen Islam ist alles so schön, alles so schön, und dann werden sie immer radikalisiert, radikalisiert. Zum Beispiel, einer hat gehabt, er ist fängstig gekommen, da, wegen IS, da und dort, am nächsten Tag wurde er aufgefunden, verbrennt, weil er gesagt hat, er will die Christen töten und er findet richtig, was der IS gemacht hat. Zwei Tage später ist er aufgefunden worden, weil er verbrennt. Und, ja, also, so geht es ab, ich meine, gut ist das nicht, natürlich, also, ich bin ja gegen Gewalt. Aber, ich muss ehrlich sagen, wer da für solche Leute sympathisiert, ich habe dann auch kein Erbarmer, wenn jemand ihnen aufbissen tut, weißt du, dann sage ich, ja, er wollte das, er wollte Menschen töten, verbrennen, vergewaltigen, hat er bekommen, was er wollte. Und, ja, ja, er hat gesagt, gut ist es nicht, aber er hat sich dafür entschieden, ja. Was meinst du, was ich in Brasilien gemacht habe? Darf ich fragen, was du in Brasilien gemacht hast, wie meinst du das? Ich meine, dort Aufklärungsarbeit mache. Ich will in Brasilien Aufklärungsarbeit machen gegen die Slau, damit die Leute nicht verrascht und angelogen werden. Jo, was geht, Leute? Jo, moind. Hey. Jo, was geht? Wo sind denn hier die anderen, Schleimchen? Ich kenne, was passiert ist. Und Nenni ist, glaube ich, abgestürzt, ne? Oh, moin, moin. Ich bin der Eilbert. Ich bin aus Hamburg. Oh, moin, moin. Ne? So, ist es. Ich weiß nicht, was passiert ist. Leute, hört ihr mich? Also, ich höre dich, Bruder. Ich sehe nur dich hier oben. Du bist oben, oder? Ja, nur ich bin oben. So, okay. Ja, keine Ahnung. Ich war irgendwie weg auf einmal. Ja, kann ja passieren. Manchmal TikTok ist ein bisschen verrückt. Ja, kommt auch, Leute. Coole Frage. Noch ein bisschen und werde ich... Wo ist wieder locker? Weiß ich nicht. Also, ich habe den live nicht beendet, weil mir steht immer noch hier 10 Stunden live. Ich glaube, der Luca ist gar nicht mehr drin. Gell? Ja, der ist da. Ich sehe ihn, aber ich kann ihn nicht. Nee. Ist der. Ja, der ist ganz schwer. Brasilien. Ich glaube auch, er ist gerade nach Brasilien mit einem One-Way-Ticket. Ja. Ich wollte auch mit, aber wenn er gesagt hat, dass da kein Ungläubiger auch weggejagt werden, überleg es mir noch mal. Was ist passiert? Wieso war ich hier raus? Was, Bruder? Wieso war ich raus? Ich auch, keine Ahnung. Als ob wir... Aber die Leute waren ja immer noch da im Chat, oder? Jihad, Jihad. Keine Ahnung. Mein Handy hat gespinnt. Irgendwie. Die App einfach wollte nicht mehr gehen. Und dann ist es ausgegangen. Habe ich ausgemacht, wieder angemacht. Und dann habe ich geguckt. Habe dann den live weiter. So, ich habe gemacht weiter. Und dann habe ich keine hier mehr gefunden, oben. Aber es sind bei mir zehn Stunden, als wäre ich doch in live geblieben. Oder, Leute? Wart ihr immer noch da im Chat? Ja. Das sind uns. Aber ich glaube, die Community hier von dir ist ein bisschen schlafen. Ich glaube, jeder ist am Schlafen, die 55 Leute, die zugucken. Ich bin auch eben einfach rausgeflogen. Ach, du bist hier noch? Warst du da bei dir gewesen, oder? Wer? Yusuf. Was? Warst du bei dem gewesen? Nee, ich bin gerade hochgekommen. Bei Kiptock und DenkNach. Nee, nee. DenkNach hat mich auf Block. Aber du warst mit einem anderen Account da. Nee, ich habe in den Chat reingeschrieben. DenkNach hat dich auf Block? Wie cool. Ja. Der weiß schon, den der blockieren muss. Ich verstehe nicht. Dein Kumpel, der wollte hier nicht über die Trinität sprechen. Aber der geht zu DenkNach und spricht da über die Trinität mit Kiptock. Ey, warum macht ihr das? Ich verstehe gar nicht. Was ist denn los? Das weiß ich selber nicht. Ich dachte, ihr wollt mit DenkNach reden und nicht unter euch reden. Ich war gar nicht bei DenkNach. Aber ihr könnt mir gerne einen Moment machen. Ich weiß, was ich jetzt machen tue. Ich pushe mich jetzt selber. Aber man ist immer sein eigener Unterstützer, merkt euch. Aber jetzt keine Lust mehr, da reinzugucken, weil ich bin schon anstrengend, da reinzuschauen. Ja, der Typ jetzt hier im Chat mit Moin Moin. Ja, das bin ich. Könnte hier mal gerne folgen. Ist ein cooler Typ. Who is that? Bavo, wo ist wieder? Ich bin doch hier, was denn? Wo ist wieder? Wieder, ich finde ihn nicht. Du kannst ihn ja auch hochholen. Johnny, ich wollte dich auch fragen, hörst du? Ja. Ich gebe dir Modis, aber bitte, wie ich von allen gefragt habe, niemanden runterschicken. Ja, außer der beleidigt natürlich. Ja, bitte, einfach fair bleiben und auch wenn man nervt oder so, demokratisch, bitte. Alles klar, aber ich weiß nicht, wie man Modi macht, aber kannst du ruhig mal geben. Ich gucke mal. Ja, ja, willst du nur brauchen, wenn jemanden hochwill oder so? Oder wenn jemanden beleidigt. Du kannst meinen Moderator ruhig wegnehmen. Ich brauche das nicht unbedingt. Wieso denn? Nein, aber man weiß ja nie. Alles gut, vielleicht siehst du eine Nachricht, in den Chat, irgendwas, was ich nicht sehe und du wirst es stummen oder so, was ich sehe, ist alles gut. Okay, ich versuch's mal. Danke. Ich rüsch jetzt alle. Ich stumme jetzt alle hier. Kann keiner mehr reden. Ich glaube, der Luca ist einfach eingeschlafen. Weißt du, was gut wäre, wenn die Moderatoren sich gegenseitig stummen würden? Warte, ich kann den ganzen Chat hier ausmachen. Warte mal. Wie geht das nochmal? Sabi, Oto, eye saami, omani. Fölzt du schließlich das pflokof Mission aus. Ja, er ist gerade nach Brasilien gereist, gereist, gereist gereist, gereist Okay, auf Mission, ja Danke, Aisha, war erst neun Danke dir auch Für die, die gerade aufgestanden sind Moin Moin, Kitabel Kohn Ja, das bin ich, das bin ich Achso, ja, ja Heißt Kitabel Kohn oder Kitabel Haq Oh, Bruder Ich habe drei Accounts mit Kitab Einmal Kitabel Haq, Kitabel Kohn Kitabel Mauta Wir brauchen auch, wir brauchen noch Modis vom Dings Die andere Zeitzonen haben aus Amerika oder so Die mit uns modieren, wenn wir schlafen gehen Ja, Bruder Ich lebe nach amerikanischer Zeit Wir haben das wirklich Leute in unsere Clubhouse Die läuft 24 Stunden, sieben Tage die Woche Immer online, da sind immer Leute, die debattieren Immer Clubhouse Ja, Clubhouse, ja Ich habe damals auch immer auf Clubhouse debattiert Ich kenne kein Clubhouse Braucht man auch nicht Wir haben manchmal in Stage geschlafen da einfach Weißt du, es war oben, ich habe geschlafen, wir haben wieder aufgewacht, war immer noch da Ich war nur mit wieder auf YouTube Da sind ein paar Muslime gekommen Aber haben sich auch nicht viele getraut Weil wir haben ja direkt Quellen gezeigt Und dann Hab ich gehört, wo Wieder hier TikTok debattiert hat Mit dieser Kasim Wo er beleidigt wurde Und dann Hat er ganz sehr Christen manipuliert Mit den ganzen Fersen Da dachte ich, ja okay Da muss man ja denen die Wahrheit zeigen Zeigen, ne Also sind wir beide da reingegangen Mit wieder Aber Kasim Der schlimmste Mensch Ehrlich Der schlimmste Was der gegen Jesus sagt Was er gegen die Aposteln sagt Die nach Islam eigentlich Muslime selber sind Aber Wow Was er gegen Maria sagt Noch schlimmer Wow Ehrlich Also Ein Mann, den ich gerne mal Im Public treffen möchte Wer ist gerade wach Wer geht gleich schlafen Wer ist immer noch wach Locker noch drei Stunden wach Ich bleibe noch ein bisschen Wieso ist der? Wieso ist der? Warum kommt der nicht? Wer? Der hat doch Wieder locker Der war doch Ich hab ihn geschickt Nein, ich meinte Der müsste uns doch gesehen haben Oder Ich hab ihn ja auch Mit ihm geteilt Damit er kommt Live mit ihm geteilt Aber der ist nicht da Der hat wohl Keine Begriffe auf euch, ne Vielleicht ist er Keiner Für sie ist schlafen gegangen Clemens von Rom Wird namentlich In der Bibel titiert Amo, weißt du was wieder Weißt du was Titor gemacht hat? Was? Was Bruder? Weißt du was Titor gemacht hat? Was hat er? Du warst du mit mir bei Bei den serbischen Debatten Ja Er hat die ganze Muslime da Rundgezwungen Schlumpfe Die haben alle schlumpfe Als Profilbild Warum? Ja Du weißt doch Titor hat auch So einen schlumpf Titor hat doch Jesus Jesus Is muslim Nein Aber der ist auch So ein schlumpf Keine Ahnung Der hatte da ein Gold Ein Bild Glaube ich Aber ich habe Genau So ein Bild So ein schlumpf Hat er jetzt neu gemacht Oder wie? Ja Der hatte schon vorher Gehabt Aber jetzt hat er schon wieder Und seine ganze Bande Die haben alle schlumpfe Und was soll das bedeuten? Schlumpfine Was bedeutet das? Ja Die wollen alle so Sich Auf die Debatten Vorbereiten Naja Auf die Debatten Ich meine Hat mir allerdings Jakobus hat gesagt Der wird eine Debatte Von mir Und ich weiß nicht wer Organisieren Bin mal gespannt Oh man Ja Aber egal Also Ich kann Egal wer das ist Ich habe vergessen Das ist aber egal Wie das ist Ich habe gesagt Kein Problem Jeder kann nicht Weil ich weiß Dass sie nichts Verteidigen können Einfach Also außer Das wären selbstmordig Ich glaube nicht Dass irgendeiner sich traut Glaube ich nicht Echt nicht Vor allem wenn Und den Kannst du mal Ich rede jetzt Über den Echten Tito Nee Nicht Echten Tito Diesen Komischen Tito Der hat schon Zubestimmt Der kommt gleich Wenn du von ihm Sprichst Dann kommt er gleich Die Teufel Ja Ja Vielleicht kommt er Ja Ja Seine Zeit Das ist Das ist schon Seine Zeit Meinst du Ja Der war doch Hier Der ist abgehauen Der ist abgehauen Wo ich ihm gesagt habe Ja Was ist wichtiger Mohammed oder Allah Das hat ihm nicht gefallen Aber der hat wieder Wieder bei uns gemacht Was hat er gemacht Bei uns Bei uns Hier Wieder hat er gemacht Video Was hat er Da für ein Video gemacht Dass du gelogen hast Er geschrieben Du Dass du ein Lügner bist Da schreibt er Lugner Er hat dir ein Video gepostet Ja Er hat mir geschickt Was sag ich da Warte ich muss schauen Gleich Keine Ahnung Was der Typ Ich meine Der hat ja nichts gesagt Lugner 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 Ja Wo soll ich Was soll ich Gelogen 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 haben Du bist ein Lugner Ich glaube nicht Also ich lüge nicht Warum soll ich Mache ich eigentlich Und außerdem Zwerg hat keine Lange Konversation Ich habe ja nur kurz Was gesagt Oder Am Ende Ja Aber der nimmt Trotzdem auf Aber wenn er das Nimmt Was ich sage Der macht dich doch Selbst kaputt Ich verstehe nicht Ja Der nimmt alles Mögliche auf Aber meine Argumente waren ja Stark gegen ihm Wie will er das Diskreditieren Diskreditieren Wie will er das machen Ja aber das ist ein Pulver Aber das ist Pulver Du merkst das gar nicht Dass es ein Insekt war Verstehst du Das ist nur ein Pulver Wie diese Schau mal Guck mal Ich könnte auch nie Bewusst einen Frosch essen Ich habe das aber schon gegessen Ich habe früher auch Fleisch gegessen Ich hatte auch fast alle Tiere Ich habe Krokodil Ich habe Zebra gegessen Ich habe Strauß gegessen Was habe ich noch gegessen Ja Krokodil habe ich gesagt Ja ich habe viele Tiere Die man ja eigentlich in Ruhe lassen sollte Das ist nicht schön Ich habe manchmal Ich hatte Irgendwann hat es so angefangen Dass ich dann schlechtes Gewissen hatte Nachdem ich vielleicht gegessen habe Und dann habe ich ja Aufgehört Ich konnte es nicht mehr antun Will wir zurück zum Islam Ja gerne Eine kleine Pause Ja ich warte gerade Auf mein Essen Ich will auch gerade essen Deswegen Ich würde sehr gerne Das Thema wechseln Ja Ja gut Das war ja jetzt nur ein Beispiel Dass ja man nicht unbedingt Eine Religion braucht Um 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 seinen Charakter zu verbessern Oder um seine Moral zu ändern Oder sonst was Ich denke jetzt eher pragmatisch Und denke immer über die Sache richtig Wovon ich entscheide Wie ich mit der Sache dann In Zukunft umgehen werde Oder was ich darüber denke Ich will mir meine eigene Meinung Über die Sache Und ich lasse mir nichts erzählen Von irgendeinem Buch Oder so Verstehst du Und das ist der Unterschied Zwischen mir und Muslimen Ja ganz genau Aber guck mal Was ich auch so mir denke Wenn ich anschaue Was in der Vergangenheit Was in der Vergangenheit Leute gemacht haben Ich bin wirklich dankbar Dass Christentum Die Europa geprägt hat Weil Die menschlichen Gedanken Haben sich total verändert Der Weg Wie man sich So Selbst reflektiert Selbst sein Verhalten reflektiert Und nachdenkt Auch sich in anderen Hereinsetzen Und so weiter Dafür bin ich wirklich dankbar Dass man so Wirklich Irgendwie von Geburt an Dieses Moral Zuhause schon Irgendwie bekommt Durch die Erziehung Und das alles Ja Ja Geschwister Samson So Wie bekommen wir jetzt Den Koran weltweit abgeschafft Habt hier in Einbahn Ich hab gehört letztens Dass sie in Ohio In der Bundesstaat Ohio Oder wie heißt sie Oder so was Habe ich gelesen In Amerika Dass sie irgendwo Den alten Testament verboten haben Und warum haben sie nicht den Koran verboten Das verstehe ich nicht Der Koran sollte verboten werden Für die ganzen Sachen Die dazu entstehen Wirklich Wir sollten vielleicht Eine Petition Staaten Und Unterschriften Dass es abgeschafft werden Vielleicht funktioniert Das wenn viele Millionen Leute Das unterschreiben Ja Samson Ja ja Ich hab's jetzt gelesen Die haben wirklich Den alten Testament abgeschafft Im ganzen Bundesland In Amerika Ja aber ich verstehe Warum haben die dann Den Koran nicht abgeschafft Ata Hi Danke Danke Freunde Für die Herzen Danke für die Likes Ich freue mich Wieso die Leute Die nicht hochkommen Einfach solche Aussagen Treffen Ich würde so gerne Jetzt mit Ein paar Leute Hier diskutieren Persönlich Im Gespräch In Augen Hört Aber Leider können sie nicht hoch Usam ist Frieden Ja ja Für in Islam Städte Frieden Ja ich komme aus Marokko Ursprünglich Ich komme aus Marokko Hallo Berlina Hallo Und wie geht's euch Sehr gut Und dir Oh Alhamdallah Super Das fremd mich Was habt ihr denn für ein Problem mit dem Islam Ja ich habe viele Probleme mit dem Islam ganz ehrlich Was genau interessiert dich Bist du Christin Ja ich bin Christin Warum hast du denn ein Problem mit dem Islam mit dem ich meine Religion bist Ähm Guck mal ich nenne jetzt auch nur drei Gründe Warum Warte kurz Lass mich ganz kurz jetzt ausreden Ich nenne jetzt drei Gründe wieso ich mit dem Islam Probleme habe Okay Erstmal Menschenverfolgung Die verfolgen Menschen Laut Islam Laut Quran Das wurde ihnen befohlen Okay Der Gottesgesetz was sie haben ist unmenschlich Was haben die Gesetz Kopfgeld Der Gottesgesetz Scharia ist unmenschlich Achso Okay Hast du das ja schon Und Die bestrafen manche Sachen Was Sinnlos ist Aber manche Sachen was bestraft werden soll Sind nicht bestraft Hey was wird denn jetzt nicht bestraft Was dann voll ist Und irgendwas wird nicht Ja schau mal Sag's Guck mal Finde mir eine Strafe für Pädophilie Zum Beispiel In Islam Wie eine Strafe für die Pädophilie Im Islam solltest du auf jeden Fall keine Kein Pädophilie Gib mir eine Strafe Was die bekommen Wenn die das ausüben Also es gibt ein Hadith Der sagt Es gibt ein Hadith Der sagt Wenn ein Mann Seine Ding In einem kleinen Kleinen Jungen Nicht Mädchen In einem kleinen Jungen Ihr wisst was er mit ihm macht Darf er seine Mutter nicht heiraten Das ist die Strafe Er darf die Mutter nicht heiraten Von dem Sohn Wenn er ihn schändet Nochmal Wenn ein Moslem Ein Kind Ein junger Mann Also ein Kind Von vier Sechs Was auch immer schändet Wenn ich jetzt ein Kind Was Ich sagte Auf Arabisch Der mit dem kleinen Kind spielt Und es macht Das steht danach Und er in Ich will das Wort nicht sagen Das Wort mit P-E Darf er seine Mutter nicht heiraten Das ist die Strafe Er darf die Mutter nicht heiraten Aber was Mädchen angeht Da ist keine Strafe Das ist erlaubt Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört Ja doch Das steht immer Im Verb Fach In dem Fach Es steht in dem Fach Von Bukhari Ich bin kein Sunnit Also ich glaube Selber ein Schambukhari Ich habe da nicht so viel Ahnung Ich war ja wie gesagt Sunnit Deswegen Ich weiß nicht Bei euch Ab wieviel Jahre Man heiraten darf Mit Kleinkindern Ich glaube Meiner Kenntnis nach Neun Jahre Ist das weit entschieden Weil Aisha Weil Mohammed Mit Aisha Mit neun Konsumiert hat Deswegen Kenne ich so Dass bei Shieden Ab neun Erlaubt ist Ich weiß nicht Du kannst es uns Vielleicht mehr sagen Wenn du mehr Ahnung hast Über den Du kannst die damalige Zeit Nicht mit der heutigen Zeit Vergleichen Heute Wenn du hörst Und ein Mann Mit einer neunjährigen Feirat ist Natürlich Du meinst Du warst Damals Kein Pädophilie Meinst du Also warst Damals Kein Krankheitskleinkunde Zuständen Meiner Meinung nach War es damals anders Und Du kannst nicht Die damalige Was war anders? Der meint Dass die Männer Damals Ne Der soll es Selbst erklären Bitte Wenn es War ich Kommt Die Generation Entwickelt sich doch Jedes Jahr weiter Und du kannst doch nicht Jetzt Mit Sachen kommen Die vor Über Keine Ahnung 800 Jahren Oder so waren Mit der Zeit Von heute Vergleichen Geht doch gar nicht Ein Mensch wird doch anders Was sagst du Waren früher die Frauen Früher reifer als heute Oder sind die heute Früher reifer als davor Damals waren die reifer als heute Ich habe da Ich habe da Mit dir leidet Damit Da sehe ich es anders Oder weil Ich will Ich gehe jetzt mal essen Ich komme dann später Wenn du Wenn du Schwimmbad Gehst Jetzt Oder wenn du Strand bist Und kleine Mädchen von Fünf Jahre Sechs Jahre Vier Jahre Wirst du da Erregt Kriegst du da Lust auf Diese Mädchen Oder was ist das für eine Frage Natürlich nicht Ja okay Und damals Die Leute die es damals Hatten Die Leute die damals Erregt wurden Waren für dich normale Menschen oder waren das Pädos Und nur die Leute Damals wussten nicht Was Pädophilie ist War nur diese Frage Guck mal Siehst du hast du wahrscheinlich Noch nie dein Gehirn benutzt Oder was Das ist doch ganz logisch Zu denken Oder Dass man Dass ein normaler Mensch Keine Lust auf ein Kind bekommt Oder Weil sie keine sexuellen Dings hatte Merkmale Keine Brüste Warum soll er erregt werden Wenn er kein Pädophil ist Verstehst du was ich meine Die wussten es nur nicht damals Das ist der Unterschied Nur sie wussten nicht Was das ist Wir wussten nicht Dass das Wir stehen Aber du musst dir jetzt So vorstellen Guck mal Ich bin jetzt selber Nicht derjenige Der jeden Tag Hadithe liest Und so Ich beschäftige mich Jetzt heute mit meiner Eigenen Religion Mehr als davor Auf jeden Fall Aber Mit wie viel Aisha geheiratet hat Und was sie gemacht hat Und alles Weiß ich jetzt nicht genau Okay Also sie hat mit Sechs geheiratet Und mit neun Den Hadith ab Mohammed Warte Sekunde Sie hat mit Sechs geheiratet Und Mohammed Konsumiert mit neun Ich lehne den Hadith ab Ich lehne den Hadith ab Okay Okay Das heißt Eben Ebi Waqqar Mishba Eben Ebo Waqar Eben Ebi Waqar Kannst du sagen Wie du willst Aber ich lehne den Hadith ab Also für mich Dingens Papierflugzeug sage ich nur Sehr gut Sehr gut Ich unterstütze dich Sollst du auch mit dem Koran Bald machen Wenn du schon den Hadith Reugnest Sollst du auch den Koran Die wurden von Gleiche Menschen beigebracht Die gleiche Menschen Die Hadith Und den Koran Geht Papierflugzeug Ich bin kein Sunnit Papierflugzeug Ja Koran Genauso ist Papierflugzeug Sogar man sich damit Was abwischen Im Koran steht was anderes Was ist Was sind das Surat Surat Ah Das hat Ja lass mich ausreden Ja Nein Ich lese aus dem Fernsehen Warte warte Du redest auch hier Du redest auch hier Über die Tage Richtig Ja du redest auch hier Über Menstruation Richtig Ich nicht Allah Koran Ja genau Genau Der sagt Die Kleine Die noch nicht Menstruation In Surat Da geht es Von was du redest Da geht es einfach nur Um eine Frau Die wenn sie Wenn sie sich scheiden lässt Ja Zum Beispiel Sie hat Verkehr Ja Genau Idda Richtig Zum Beispiel Sie hat den Verkehr Sie wird ein Kind bekommen Ja Und in dem Prozess Hat sie ja keine Blutung mehr Ja Richtig Und wenn das der Fall ist Dann darfst du sie nicht heiraten Das ist damit gemeint Okay Welche Tafsir steht das Bruder Ja ich habe jetzt kein Ich habe jetzt kein Tafsirbuch bei mir Achso okay Deine Meinung Ist das für deine Behauptung Nein 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 Ja ja warte Ich sage Eine Behauptung Also eine Behauptung Ohne Beweise Damit die Leute die hören Auch wissen Ob du weißt oder nicht Das ist Spaßreden Das steht in Tafsir Al-Kommi Nein nein Bruder Ich sage dir was Ich sage dir den Vers jetzt Und ich sage Ich bin Arab Welche Tafsir willst du mir bringen Ich sage dir Das habe ich verstanden Also die Frauen Die Frauen die keine Blutung mehr bekommen Das heißt die haben Bekommen nicht mehr Bekommen Die haben drei Monate zu warten Allah weiß nicht Dass Frauen die keine Tage mehr bekommen Nicht schwanger werden können Das weiß der ja nicht Die sagen die sollen trotzdem warten drei Monate Genauso für die kleinen Mädchen Die noch ihre Blutungen nicht haben Die die noch keine Blutungen haben Müssen auch drei Monate warten Wenn die Wenn die Heirat konsumiert werden Die haben noch keine Blutung Sie müssen warten drei Monate Bevor sie wieder heiraten Und wieder konsumiert wird Misshandelt Geschendet Wiederscheiden Die haben noch keine Tage Und erst dann Wenn sie ihre Tage haben Ist ja egal Also das ist die Eidda Dass sie warten muss Um zu gucken Ob sie schwanger ist Aber Allah weiß nicht Dass kleine Kinder Die nicht ihre Blutung haben Kinder bekommen können Das weiß er ja nicht weiter Der weiß nicht Was er erschaffen hat Der weiß nicht Wie die Natur funktioniert Der sagt auch ja Das stimmt auch nicht Der sagt Ich habe von alles Woher weißt du das Das war das nicht weiß Ja weil er es sagt Hätte er es gewusst Hätte er nicht gesagt Dass ein kleine Mädchen Die nicht ihre Tage Nicht erwarten muss Vielleicht schließt Ich mache Warum muss er das sagen Warum muss er das sagen Warum soll er das nicht sagen Er hat Sachen gesagt Verstehst du den Koran Besser als Andere Leute Die darüber Tafsil machen Den Schiiten Meister oder die Sunniten Die mit Mohammed gelebt haben Ich meine nicht die Sunniten Ja weil ich weiß nicht Was die Schiiten sagen Das ist mir egal Die sind nur 1% Wie kannst du das Bei mir behaupten Ich bin Sunnit Ich bin Sunnit Das steht im Koran Wenn du es nicht Erkennst du es dein Problem Du bist Sunnit Achso okay Ich war Sunnit Ich war die Schiiten Du warst Sunnit Ja Du warst okay Ja gut Dann ist das kein Wunder Ich hätte das selbe getan Wie du Wahrscheinlich Ich weiß nicht was Aber die Schiiten sind genauso schlimm Bruder Nein Bruder Nein 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 Du musst uns kennenlernen Wie euch gibt es auch Mut'a Heute gibt es noch Heute gibt es nicht Mut'a Es gibt ein Kindesheirat Heute bei den Schiiten Ich weiß nicht was du das andere sagst Das Nee Da gibt es hier keine zu Bruder Homosexuelle Paarung machen Also die tauschen Nusspermien Die Schnecken Um kleine zu bekommen Also es gibt kein Dakar Was gibt es noch Der gelbe brasilianische Skorpion Der ist geschlechtslos Der hat gar kein Geschlecht Das wusste Allah auch nicht Würmer Bakterien Ja Samson Nein Ich rede hier aber über große Tiere Weil solche Leute sind Ein bisschen behindert Muss man ja wirklich Also Schnecken sind Hermaphrodite Wie gesagt Es gibt den gelben Brasilianische Skorpion Der ist auch geschlechtslos Da gibt kein Mann oder Frau Was gibt es noch Im Tierreich Es gibt einen Gecko Der ist auch geschlechtslos Der klont sich selbst Der legt Eier Und da kommt einen Der genau so wie er sieht Der braucht auch keinen Partner Soviel zum Halaklamin kolische In Dakar Gibt es nicht Der Allah ist ignorant Der Allah Allah ist ein Typ Der vor 1800 Jahren gelebt hat Für ihn war okay Kleinkinder zu missbrauchen Für ihn war die Sklaverei okay Aber nicht für Allah Für einen Mann Der diesen Buch geschrieben hat War die Sklaverei okay Weil er in der Zeit gelebt hat Und er hat das gesehen Und fand das okay Mit Kindern Sklaven Diese ganzen Sachen Den Krieg Das war für ihn okay Aber nicht ein Allah Oder ein Gott Der hätte es gewusst Wenn er das erschaffen hat Dann hätte es gewusst Es gibt Tiere Es gibt Fische Die ihre Sex ändern Die Hälfte ihr Leben Als Weibchen leben Und danach Als Menschen Also als Mann Ja Es gibt Tiere Die ihre Organe Erst nach dem Nach dem Erwachsen Entwickeln Die gar keine Geschlechtsorgane haben Also Allah Hat keine Ahnung Von Schöpfung Bruder Null Deswegen Sachen falsch gesagt Ja Enkido Der hat vieles Ja Ja Guck mal das mit dem Gebet Der sagt Du sollst den Sobch beten Morgens Wenn die Sonne scheint Dann mittags Wenn die Sonne Dings Im Dings In Zenit Steht Aber das kannst du nur In Saudi-Arabien In der Gegend machen Zum Beispiel Wenn du jetzt In Oben gehst Norwegen Oder was heißt ich Alaska Oder manche Orte Gibt es sechs Monate Sonne Diese Midnight Sonne Diese Mitternachtssonne Wann willst du Dein Sobch beten Wann willst du Dein Duhr beten Wann willst du Dein Asr Dein Morgrib Dein Asr Dein Fajr Wann willst du Diese Gebete machen Wirst du einmal Im Monat warten Dann Wirst du Dein Sobch beten Ein Monat warten Dann nach dem Duhr Was ist mit Fasten Wirst du sechs Monate fasten Und hier kannst du Verstehen Dass Allah wusste Nicht wie die Sonne Wie alles funktioniert Sonst hätte er Einen guten Zeitplan Gemacht Und ein gutes Gesetz Für Fasten Und für Beten Und so weiter Zeichen Zeichen Abou Sahih Komm hoch Ich nehme Verlass einfach Nur den Islam Ist egal Ob du Christ Wirst Oder nicht Oder was anderes Verlass einfach Nur den Islam Das ist das Wichtigste Das Menschlichste Wie sollen wir jetzt machen Sarah in Ruhe Ja Sarah Wenn Moslems Sind Menschen Ja und das ist ja Das was sie suchen Wir wollen deren Menschheit Ja erwecken Und sie von dem Islam Wegnehmen Was meinst du Sarah Sarah Ben Komm hoch Sag uns Was du denkst Komm hoch Sag uns Deine Meinung Also diese Allah Ey Alles Alles ist falsch Sollte das behauptet Alles ist falsch Vor allem von Schöpfung Von Schöpfung Ich habe euch gerade gesagt Ich weiß nicht was Erschaffen hat Ignoranter Gott Ignoranter Allah Menschlichkeit Wenn sie Muslim sind Nein Sarah Ben Die haben keine Menschlichkeit Schwester Du hast wahrscheinlich Hier nicht oft gehört Ein paar Muslime Die hier mit uns In Deutschland leben Was sie gesagt haben Der eine sagte uns Gestern Ihm war ISIS Nicht streng genug Die waren eben Nicht radikal genug Der war dort Und der ist zurückgegangen Weil er denkt Die sind nicht richtige Muslime Weil die nicht jeden Hinrichten ohne Grund Ne Schwester Deine Menschlichkeit Verschwindet Wenn du den Islam Kennst Und du dann gezwungen bist Es so zu nehmen Wie es ist Deine Menschlichkeit Ist da Solange da Nur wenn du Den Islam nicht kennst Solange du dich Mit dem Islam beschäftigst Wirst du dir ein Kopftuch legen Du wirst die anderen Frauen ohne Kopftüche hassen Und sie als unrein sehen Du wirst sie als Ungläubige Als unrein sehen Du wirst die Leute hassen müssen Wie dein Koran sagt Nein Nur weil du es ignorierst Bedeutet nicht Dass es es nicht gibt Nur weil du es nicht gelesen hast Bedeutet nicht Dass es es nicht gibt Schwester Also das ist ja Keine Argumentation Okay Es sind ja Menschen Ja Aber ihre Menschlichkeit Verlieren sie dann Mit dem Islam Und machen diese ganzen Grausamkeiten Mit den Jesiden Was IS gemacht hat Du hast gesehen Wie viele Deutschen von hier Waren das keine Menschen Waren das Tiere Die die aus Deutschland Zum IS gegangen sind Waren das Tiere Waren das nicht normale Menschen Es sind ja normale Menschen Die das auch machen Genauso wie ich es vorhin gesagt habe Genauso in dem Zweiten Weltkrieg Das waren auch normale Menschen Die mitgemacht haben Mit den Nazis Weil keiner Die Ausnahme sein will Keiner will an der Außenseite sein Keiner will nicht Zum Gemeinde gehören Und wenn sie Zum Gemeinde gehören wollen Die müssen das machen Um sich dann Beliebt zu machen Genauso wie bei den Nazis So funktionieren die Menschen Nein nette Menschen Alle weißt du Alle waren Nazis Nein Der hat doch Die machtübernahme Kennen wir von Hitler Aber trotzdem Alle als die gesehen haben Okay wir sollen da Auch mitmachen Sonst werden wir dann Als Verräter Oder was auch immer Und genau so macht der Islam Auch Der will diese Leute Diese Menschen Diese Leute die netten Diesen sagen Nein Werden dann hingerichtet Oder glaubst du Die werden dann Auf dir Auf dich Und auf die Menschen hören Haben sie auch nicht Gemacht in IS Und das gesehen Wie die sie empfangen habe In Syrien Und in Irak Und in den ganzen Ländern Die haben sie nicht bekämpft Weil die mit dem richtigen Islam kommen Genauso wie in Afghanistan Wer hatte Wer hatte Gegen Nicht mal eine Nicht mal ein Soldat Hat einen Schuss Geschossen Richtung Taliban Die haben die Waffen Hintergelegt Und haben dann gewartet Und gesagt Willkommen Ja Hier ist das gleiche Weil die wissen Dass das der richtige Islam ist Die können nicht Nein sagen Weil die Sprache verstehen Inhalt Der Allah Leute Die Christen hier Hat die Kirche Die diese Geschichten Von Noah Und das hat Sie hat sie Die Als Nur Als Geschichten Alle Erkannt Oder sagen Die Das Wirklich Passiert Ist Das Mit Noah Und Den Die Kirche Das Sagt Die Das Waren Nur Geschichten Das Ist Nicht Wirklich Passiert Ja Aber Es Kann Ja Nicht Sein Das Noah Zehn Millionen Tiere Auf Ein Schiff Getragen Hat Glaube Ich Nicht Und Von Jeden Kontinent Geholt Hat Ja Ja Die Nachbar Alle Haben Mit Gemacht Ja Klar Weil Die Sagen Das Gesetz Gottes Und Die Wollen Einfach Davon Profitiert Genau Wie Die Deutschen Hier Häuser Schmuck Möbel Ihr Habt Gesehen Die Menschen Werden Zum Monster Ja Leider Man Soll Nicht Auf Die Mischlichkeit Vertrauen Nein Man So Nur Auf Gesetze Vertrauen Medina Alekums Salam Naja Nicht Jedes Tier Ich Meine Okay Das Auch Zur Schöpfung 99% Der Schöpfung Ist Ja Aus Gestaben Ja Natürlich Musste Er Panda Oder Musste Keine Panda Holen Es Ist Ja Nicht 50 Millionen Jahre Es Ist Ja 4000 Jahre Oder So Da Waren Mehr Tiere Wie Heute Wenn Wir Ehrlich Sein Wollen Viele Tiere Sind Ja Ausgestorben Seitdem Also Es Müsste Mehr Tiere Gegeben Haben Damals Außerdem Die Hätte Auch Bakterien Holen Müssen Die Fische Auch Hätte Wenn So Viel Süßes Wasser Viel Salz Wasser Fließt Sterben Die Fische Überleben Das Nicht Die Brauchen Salziges Wasser Das Kennt Man Ja Auch Von Aquarium Und Wenn Die Erde Mit Wasser Bedeckt Wurde Müssten Die Fische Irgendwie Leben Und Außerdem Es Kann Nicht Wo Ist Denn Das Wasser Die Bis Zum Bergen War Wo Ist Das Wasser Hingegangen Wo Ist Sie Raus Aus Unser Planet In dem Weltall Leute Denkt Ein Bisschen Das Wasser Die Es Vor 4 Milliarden Jahren Gab Auf Die Erde Gibt Es Immer Noch Das Wasser Was Du Heute Trinkst Hat Man Damals Einen Dinosaurier Getrunken Ist Die Gleich Die Welt Filtriert Durch Erde Durch Regen Durch Die Berge Und Durch Die ganzen Sachen Und Da Waren Viele Tiere So Das Mit Noah Kann Ich Nichts Glauben Außerdem Wie soll Er Die Tiere Nichts Halten Der Wie Gesagt Panda Kanguru Aus Australien Holen Bison Aus Amerika Holen Was Noch Nordpolar Dings Bär Aus Norden Holen Pinguinen Aus Süd Polar Holen Leute Das Ist Nicht Machbar Die Tiere Leben Nicht Alle Auf Einem Ort Damit Er Sie Sammelt Und Vor Allem Die Fische Die Leben Nicht Wenn Du So Viel Süßes Wasser Schüttelst In Ein Salziges Wasser Wo Fische Leben Sterben Sie Genauso Wenn Du In Ein Süß Fluss Viel Salz Machst Sterben Die Fische Müsste Auch Ein Bisschen Denken Ich Kann Nicht Alles Glauben Wenn Es Nicht Glauben So Es Nicht Logisch Ist Oder Wenn Es Wissenschaftlich Belegt Ist Das Mit Noah Kann Nicht Wahr Sein Leute Meine Meinung Nach Ich Glaube Nicht Niemals Also Die Anzahl An Tiere Sind Heute Haben Wir Zehn Millionen Landstiere Zehn Millionen Tiere Die Bekannt Sind Und Damals Wann Es Mehr Elefanten Giraffen Einhorn Die ganze Tiere Mücken Hätte Er Schmetterlinge Der Auch Die 50 Millionen Arten Von Würmer 50 Millionen Arten Von Bienen 50 Tausend Arten Von Insekten Leute Also Ich Weiß Nicht Ob Es Bewusst Ist Wie Viele Tiere Auf Der Erde Gelebt Haben Oder Heute Noch Leben Aber Es Ist Ja Eine Verrückte Zahl Da Braucht Er Ein Schiff Genauso Groß Wie Erde Und Dann Müsste Er Von Wie Gesagt Von Pol Nord Südpolar Gehen Und Dann Nach Australien Nach Neuseeland Indien Auch Da Tiere Holen Und Dann Noch Mal Nach Amerikaner So Ich Glaube Nicht Daran Ali Quellen Hat Sie Von Ja Quellen Die Haben Gar Keine Quellen Die Kommt Hier Sagt Mir Seine Meinung Deine Meinung Ist Irrelevant Irrelevant Du Muss Erstmal Die Sunniten Überzeugen Wenn Sie Damit Einverstanden Sind Okay Dann Nehmen Wir Es Auch An Aber Die Sagen Nein Du Bist Ein Kefir Und Das Was Du Sagst Ist Lüge Und Das Ist Deren Sprache Und Deren Universitäten Lassar Sagt Anderes Was Was Du Sagt Also Kannst Du Vielleicht Deine Kinder Beibringen Es Ist Schön Dass Du Den Erzählst Dass Man Menschlich Seien Soll Und Dies Aber Sagt Den Nicht Dass Die Muslime Den Islam Beschützen Sollen Allah Kann Seien Islam Beschützen Oder Femi Man Sollte Diese Last Nicht Auf Kinder Lassen Kinder Sollten Nicht Nichts Mit Politik Oder Religion Zu Tun Haben Erst Wenn Sie Erwachsen Sind Sollen Selbst Entscheiden Mit 18 Oder Was Auch Immer Ob Die Irgendwas Folgen Wollen Oder Nicht Ob Die Sich Beschneiden Wollen Lassen Oder Nicht Also Jeder Sollte Über Seinen Körper Entscheiden Und Sein Gehirn Auch Weil Das Mit Indoktrinierung Ist Nicht Okay Das Ist Wie Gehirn Vergewaltigung Ich Und Dass Sie Einfach Mein Kopf Mit Solche Sachen Gefühlt Haben Das Ist Das Bringt Mich Nicht Weiter Diese ganzen Sachen Ich Hätte Mir Lieber Allein Meine Deine Religion Vielleicht Ausgesucht Oder Auch Nicht Guten Tag Guten Tag Entschuldige Ich Hab Auch Heute Nicht All Zu Viel Zeit Ich Bin Gerade Mit dem Auto Unterwegs Nur Und Das Wenn Ich Am Ziel Ort Ankommen Muss Ich Leider Auflegen Genau Und Da Ich Damit Ich Auch Damit Man Auch Von Mir Weiß Dass Ich Keine Tapia Mache Kann Man Hier Schön Sehen Dass Ich Gerade Unterwegs Bin Und Nicht Irgendwie Scheiße Labere Alles Gut So Es Ist Bestätigt Dass Ich Keine Tachiyah Mache Oder Noch Nicht Doch 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 Ich Sag Das Nicht Okay Ja Gut 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 Ich Ich Glaube Ich Ich Glaub Das Ich Ich Muss Das Weil Ich Werde Mehr Künftig Aneignen Irgendwelche Beweise Oder Beziehungsweise Auch Von Mir Aus Auch Unter Und Somit Wenn Ich Lüge Könnt Ihr Immer Schön Vor Gericht Gehen So Das Was Du Gerade Gesagt Hast Finde Ich Schön Ja Aber Das Soll Nicht Exklusiv Übereingelten So Wie Wir Das In Unser Schönen Verfassung Haben Dass Alle Vor Dem Gesetz Gleich Sind Das Heißt Wir Ziehen Diesen Wir Ziehen Das Sogar Auch Über Die Israeliten Die Auch Am Achten Tag Ihre Kinder Ich Sag Jetzt Mal Zirkum Zit Siren Zirkum Ja An Den Siebten Tag Am Siebten Tag Also Der Prophet Sallam Hat Das Am Siebten Tag Zugelassen Aber Die Israeliten Machen Das Am Achten Tag Ich Kenne Das Weil Ich Auch Quasi In Kontakt Stehe Im Wir Sind Halt Quasi Kollegen Aber Schau Mal Wichtig Ist Dass Man Aufklärt Klar Hundertprozentig Nur Im Zusammenhang Mit Identität Und Freie Entwicklung Des Geistes Ja Da Machen Wir Schon Sehr Viel Und Ich Meine Jetzt Nicht Mit Wir Nur Wir Muslime Sondern Wenn Ich Auch Manchmal Mit Wir Spreche Meine Ich Auch Wir Also Das Muss Auch In Die Köpfe Der Leute Hier Gehen Ja Weil Ich Identifiziere Mich Auch Mit dem deutschen Volk Nur Dass Ich Halt Einer Der Muslimischen Religion Angehöre Was Absolute Privatsache Ist Genau Was Wollte Ich Sagen Genau Das Mit Beschneiden Und Aufklären Ich Meine Die Gesellschaft Klärt Sowieso Auch Auf Weil Warum Klärt Die Gesellschaft Auf Weil Es Auch Per Verfassung Hier Deutschland Einen Bildungsauftrag Hat Das Wissen Wir Auch Daher Kann Ich Nur Sagen Es Gibt Elemente Da Stimme Ich Dir Zu Und Es Gibt Natürlich Auch Aussagen Da Widerspreche Ich Dir Aber So Ist Das Normal Bin Ich Noch Zuhören Ja Ja Ich Hör Dich Du Kannst Weiter Reden Ich Hör Dich So Gut Ja Also Ich Wollte Nur Sagen Wenn Du Diese Forderung Stellst Dann Sei Fair Und Wir Können Natürlich Versuchen Das Ganze Auf Politischer Ebene Zu klären Und Zweidrittelmehrheit Und Verfassung Ändern Und Artikel 2 Sagen Ja Aber Dies Und Jenes Klar Religionsfreiheit Aber Dies Und Das Und Artikel 2 Absatz A B C D E F G Das Und Das Ist Davon Nicht Geschützt Sag Ich Jetzt Mal Wenn Du Die Forderung Kannst Du Stellen Ist Ja Für Kinder Sind Wichtig Sollte Unparteisch Aufwachsen Ja Also Kinder Werden Ja Auch Schutz Befohlene Genannt Per Gesetz Ja Also Das Heißt Wir Sind Alle Befohlen Ja Aber Die Beschneidung Gibt es Zum Beispiel Werden Die Kinder Nicht Beschützt Die Werden Nicht Gefragt Ob Die Es Wollen Oder Nicht Oder Das Recht Auf Unversehrt Heißt Oder Es Es Kann Tatsächlich So Ausgelegt Werden Formal Juristisch Dass Dass Tatsächlich Der Ich sag Jetzt Mal Artikel Eins Widerspricht Der Körperlichen Unversehrtheit Und Menschliche Würde Und So Man Hat Sich Aber Dazu Entschieden Dass Das Nicht Dazu Gehört Das Ist Total Krass Ich Kann Aber Von meinen Erfahrungen Sagen Es Gab Ich Hab Meine Kinder Relativ Spät Beschneiden Lassen Aber Das Ist Ich Sag Mal Drei Jahre War Das Oder So Was Allerdings Hatte Sich Da Auch Tatsächlich Eine Fimose Entwickelt Und Da Ist Dann Halt Der Chirurgisch Also Wirklich Bei Deutschen Chirurgen Da War Nicht Irgendein Achmed Oder Was Weiß Ich Was Sondern Das War Richtig Beim Chirurgen Gemacht Und Ja Das Ist Auch Schön So Und Es Gehört Auch Zur Ästhetischen Chirurgie Es Gibt Leute Die Machen Das Später Es Gibt Sogar Frauen Die Machen Sich Irgendwie Designer Vaginas Aber Naja Jeder So Wie Er Will Ja Aus Gesundheit Gründe Kann Ich Verstehen Selbstverständlich Okay Weißt Was Eine Fimose Ist Nee Eine Fimose Ist Eine Vorhaut Verengung Ja Und Dann Genau So Aber Lange Rede Kurzer Sinn Weißt Du Ich Mag Dich In Vielerlei Hinsicht Du Bist Ein Pragmatiker Und Ich Merke Also Ich Weiß Dass Es Manchmal Bei Dir Hitzig Zu Geht Aber Weißt Du Eine Sache Macht Mich Nur Traurig Zumindest Eine Aussage Von Dir Dass Du Deine Eltern Hast Ich Fuhr Hast Du Keinen Guten Kontakt Mehr Oder Nur So Als Frage Vielleicht Keine Familie Mehr Geschwister Nicht Alles Ich Ich Schrei Ja Es War Ja Bei mir War Meine Moral Mein Ethik Wichtiger Ich Konnte Nicht Mit Den Weit Ich Schaffe Ich Konnte Nicht Wurde Wirklich Nicht Also Es Keine Angehör Ja Ja Du Weißt Es Bist Du Jetzt In Ein Männerhaus Oder So Was Nein Nein Ich Bin Zuhause Bei Mir Nein Meine Eltern Sind In Marokko Ich bin Marokko Darüber hinaus Ist Sogar Noch Mal Enterbt Worden Auch Aber Per Gesetz Auch Noch Also Ich Kenne Einen Der Ist Zu Den Zeugen Jehovas Konvertiert Und Der Hat Mich Natürlich Auch Verantwortlich Gemacht Für Alle Stellvertretend Für Alle Tunesier Und Alle Muslime Dieser Erde Ich Hab Mit Ihm Versucht Neutral Zu Sprechen Ich Fand Es Natürlich Total Traurig Aber Der Ist Halt Auch Noch Von Erbe Ausgeschlossen Worden Das Ist Auch Hart Ja Aber Das Ist Jetzt Nur Wegen Der Religion Wenn Wenn Er Jetzt Muss Ja Da Gibt Es Tatsächlich Eine Religion Also Ich Sag Dir Die Geschichte Du Wirst Stott Lachen Ja Ich Kenne So Meine Oma Hat Eine Freundin Meine Oma Hat Eine Freundin Meine Oma Hat Hat Französischer Pass Damals Kolonie Das Meine Oma Kommt aus Algerien Und Und Sie Hat Viele Freundinnen Die Auch Französische Presse Das Waren Ja Auch Damals Juden Oder Dings Die Konvertieren Müssten Dann Mit Der Zeit Bei Uns Alle Familien Name Die Mit Ben Anfangen Obwohl Die Moslem Sind Das Waren Alle Damals Jude Weil Nur Jude Hatten Diesen Nachname Ben 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 So Viele Und Ja Ja Bei Uns Auch Die Und Eine Freundin Von Meiner Oma Die Ist Gestorben Die Ist Früher Die Hatten Europäische Name Aber Sie Hat Ja Dann Zum Islam Die Mussten Damals Meine Oma Auch Die Hatten In Den 70 Und So Du Weißt Die Leute Gezwungen Marokko Entweder Marokkanische Dings Zu Bekommen Staatsangehörigkeit Und Dann Den Islam Also Den Namen Auch Zu Enden Meine Oma Hieß Juliet Die Musste Auch Arabischen Namen Uslamischen Namen Nehmen Und Die Freundin Ist Gestorben Sie Hatte Eine Schwester Im Muslime Nein Du Kannst Deine Schwester Nicht Erben Das War Ihre Eigene Schwester Sie Sag Ja Aber Ich Bin Muslime Nein Nein Deine Reisepass Was Anderes Deine Papiere Sagen Was Anderes Das Fand Ich Auch Ganz Lustig Ich Kenne Auch So Eine Story Ich Aufgelöst Wird Das Ist Auch Total Lustig Unlustig Meine Ich Aber Es Gibt Immer Solche Ich Sag Jetzt Mal Sehr Traurige Geschichten Gestern Hier Hätte Mir Gewünscht Du Wirst Hier Hier Hätte Ich Dich Mit So Ein Typ Gesprächen Lassen Der Hier Meinte Der War Bei IS Und Die Waren Nicht Streng Oder Radikal Genug Weil Und Das Fand Ich Nicht Okay Weil So Andere Der Sagt Die Haben Nicht Takvir Gemacht Bei Den Leuten Erst Als Sie Sicher Waren Und Die Wollten Überzieht Ich Habe Im Gedächt Das Sagt Doch So Er Sagt Entweder Oder Kofron Bauer Oder Nein Die Hätten Die Leute Inrichten Sollen Ohne Sicher Zu Weißt Weißt Du Wenn Ich Hier So Spreche Weißt Du Wie viele Nachrichten Private Ich Bekomme Wo Die mir Screenshots Ich Weiß Die Die Zunge Schneiden Die Wollen Mir Den Kopf Abhaken Was Sie Mir Schreiben Bruder Mir Auch Ich Wünschte Mir Du Wirst Dir Auch Mit Diesen Leute Diskutieren Ja Hab Ich Auch Ich Hab Das Jetzt Auch So Ging Ja Auch Zum Beispiel Um Scharia Ausrufen Dies Das So Da Hab Ich Zu Den Gesagt Guck Mal Scharia Ist Zum Beispiel Wenn Man Das Jetzt Politisch Einordnen Will Ist Es Ein Theokratisches Prinzip Also Es Ist Keine Monarchie Es Ist Keine Parlamentarische Demokratie Oder Was Auch Immer Es Handelt Sich Dabei Um Ein Theokratisches Gebilde Und Ich Hab Ihnen Gesagt Damit Hat Man In Europa Ganz Schlechte Erfahrungen Und Wenn So Leute Wie Du In Politik Sind In Theokratie Also Der Hieß Jundola Oder So Was Dann Ist Der Untergang Geweiht Ich Hab Dann Gesagt Ich Wird Auch Dich Von Der Spitze Weg Ballern Entschuldige Wenn Ich Das So Gesagt Habe Aber Wie Heißt Das Tiktok Sportlich So Und Die Geschichte Europas Hat Immer Auch Gezeigt Dass Theokratische Gebilde Sehr Grausam Waren Und Man Hat Sich Ja Hier Dazu Entschieden So Was Auch Nicht Mehr Zuzulassen Daher Deshalb Rede Ich Immer Von Eurem Fantasie Gebilde Was Ihr Da Immer Versucht Zu Proklamieren Oder Jemandem Zu Unterstellen Also Die Wahrscheinlichkeit Dass Hier Ein Theokratisches Prinzip Inquisitorisch Reingehauen Wird Ist Null Oder Haare Scharf Über Null Da Komm Wenn Jetzt Zum Beispiel Sich Eine Partei Bildet Und Sagt Ja Wir Wollen Hier Die Demokratie Durch Eine Theokratie Ersetzen Diese Leute Glaub Mir Die Verschwinden So Schnell Das Kannst Dir Kein Schwarz Weiß Denken Sondern Man Muss Dort Mal Richtig Alles Besprechen Ich Hätte Nämlich Zum Beispiel Keinen Bock Auf Eine Theokratie Wo So Behindies Sind Entschuldige Wenn Ich Dieses Wort Sage TikTok Sportlich Ich Muss Tiktok Sportlich Sagen Und 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 Ja Genau Ich wollte halt nur sagen So Es gibt ja nicht nur Entschuldige Genau Ich bin jetzt Angekommen Am Zielort Vielleicht Sehen wir uns Später Ja Sehr gerne Und Danke Noch mal Für das Mike Danke dir Bis dahin Danke dir auch Danke dir Ja Das ist Auch Ich denke auch Aber Diese Leute Wie wollen wir Dann Diese Leute Denken nicht Was hält Jetzt davon Was hält Den Westen Jetzt davon So Umzugehen Mit den Muslimen Oder so Und mit diesen Gruppen Die Diese Ideologien Haben Das muss Den Bewusst Seien Dass sie Jetzt Keine Macht Haben Und Die Macht Jetzt Woanders Ist Und Trotzdem Trauen Sie sich Auf den Straßen Und Rufen Nach Scharia Das ist Bescheuert Die Haben Sich Verplant Die Haben Nicht Den Richtigen Zeitpunkt Gewartet Und Die Haben Zu früh Ihre Ideologie Und Ihre Ziele Gezeigt Als Sie Auf den Straßen Mit den ganzen IS Flaggen Und so Vielen Vielen Dank Vielen Dank langweilig die langweilig ist ein auf der anfang also drei kilo und ein monat das ist schon nicht gesagt ich esse meine ist so wie ich es ist ich esse nicht das was er als ich es kein fertig jetzt kein fleisch versteht nur grün und nüsse und so davon nimmt man nicht so wirklich zu wenn man ein bisschen bisschen bewegung noch zu sich hat da kann man sich alle drei inhalt muss man sehen wie viel verbraucht mein körper was findet arbeit was wenn ihr aktivität habe ich denn du musst zusehen dass du am tag also 24 stunden dass du quasi nicht mehr als 2000 bis 2500 kalorien zu dir nimmst alles andere wenn du beispielsweise einen bürojob hast alles andere wandert nur noch kalorien und noch fett daran und das kriegst du nicht mehr weg am bestimmten alter wer hat den schick jetzt weggemacht? ich hab die kommentare nicht weggemacht ich auch nicht ich hab doch nicht alles gut ich habe mir etwas gemacht alles okay tippen 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 ja ja tippen lass die doch schreiben ist okay lass die doch schreiben freunde das ist nicht eigentlich 1800 wenn man nicht wenn man sich nicht bewegt 1400 ja aber wenn man sich bewegt könnte man über 2000 schon gehen ja ja also bis 24 25 kannst du nehmen da muss auch gut sport noch wenn du zweimal die dreimal die woche machst kannst du so wie ich beispielsweise ich mache jetzt zwei dreimal da ziehe ich mir auch ab und zu leckeres ich sage ich mal bin ich mir auch in solche sachen aber sonst niemals das ist katastrophe du kriegst das nicht mehr weg ne ja ja ich bin mir selbst gemüse reis und so sachen von noten und rot und so vermeide ich und am meisten salat ja halt champignon oder so andere ich mache mir immer einen großen gemischte salat mit alles möglich ja wirklich alles rote bete kurken tomaten alles 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 kaputt mache ich alles in seinen gruppen die gesagt ja dann mache ich mir riesen salat und das macht satt und du nimmst nicht viel davon zu gar kaum was war jetzt der thema über europa ich kam jetzt ein bisschen spät rein was macht er was hat er erzählt der fern über europa habe ich nicht mitgekriegt alles wir hatten angefangen über dings über ja halt recht dass man ja die kinder nicht in gut trainieren soll und sie unparteiisch lassen soll halten dass man sie nicht politisch sein soll und das auch mit dem beschneidung ein kind entscheiden soll erst wenn er 18 ist ob er sich beschneiden lassen soll oder nicht über solche sachen und dann hat er auch gesagt dass er für den scharia ist und so dass er dagegen ist und so weiter deswegen meinte er der will naja dass das gesetz so wie es ist der will dass alle menschenrechten haben also der ist quasi gegen scharia und so weiter ne ich hab's so verstanden oder martina ich war nicht für eine eine also zum beispiel ein wenn er nicht gegen scharia ist dann soll er sein koran nicht folgen dann glaube ich in das ich glaube dass die bruder seit 1000 1200 jahre wollen die nach europa und die wollten schon schon damals schon damals wurden schon hier scharia machen es gibt ja ein 1 vers oder ein kapitel wo drüber gelesen wird dem kalifen eine kalife an mann so folgte sein sohn der hieße al mahdi 754 kam er zu macht und er hatte die regierung gehabt ist von seinem bruder handi und der sein sohn harun und harun raschidi harun kennt sie vielleicht nicht vorhin gehört nee also harun raschid 86 786 bruder er hatte versucht da hat er damals die sasadine und so was alle erobert syrien und weiter der kam ja bis marokko und von daraus wollten immer nach europa und da gab es damals der kaiser der europäer der ist kann der große oder der hatte immer wieder aufgehalten hätte die damals nicht aufgehalten der große und sein vater die werden schon damals gegen die franken ich hätte nicht schon hier erobert und als als gutmachung hatten wir natürlich der kaiser und der kalif die wussten dass die mächtig sind ne und die hatten sich immer wieder miteinander kommuniziert die haben sich nie gesehen laut der bücher die haben sich aber immer wieder mit geschenken geschenkt und pass auf das ist für dich das für dich und die haben sich auf jeden fall so sehr respektiert aber die haben nie sich getroffen nie sich getroffen und harun war sein traum in europa reinzukommen diese diese scharia in europa einzusetzen oder deswegen das ist schon seit 1200 jahre ein traum von denen und wenn die sagen wir wollen keine scharia sondern das erst mal beweisen deswegen siehst du siehst du und das ist alles nur noch frage der zeit und die wollen immer wieder mit schleichten prozesse kommen oder aber vielleicht will er wirklich dass er seine religion für sich selbst hat vielleicht dann folgt das dann folgt er sein koran seins schon dann nicht wenn er das nicht mehr folgt dann glaube ich ihnen das aber solange er sagt ich bin imam und ich folge dann stimmt nicht bruder aber immerhin sagt mir ja der bekommt beleidigungen und drohungen das sind die muslime sich gegenseitig nicht erpressen oder sich beleidigen oder so untereinander und so wie bei uns schneide deinen kopf oder das wenn die sowas zueinander niemals sagen oder ich kann ja nur optimistisch sein und sie gesagt so wie sie leben eine demokratie und ich muss ja wenn er was sagt muss ich ihm irgendwie glaube ich erst mal gottes segen an alle hier so ich habe noch mal das video noch mit mir noch mal angeguckt ich hätte das mit den jesiden aber weiß ich nicht ob ich noch hochladen oder ich habe sie schon eingeladen aber ich hatte jetzt keine zeit vielleicht später kommt sie rein nur dass du die dann applied ich sage bitte heb jetzt deine Foiste habe ich noch nicht saß nyt je habe ich dich Acス erklär queda ich bin Jonas und ich hab Freize fittet mit ihr okay okay sie sind richtig fair okay ok 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 ich bin ja noch hier aber ich habe meine frage ist das mit azerbai jan eigentlich auch problematisch, was Oma da ausgesagt hat in dem Video, wo er gesagt hat, dass Aserbaidschan diese ganzen Armenier da vernichten wird. Bruder, die haben ja schon genug von denen vernichtet, die haben ja schon genug Land von denen genommen und die haben da Bergkarabach, die haben da, ich sage jetzt ca. 300.000 Menschen haben da gelebt, da quasi. Und die haben die auch vor vier Jahren erst mal richtig bombardiert. 4.000 Soldaten haben die geschlachtet, die Türken. Haben sie wieder nicht geguckt? Ne, ich habe das jetzt nicht, ich war jetzt den ganzen Tag bin ich ja unterwegs, ich habe das noch nicht gefällt, ich habe das gekriegt, ich habe das nicht gesehen, aber jetzt. Also das ist für dich eigentlich auch sehr, sehr, also du wurdest da markiert unter, das musst du dir unbedingt angucken, das geht. Ja, ist das auch, ja, 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 das ist ja alles das gleiche. Wäre das jetzt geschickt, wer hat das jetzt gepostet? Ich habe es gepostet. Ah, Habibi, ja, posten wir das nochmal, schicken wir es nochmal zu mir, ich muss das nochmal sehen. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen. Nun, auf jeden Fall, vor vier Jahren haben die auf jeden Fall von uns so viele Soldaten umgebracht, geschlachtet, die Türken. Aserbaidarn sind quasi Türken, der Aserbaidarn allein hat keine Kraft gegen die Armenier, die Türke unterstützen, natürlich, so muss man das denken, unter der Decke, so. Und guck mal, da ist keiner von den Armeniern auf der Straße gegangen, hier demonstriert, kaputt gemacht und was weiß ich. Und letztendlich, drei Jahre später, haben die wieder jetzt angetackt, jetzt haben die die Hälfte von denen, von Aserbaidschan, Entschuldigung, Bergkarabach, haben die die weggejagt, die haben drei Monate lang deren Wasser zugedreht, die Nahrungsmittel gesperrt, die ganze Kodigore, die haben die alles zugemacht, da kam kein Essen, nichts mehr da. Die war die Hälfte von denen gezwungen, Karabach zu verlassen. Und da frage ich, wo bleibt denn die Menschlichkeit? Warum haben die nicht so ein Theater gemacht? Ja, und bei denen irgendwas, wenn was ist, da siehst du, wie die auf der Straße gehen und da... Auch wenn es in Burma, die 10.000 Kilometer entfernt von uns und wenn da Muslime angegriffen werden gehen, wie die Leute auf der Straße, nur weil sie Muslime sind. Das habe ich versucht, vorhin auch zu erklären für den Bruder Kairi, oder? Ich habe das mit dir gesprochen. Ja. Dass dir nur, wenn der Angreifer kein Muslim ist, reagieren sie. Wenn der Angreifer ein Muslim ist, dann reagieren sie nicht. So sagt auch die Reaktion. Also, ja, ich weiß, mich haben auch so ein paar Leute angesprochen, die wollen jetzt unbedingt... Ich habe denen geraten, das lieber rechtlich zu machen, aber ich weiß auch nicht, die wollen hier jetzt... Ja, ich sage das, glaube ich, eher nicht so. Weil da sind Aussagen getätigt worden, die wirklich, wirklich richtig, richtig widerlich sind. Also, wenn man einen Völkermord so rechtfertigt, ja, das ist nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. Ja, einer hat auch einer hier, einer hat gestern hier im Bett geschrieben, wir werden für eine Schwester hier, die, was da geschrieben hat, ja, wir werden euch als Sklavinnen nehmen, ich werde dich als Renimer nehmen, ich werde deine Tochter heiraten, so kranke Sachen hat ich geschrieben, ey, zum Kotzen. Dass Menschen wirklich sowas in der Lage, sowas zu tun sind, ey. Ja. Was ist da bei denen schiefgelaufen, wie soll ich darauf, wie soll ich dann zum Dings kommen, sagen, dass die ja doch nicht der Islam schuld ist, wenn es nur die Muslime es machen? Wie soll ich dann sagen, nein, das ist nicht der Islam, wenn es nur die Muslime sind, die das machen? Das kann jetzt ein Zufall sein. Auf TikTok, das ist generell auf TikTok so, dass diese Sachen hier rumgehen und rumlaufen, auch Christen sagen auch problematische Sachen, ja, das ist halt, hier auf TikTok hat jeder Eier, aber dann, ab dann, wo man die an die Eier hat, ja, dann kommen die ganzen Rechtfertigungen, ja, tut mir leid und dies, das, aber da gibt es kein Sorry und kein Tut mir Leid bei mir, ja. Wenn jemand irgendwas über so einen Völkermord rechtfertigt und es witzig findet, ja, dann ist bei mir Ende. Und da gibt es auch für mich auch keine Entschuldigung, die da irgendwie, ja, was, ich glaube, das rechtlich werde ich das prüfen lassen. Man kann nicht, was daraus kommt. Rechtlich, ich sage es auch, man kann nicht mit Terroristen verhandeln oder diskutieren, weil deren Ziel ist ja den Tod, ne, die wollen ja den Tod, die wollen sterben und in den Himmel gehen. Wie willst du den Tod, entweder du gibst denen das, was die wollen, das war den Tod, oder ich weiß nicht, was willst du denn das machen? Ja, ich muss mal das Video angucken, weil ich, genau, jeder muss dieses Video angucken und jeder muss das, äh, irgendwie, äh, mitbekommen, was diese gewissen Schmutzmenschen, ja, die auch Gedanken gut haben, ja, und das muss auch gezielt werden. Das muss auch, da muss auch irgendjemand mal die Stimme, ähm, aufreißen und das auch mal posten, ja, dass das mal, äh, dass das jeder Mensch mal hier mitbekommt, ja. Es wird, ihr seid hier öffentlich, ja, ihr seid hier, habt ihr eine Community, ihr habt hier Leute, die hier hochkommen. Und wenn jemand so welche Aussagen tätigt, ja, dann, 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 das, da, das, da weiß ich nicht, also, das, da, da geht, da werde ich wieder wütend, verstehst du? Da werde ich wieder sowas von sauer, weil hier sind... Da liegt man so fleischig wie mein Bruder, man, ich weiß schon, ich kann das wohl verstehen. Egal, ob Moslem oder Christ, ja, es gibt sogar Christen, wo ich das auch schon gehört habe, dass ich so welche Sachen schon getan habe, haben, ja, und wer sowas tut, ja, der muss dafür auch belangt werden, der muss sich, wenn irgendwann der Ball auch zurückgeschossen wird, und das auf rechtlicher Basis. Und ich werde, ich werde das auch veröffentlichen, ich werde das auch aufmachen, wenn jeder mal die Augen aufmacht. Kurze Frage, ich war gerade nicht dabei, ich habe nicht zugehört. Was geht's genau? Also, es geht darum, das war im Live von Abolev und Sofjan, ja, da war Aki Schwitzkasten und Omar und noch ein anderer, und der andere hat die Aussage getätigt, er hat zwei Namen genannt, und diese zwei Namen, ja, die haben den Aramean, also die haben die Aramean fast ausgelöscht, das ist sogar gar ein anerkannter Völkermord, ja, und das haben sie dann gerechtfertigt, ja, mit der Aussage, ja, dass das ausgesagt wurde, an einem Aramean, der da unten war, ja, und, ähm, dann haben sie es darüber lustig gemacht, die haben dann gelacht, ja, und dann hat noch dieser Omar noch gesagt, der Abolevkern macht gerade Armenien richtig fertig. Und, äh, wer war der Aramean jetzt dabei, wer war denn der Aramean dabei? Äh, der war in den Kommentaren gewesen, der hat da irgendwas geschrieben, und dann, ja. Ich hätte ihm, schade, dass ich nicht dabei war, diesmal, ne, diese Live, mit Sofjan und hier, äh, Aki Schwitzkasten, wie der heißt, ich hätte ihn schon zahlen gezeigt, ich hätte schon gezeigt, was die mit uns gemacht haben, mit richtigen Twellen. Also, warte, 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 Schwitzkasten hat sich darüber nicht lustig gemacht, er hat sich wirklich, ähm, er war dabei gewesen, es waren nur, äh, Abolev und Sofjan und Oma. Ja, schade, schade, dass ich nicht dabei war, dann hätte ich ihn aber richtige Kapitel und richtige Bücher gezeigt, mit Zahlen, was die, wie viele von uns die geschlachtet haben. Weißt du, durch diesen heiligen Krieg der Muslime, mit dem Koran namen Allahs, haben die uns immer wieder geschlachtet. Bruder, über halbe Million, siebenhunderttausend Menschen Arameer, geschweige von Armenien, fast zwei Millionen, plus die Griechen, mit dem Namen Allah, Allahu Akbar, die haben uns immer geschlachtet, immer wieder. Bruder, drei Millionen Christen haben die 19, zwischen 1900 und 1920, haben die uns verwüstet. Der Tigris, laut den Büchern der Tigris, es gab kein helles Wasser mehr, es war nur noch rotes Wasser. Die Wüsten, die Wüsten mit Sand, es gab gar keine gelbe Wüste, es waren nur noch rote Wüsten, laut der Bücher, ne. So viele Menschen haben die einfach so getötet. Ich hätte aber richtige Zahlen gesagt und wer der Auftraggeber war und so weiter. Naja, also ich werde, wie gesagt, also diese Leute müssen halt einfach zur Rechenschaft gezogen werden, auf rechtlicher Basis, das will ich dir sagen. Ja, versuch diese Leute auf rechtlicher Weise ranzukriegen, ohne Gewalt, ja, weil ich wurde ja auch schon angeschrieben und... Sollen die mich anschreiben? Gerne, gerne, da gehe ich mit Debatten, denen soll ich so ein Ding... Aramea und Armenier haben mich angeschrieben und meint zu mir so, ja, wenn sie die in ihr Hände kriegen, ja, dann werden Sachen passieren. Und ich habe denen ganz klar gesagt, so, das sollen sie rechtlich lieber machen, weil wir sollen nicht mit Bösen, mit Bösen, ähm... Ganz genau, wir sollen uns nicht auf diesem Niveau herabsenden. Ne, ne, aber ich hätte schon direkt auch, wie gesagt, denen gezeigt, was... wo der Nagel hängt, ne. Ich hätte es nicht einfach auf mich sitzen lassen, mit ihren dummen Kommentaren, die Arminier und die Christen und so und so. Junge! Guck, guck mal, du würdest ihm anzeigen, das reicht doch, da wirst du ihm schon zeigen. Nicht nur das, es wäre besser, wenn viele das machen, ja, ich kenne diesen deutschen Staat, ja, ich hätte schon mal diese eine Sache mit einem aus meiner Familie, der von einem von dieser, dieser, dieser Gruppe von Hamdi drin ist, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, ja, bedrohter, obwohl er minderjenig war, da bin ich zur Polizei gegangen und da wurde auch nichts, ja, weil die gemeint haben, ja, es ist, äh, leicht und es wäre jetzt nicht so, ähm, öffentlich, äh, also eine öffentliche, äh, wie nennt man das? Rede? Ja, öffentliche, äh, Aufmerksamkeit, so, das haben sie damit genannt und dann habe ich denen gesagt, so, ja, was passiert dann, wenn sie das in Wirklichkeit sowas machen, ja, und dann haben sie gesagt, so, ja, ist unwahrscheinlich. Das ist wirklich unglaublich, dieser Start ist wirklich, ach, egal. Warte, ey, 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 ich kann es gar nicht glauben. Hm, ich komme gleich hoch, ich gehe mal kurz runter, ich komme gleich hoch. Alles klar, ich habe das auch wirklich Interesse. Ja, das muss, ich mache da jetzt die ganze Zeit Werbung, ich werde jetzt diese Tage nur Werbung machen über das, dass das viral geht, dass das endlich mal aufhört, ja, dass beide Seiten mal ein bisschen überlegen, was sie reden, ja, ist, und, ähm, dass man halt hier mal eine normale Diskussion führen kann, ja, ich werde auch von Atheisten auch immer so dumm angelabert und auch bedroht und alles, ja, und ich werde auch sauer, ja, aber sowas habe ich noch nie gesagt, ja, sowas irgendwie, sowas zu rechtfertigen oder sowas gut zu heißen und sich darüber lustig zu machen, sowas macht man sich halt nicht lustig. Nee. Lustig, ja, ja. Ja, mit 246, glaube ich. Ja. Ja, mal gucken, wenn Joakobus wieder oben ist. Also jeden, den ich das gezeigt habe, war schon krass, also ich sehe schon, dass das wirklich veröffentlicht wird, so, auch habe ich das ein paar Storys schon gesehen, das ist schon ganz gut. Ich hoffe, dass das endlich, endlich in den Köpfe reingeht. Das können wir nur hoffen, Bruder, das hoffen wir alle. Ja, das ist halt. Und dass man in Ruhe lebt, dass man in Frieden lebt, einfach, ey. Diese Leute haben irgendwelche kranke Speziologie, kranke Wünsche. Ja, wenn er sich da benehmen kann und auch die Gesetzgebung recht, also sozusagen, wie sagt man das, also den Recht einbehält, nicht diese Sachen auszuleben, sondern sich für den Staat einzusetzen. Kein Problem, da können diese Leute gerne hierher kommen. Ja, aber wenn so welche Leute hier sind und so welche Aussagen tätigt, gleich abschieben, gleich abschieben. Da bin ich auch dabei, ja, richtig, da bin ich auch. Flugzeug? Ja, das ist auch meine Meinung. Genau so soll es gehen, ja. Da gibt es keine Restfertigung, keine, nee, sorry, sonst was. Guck mal, ich habe auch, mein bester Freund ist Moslem, ja, und so, die haben noch nie solche Aussagen. Das war nicht mal Thema gewesen, wo ich Christ geworden bin, ja, hat er mir sogar gesagt, cool, dass du gläubig geworden bist, ja. Guck mal, das, das, guck mal, dann respektiere ich, ich respektiere auch dann auch seinen Glauben. Dann sage ich so, okay, guck mal, du bist ein netter Mensch, wenn du das respektierst, respektiere ich dich auch, ja. Aber wenn man so welche Aussagen tätigt, was, was da, unglaublich, unglaublich. Also wirklich, also TikTok ist schon krass, also TikTok ist schon, ich glaube, ich bin auch in diesem Monat auch raus. das, echt, das mache ich nicht mehr mit. Alles nur komische Leute, die hier sind und sich mal nicht mehr überlegen, was sie da eigentlich da sagen. Kannst du mich hören, jetzt? Ich habe gerade mir das Video angesehen, wow, die sind nicht normal. Also wirklich, sorry, dass ich lache, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ein anerkannter Völkermord, also beide sogar. Wenn du denn ins Netz gehst, wirst du es sogar. Nein. Tut mir leid, aber guck mal, das ist genauso, wenn ich jetzt als Kraten, äh, mit den Seiten nicht Kraten, aber, äh, Christen, die Srebren jetzt auf einem Würde, wo die Muslime, äh, umgebracht wurden, bosnische Muslime. Das ist genau dasselbe. Ja, der soll mal so welche Aussagen mal wirklich zu einem Aramea sagen. Oder zu einem, zu einem Aramean, ja. Das sollen sie mal persönlich mal sagen. Ich sage das immer so, ich sage das immer so. Das hat auch nichts mit, äh, ich, auf keinen Fall will ich die, äh, schlagen. Ich habe das selber zum Beispiel zu einem LGBTQ-Typen, äh, gesagt, ja, wo er sich darüber lustig gemacht hat. Da habe ich auch gesagt, traust du dir sowas auch mir ins Gesicht zu sagen? Ja? Und dann wird ganz schnell wieder, ganz schnell wieder zurückgerodert, ja? Weil sie trauen sich so welche Sachen mir nicht, mir so ins Gesicht zu sagen. Das trauen sie sich nur, wenn sie hier auf TikTok sind, weil sie anonym sind, ja? Weil keiner irgendwas kann, ja? Aber dann, wenn, wenn, wenn es wirklich in die Wirklichkeit kommt, wenn man, wenn man vor den Leuten steht und sowas sagt, ja? Dann, ähm, da werden sie... Warte, Akim Schwitzkasten ist ein Lehrer, gell? Ja. Und so eine Person unterrichtet unsere Kinder. Ja, ähm, ja. Also bei ihm bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Guck mal, ich habe mich auch schon mal... Trotzdem, der hat da ganz genau, ganz bewusst auch mitgemacht. Ja, guck mal, da muss man ja erstmal... Guck mal, ich gebe ihm trotzdem eine Chance. Ich gebe ihm trotzdem eine Chance, ja. Weil er hat sich ja nicht irgendwie darüber lustig gemacht oder so. Er hat gelacht. Ja, seine Aussage danach, seine Aussage danach, so, die, die, die ist auch ein bisschen komisch, aber er hat bei mir eine Chance, sich da, ähm, zurecht, also sich da auszusagen, ja? Und dann können wir gerne prüfen, was... Da bin ich ganz, ganz... Bei den anderen, bei den anderen, das ist komplett, das ist komplett klar. Da brauchen sie sich auch nicht zu entschuldigen, ja? Aber bei Akim Schwitzkasten, da bin ich noch ein bisschen so, ja. Ja, aber der hat selbst auch gelacht und der hat auch selbst gesagt, ja komm, da komm ich dann oder mehr hoch. Gelacht hat er nicht, das hat er wirklich nicht gemacht. Er hat nur diese Aussage mit dem Rennen gegeben. Warte kurz, ich schaue mir das nochmal ganz kurz. Ja, da meinte er, das wäre mit ich bin bezogen, aber die Aussage, die da getätigt worden ist von dem anderen und was er dann danach, diese Aussage gesagt hat, da ist auch so ein bisschen so, hm, 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 hm. Aber ich gebe ihm da noch eine Chance. Ja, ich habe mich auch mal falsch ausgedrückt, das passiert mal jedem, ja. Guten Abend. Guten Abend. Ich danke heute, guten Abend. Hallo, wie geht's euch? Gut, wie wir? Gut, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Was ist denn schön, Tag? Bitte? Hast du einen schönen Tag? Ja, ich hatte einen langen Tag, ob er schön war, ja. Es ist der Tag, den der Herr gemacht hat, sagen wir Christen. Aber er war lang, 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 also ich war lang bei der Arbeit. Aber gut, jetzt bin ich zu Hause mit meinen Freunden hier im Chat. Was gibt's, wie lange seid ihr schon online, was habe ich verpasst? Ich wollte nicht so lange, weil er hast du eigentlich heute, hast du nichts verpasst. Es sind seit zweieinhalb Stunden leid. Weißt du, hast du nichts verpasst? Heute habe ich nichts verpasst, okay, dann ist gut. Ja, aber, ach so, der ist weg jetzt. Ja, ist irgendwie raus. Ja, ich wollte sagen, ja, aber das mindestens sollten diese Leute beobachten, okay, wir müssen sie nicht direkt verhaften, aber wenigstens beobachten und gucken, was die Leute vorhaben, was sie dann machen. Das ist, was die Polizei oder unsere Verfassungsschutz machen sollte. So, Gottes Segen, Schwester, wo kam, Gottes Segen, Schwester, wo kam er das Video anschauen, wo schaust du das an? Ich habe mir das gerade bei ihm auf dem Profil angeschaut, das hat er sich gepostet, genau. Okay. Das ist unglaublich, was die dort, ach. Ja, die werden, die werden immer ekelhafter und ekelhafter, die werden immer schlimmer und schlimmer, also. Keine Ahnung, Leute, die werden immer radikaler und radikaler. Und die zeigen einfach nur ihr, ihr, ihr das Gesicht, das Haus. Ja, und die zeigen ihr wahres Gesicht, richtig. Ja, man muss irgendwie diese Leute bekämpfen, diese Ideologie bekämpfen. Und zwar mit alles. Können nicht mit solchen Menschen, also die wollen ja nicht diskutieren oder mit Fennhof denken oder sonst was, ne, die wollen einfach mit Gewalt die Leute unterdrücken. Und denken nicht, dass das mit denen jetzt gemacht werden könnte. Man kann es jetzt mit denen machen, aber die machen es nicht, weil sie Menschen sind und die Menschheit respektieren. Das ist der Wahnsinn. Das ist nicht mehr normal mit diesen Menschen. Der eine sagt, dass ISIS ihnen nicht radikal genug war. Der andere sagt, ja, was ist daran schlimm? Eine Frau macht es. Wer hat es gesagt? Hä? Wer hat es gesagt? Abu Khattab gestern, ein Typ. Abu Khattab, der war bei IS und der ist zurück, weil die nicht radikal genug waren. Die haben nicht genug Leute umgebracht, seiner Meinung nach. Was? Guck mal, was ich alles wieder verpasst habe. Okay. Aber da war ich nicht mehr da, oder? Ich weiß nicht, aber das war ja aber nicht spät. Nacht, das war schon vor, also das war schon am Anfang. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Äh? Oh, nee. Was war denn dabei? Ich war auch nicht, ich war gestern am Tag nur wenig da. Ja, der hat gesagt, die haben gezögert, also die haben nicht schnell die Leute umgebracht, die müssten erst mal sicher gehen, dass die Ungläubige sind. Das hat ihm nicht gepasst, man sollte einfach so, wenn man... Ich habe ein einziges Video gesehen und ich muss sagen, es hat mir ganz gereicht. Und zwar, wo ein Kurator umgebracht wurde. Ja, das ist die Kunstschule. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Und nie wieder habe ich mir sowas angeschaut. Klar, wer will sich sowas ansehen? Wer will sich solche kranke Sachen ansehen? Die Leute haben kein Herz. Und dann kommt einer hier und sagt, ja, nein, aber das sind erst mal Menschen. Naja, wenn man die Videos anguckt oder wenn man deren Meinungen hier hört, dann denkt man, das sind keine Menschen, das sind irgendwelche andere Kreaturen, auch vielleicht aus einem anderen Planet. Also ich habe keine Empathie, keine mitgepumst. Aber stell dir das vor kurz. Du gehst in ein anderes Land, mehr als 3000 Kilometer weit entfernt von deiner Familie. Du bist von deiner Frau, von deinen Kindern, von deinen Eltern getrennt. Und du gehst zum Abend, du bist auf dem Weg nach Arbeit, zur Arbeit. Und die kidnappen dich erst mal, die entführen dich, stellen ein Video mit dir hoch, mit Forderungen, die überhaupt nicht erfüllt werden können. Einfach ISIS-Frauen aus dem Gefängnis freizulassen. Das geht nicht. Und zwar innerhalb von 48 Stunden, zwei Tage, gab es Zeit. Ich habe eine Zeit gelassen. Und danach einfach ein Video gepostet, wie der nach der Therapie bekommen hat. Und ich war damals 13, aber ich kann mich ganz genau daran erinnern, was und wie es abgelaufen ist. Heftig, heftig. Aber was ist das für ein Phänomen, dass die Leute da so stumpf sind in den Gefühlen und so? Weil an sich sind Muslime keine so. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Muslime sind schlechte Menschen. Es gibt natürlich diese Extremen und irgendwie, wenn man mit denen spricht, sie fühlen sich immer angegriffen. Aber man will sie, also ich zumindest will sie jetzt nicht direkt angreifen. Es ist so verwoben mit ihrer Kultur, wahrscheinlich ihrer Identität, dass man die, wenn man darüber spricht, fühlen die sich schon angegriffen. Oder was ist das für ein Phänomen? Ja, ja, ja. Die erzählen Sachen, die einen den Kopf drehen und sagen, warum seid ihr aggressiv aus? Sie muss mit Liebe und mit uns reden. Wir wollen euch doch nicht schlafen. Schalom, dieser Lockhart. Schalom. Wie geht's euch? Gut. Schön, schön. Mir geht's auch gut. Was ist passiert? War ihr Mann da? Ja, gestern Abend. ich habe es aber verpasst daran ganz böse davon ich sage es immer rückwärts ich sage sie sie okay er versteht was ich meine die die nackentherapie machen die sisi warst du da warst du da warst du dabei hast du das gehört ich hab das ganz gut ja sie war damit der bruder hier gestern einfach die sind gerne überall da hat gesagt er hat gesagt dass ihm die sisi organisation zu lieb war ja er hatte geschickt gesagt eigentlich ich habe überlegt also einfach in dem wir nachgeburt haben in dem also mit das was er gesagt hat habe wir haben nachgefragt wie es so meint und dann am schluss ich wirklich so gekommen dass er meinte dass die sind das zu liebigen wie sie töten nicht so schnell war und er war noch also der hat in deutschland gelebt oder ist er schon abgeschoben er lebt in deutschland ich war bei denen und ist zurück wieso gehen die nicht danach zum beispiel in afghanistan oder keine ahnung wo wo die scharia aussehen können weil ich meine wenn ich nicht die erste gereicht hat wir sollen in den afghanistan reichen ich meine das war das grausamste überhaupt das hat ihm nicht das war nämlich genug so aber was macht er dann hier durch vermutung ich habe schon gesagt ich habe notiert hier weil ich habe ganz genau gewusst worüber er spricht er habe notiert er habe gesagt man muss hundertprozentig sein um einen tag 4 auf jemanden zu machen jemand für ungläubig zu erklären er hat gesagt nein ich habe nicht gepasst dass die leute erst mit beweis werden das ist aber mit seiner 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 nach dass seine lust nach mord und blut nicht gestillt wurde es war nicht genug er hat mehr gebraucht wie krank muss man sein wie unstabil muss man sein also sorry warum warum das hält die leute davon ab das gleiche mit ihm zu machen was hält den westen oder den ungläubigen das gleiche mit ihm zu machen und in den ersten spieß machen und grillen was hält uns davon ab unserer menschlichkeit genau so hast du gerade wort aus und genommen unsere menschlichkeit lässt uns das nicht so ja aber es soll ihm bewusst sein dass sie das eine andere gruppe die macht hätte dafür das soll ihm sein das ist eine leute gibt die die macht dafür hätten ihn zu fähigen seine religion und sie alle zu versklagen und so zu drücken deren länder ohne westen sind die gar nicht aber nicht mehr zum essen ohne westen ja nun können die alle wenn ich noch einmal ja das ist nicht nur mal das ist das ist verrückt das ist nicht nur fanatisch das ist das mehr als fanatisch also schade dass ihr nicht dort gestorben ist wirklich schade dass er dort nicht im krieg oder in dort was immer gefallen ist finde ich wirklich sehr schade hätte ich mir gewünscht sorry sie können sagen ich bin der abitual ich bin das auch immer ja naja ich habe keine religion für mich wäre das fair ich bin pragmatisch solche leute braucht man nicht naja radikale ideologien brauchen radikale antwort dieses punkt eine dem eine waffe kommt muss mit einer waffe gehalten werden punkt es gibt keine andere lösung fertig und wenn solche sachen denkt sollten psychiatrie eingesperrt werden und behandelt werden weil das ist nicht normal und was meinst du wie wird man wie wird man so radikal was was passiert da so mit diesen menschen verstehen dass die wahrheit ist die verstehen ihre religion das ist das dann verschwindet die menschlichkeit die menschlichkeit verschwindet weil die dann das was allah sagt allerdings folgen nicht ihre menschen verstand sie haben gar kein gesunde menschen verstanden diese leute ja wenn man sich so viel beschäftigt mit so was sache bisher hier babo hat das nicht erlebt wie gewisse menschen vor das ist sie da hierher gekommen sind und videos gezeigt hat und gesagt hat das machen wie mit sie haben gezeigt wie sie leute der kopf abschneiden die sportlich gesehen wurde ich habe das heißt gesehen weg so natürlich haben wir sehen ja ja und ein typ der hier wohnt der hat mit dem kopf gespielt und die haben ihn hier interviewt auf der straße sagte nein das bin ich nicht und das war er der den kopf gespielt danach hat den kopf gespielt wo wohnt hier in deutschland sind gekommen da ich war da da am dritten plötzlich kommt rein sagte machen große bitte ich denke wir mit dem hier debattiert in groß lässt das märmels weiß man nicht nur einmal mehrmord der sagte du bist du nix muss link das werde wie mit euch machen und bla 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 und alles und dort nicht normal aber sie sind hier sie werden nicht gesperrt ja leider werden sie nicht gesperrt wenn ich nur ein falsches wort sage bin ich auch gesperrt hier aber die spazieren hier du bist nicht muslim das ist ja normal du hast keine vorteile du kannst keine kinder heiraten bis auf moslem deswegen ich frage mich immer was passiert jetzt mit diesem ganzen pedos die im knast sitzen wegen kindesmissbrauch wenn die zum islam konvertieren er werde alle feiern gelassen ja ja weil es kommen ja auch muslime mit zwei kinder verheiratet und es wird akzeptiert und geduldet hier den ganzen flüchtlinge die kleinen mädchen mitbringen als er frauen zwölfjährige 13-jährige und deutschland legalisiert das noch mit dem stempel und sagt ja hier ich gebe dir noch eine wohnung dafür damit du deine ruhe hast das kind zu missbrauchen die gibt ihm auch geld und die geht ja hier bitteschön statt ihm das schiebt wegzunehmen an der grenze in das kind wegzunehmen und sagen du kranker bastarde geht zurück woher du kamst solche menschen brauchen wir hier nicht nie die legalisieren die geben im papier die geben mein haus geben geht zum essen die sich hier und es sind leute kastrieren ich meine meinung das wird in kanada und man schlittert oder amerika wird es gemacht mit den pedos das wird gemacht werden kassiert er hätte wirklich das aber nicht mehr an schulen wohnen die das nicht mehr an an kindergarten wohnen das ist und da sind die richtig gut aber europa europa zum beispiel wenn du drogen dealen tust bekommst du lange lange gefängnis und wenn du ein kind was am tunst bekommst drei jahre vier jahre so plus minus die polen sarah bern sagt polen kastrieren pedos und sind öffentlich gelistet richtig 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 das ist so so muss gemacht werden weil damit die leute sich davon ja schützen kann man muss wissen wenn man zu tun hat ja das war aber die leute bisher ja die gesellschaft wird immer es kommen immer mehr jugendliche nackte frauen und die leute finden das immer normaler und das wird immer normalisierte durch die manipulation vom fenster das wird normal länger wollen heiraten kleines kind ist das okay wenn kinder sechs machen mit erwachsenen ist dann das okay okay hey goody habibi hey kifak kifak bb lb anna bahabic ich bin aufgestanden man kann schon sagen gott sei dank die letzten zwei tage etwas erfolgreiche tage ja sonst schon unterwegs am arbeiten oder ich muss nicht schlafen und geschlafen ich habe heute ich habe viele steuerzahlen damit die muslime hat sie gelder bekommen ganz viel die brauchen ganz viel geld das ist um dann mitgefühl für die armen leute okay und warum fassen die armen leute mit dem sollen mitgefühl haben wenn die reiche fasten müssen um dann dieses gefühl vom hunger zu erleben und dann dass man ja so fühlt was der arme füllen okay aber warum der arme da fassen wozu dient denn das also ich habe ja sowieso nichts zu essen weiß dass ich meine ich habe sich muslim war da habe ich der horcher gefragt habe gesagt hat gesagt ja das ist damit man hunger füllt und da habe ich schon gesagt ich bin brasilien geboren und aufgewachsen und ich habe hunger gehabt wenn ihr morgen es und der ganze tag nicht ist das was soll ich also hunger ist das nicht dass ich kein hunger wenn am abend ist hier wieder und du weißt du wirst die reichen fressen sich voll voll dann nachts und was was ist das für ein gefühl für mitte menschen was das für gefühl mit aber wenn du nachts wenn du abends dann dich vollfressen bilder macht und post es auf auf den ganzen sozialen medien so unterstützt du oder noch zeigst du deine mitgefühl mit den armen menschen den gewinn zeigt was du für schöne essen hat was die wahrscheinlich nie auf deren tisch bekommen ja macht keinen sinn wenn man war wo ja wo ja die arme die fasten die haben sowieso nicht zu essen und fast nicht verhungern noch mehr also die verhungern zweimal und die reichen ja ja die meisten reichen fasten gar nicht der meiste die könige und die printen die fasten im arsch träume wir haben wir haben eine 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 sprichwort bei uns in marokko wir sagen salat 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 ja ich bin gleich in zwei drei minuten unterhaltet euch ihr habt ihr modis könnt die leute hoch holen oder rote schicken wenn die leiden oder sonst was ich bin gleich wieder das freunde ja ich stimme ich jetzt bis gleich solches also wir haben in malaysa wo ich gelebt habe haben sie auch wenn sie gefastet haben dann haben sie auch nachts und morgens haben sie dann die essen ja dann nicht so normales zeugs erst dann so sambal platzern und so das sind so getrockneter fisch das wird gebraten in seiner scharfen soße und dann kommt das ganze essen und das schmeckt gut aber das stinkt voll und wenn dann drei uhr nachts und da ist ja sind die fenster immer offen und dann kam dieser geruch also nach diesem getrockneten fisch gebraten und scharf und so man darf sich eigentlich tauschen die ja nur den tag mit der nacht mit dem essen also die essen ja wirklich durch bis die sonne auf die nicht mehr bis die nicht mehr atmen können weißt du ich habe sie bei uns die essen es gibt bei uns das gebet da sind das gebet nach dem verfassen brechen und die gehen und beten eine halbe stunde oder zwei stunden mit volle magen und können nicht laufen weißt du du bist müde ist ja auch normal ich habe damals als ich dann den islam verlassen habe ich ja nicht mehr gefastet und wo die dann essen wo wir dann essen wollten abends hatte ich kein hunger weil ich habe tagsüber gegessen alles ja ich habe dann verstanden dass ich nicht fassen sag mir was hattest du heute tajin heute mittag oder was hattest du heute mittag mittags essen hast du tajin oder wieso kannst du nicht essen die haben gemerkt dass ich da nicht wirklich was der leute ich muss jetzt hier wirklich kurz weg okay bis gleich wollte ich nicht aufhalten aber das einzige was ich doch krass finde ist halt dann bei hitze wenn sie dann nicht trinken da frage ich mich immer wieder schaffen das muss ehrlich sein aber nicht zu essen und danach zu essen das ist jetzt für mich nicht jetzt so eine kunst aber das trinken finde ich schon hart ja ja trinke short der schuss da ist die sache fragt wie das leben bei malaysia also es war sehr schön es ist es ist ein muslimisches land aber dort leben auch also ein paar christen da leben hindus und chinesen deren glauben haben und jeder lebt so sein glauben selber aus und die dürfen das auch also die haben dann praktisch so ihr haus und da wo wo dann gegenüber vom haus also die haben wir noch einen garten und dann aber gegenüber ist ja so wo die straße getrennt wird sind ja immer so bäume und sowas na so ein kleines stück gras halten und da stellen sie dann ihre die chinesen ihre häuschen hin für ihre götter und dann backen die immer so kuchen und wenn die so hingestellt also ich finde es ganz schrecklich aber das wird hat so ausgelebt und die hindus haben dann meistens diese riesen schreine dann in ihren wohnungen das erste wenn du reinkommen sondern hast du diesen riesen schreien und dann haben die halt ihren einen so hauptgott und dann haben die noch so neben gott und wenn die dann irgendwie ja irgendwie so ein gelübde ablegen weil sie irgendwas brauchen zum beispiel ja geld oder ein kind oder irgendwie sowas dann legen die so ein gelübde ab und dann müssen sie das einhalten und so kam es halt manchmal vor dass meine nachbarin einfach so plötzlich 30 kokosnüsse geschlachtet hat ja dann war das halt ein gelübde für irgendwas was sie haben wollte dann musste das halt machen oder irgendwie ein tier schlachten oder ich weiß nicht was und so und die inder haben da halt wirklich krasse gottheiten also ich finde diese hinduistischen gottheiten finde ich so gruselig sind so blutrünstig diese diese kali glaube ich ist mit diesen vielen armen der so eine kette und das sieht man nicht so genau was von der heizkette die hat aber im grunde genommen sind es menschenköpfe und so und ja die sind sehr sehr blutrünstig und diese priester also den den siehst du manchmal also ich habe es immer den angesehen die haben so richtig diesen richtig böse also das tut man spürt das böse in dem irgendwie wenn man die anschaut schon und dann gab es ein vorfall bei einer nachbarin da ist eine schlange in den garten gekommen oh mein gott das war so schlimm und dann haben die auf die schlange so eingeschlagen und also sie ist richtig verrückt karl ist sehr blutrünstig genau sache die ist richtig richtig blutrünstig und so und meine nachbarin sind und die beten zu lakshmi und ganesha ja ganesha ist ja der mit diesem elefanten kopf die suchen sich dann immer so ein hauptgott und so neben gott aus und so aber ich hatte nachbarin die war hindu die war sehr sehr lieb aber viele du wirst ja zu dem was du anbetest so wird ja dein charakter auch und so und ich habe da auch wirklich sehr blutrünstige menschen danke martina ich habe da auch schon sehr blutrünstige menschen erlebt also die geschichte ganz so kurz hoch kommen ich will als ich unterbrochen habe ich was da dann alles gut